Hilf uns, damit sich die Sehnsucht unseres Herzens mit dem Flammen der Liebe der Mutter Gottes vereine. Hilf uns, dass unser Herz mit jener Liebe erfüllt werde, die das unbefleckte Herz Mariens durchdrungen und erfüllt hat. Komm, Heiliger Geist, erneuere und stärke die Liebe meines Herzens, damit die Liebesklamme des unbefleckten Herzens Mariens darin lodere, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Komm, Schöpfer, Geist, kehr bei uns ein, besuch das Herz der Kinder dein, Die deine Macht erschaffen hat, erfülle nun mit deiner Gnade. Der du der Größte erwirst genannt, vom höchsten Gott ein Gnadenfang. Du lebensfrohlich, lieb und glut, ersehle Salm um höchstes Gut. Herr, lieber Mitbruder, liebe Schwestern und Brüder im Herrn. Zunächst möchte ich meiner Freude Ausdruck geben über ihre Teilnahme an diesen Exerzitien, über die Liebesflamme des unbefleckten Herzens Mariens. Daraus ist zu schließen, dass ihr Herz und ihre Seele offen sind für die Botschaften der Mutter Gottes zum Segen und zum Heil der Menschen. Zunächst möchte ich mich allen, die mich nicht kennen, kurz vorstellen. Mein Name ist Wilhelm Leichmann, bin Pfarrer im Ruhestand und gehöre zur Erzdiözese München. Im September 1994, also vor 19 Jahren, habe ich bei einem Kuraufenthalt in Bad Dürnberg in Österreich zum ersten Mal die Botschaften über die Liebesflamme kennengelernt, die mich von Anbeginn stark beeindruckt haben. Nach meiner ersten Begegnung mit der Schwester Agnisch im Mai 1995 in Budapest, habe ich mich immer intensiver mit diesen Offenbarungen über die Liebesflamme befasst und erkannt, von welch außerordentlicher Bedeutung diese himmlischen Botschaften für das Leben und das Heil aller Menschen sind. In mehreren Botschaften des Jahres 1997 sagte die Mutter Gottes, dass sie eine Lebensgemeinschaft im Geiste der Liebesflamme wünscht. Und aus diesem Grunde bin ich im Januar 1998 nach Budapest gefahren, um die Stiftung Unbeflecktes Herz als rechtliche Grundlage dieser Gemeinschaft zu gründen. Die beiden Schwestern gehören dieser marianischen Lebensgemeinschaft an. Den Namen Liebesflamme konnten wir damals dieser Stiftung, so wie von uns Beabsichtigten, noch nicht geben, weil diese Offenbarungen seinerzeit kirchlich noch nicht anerkannt waren. Inzwischen hat der zuständige Erzbischof Kardinal Erdö die Liebesflammebewegung am 6. Juni 2009 offiziell anerkannt. Seit meinem Ruhestand vor rund 15 Jahren widme ich im Wesentlichen ganz dem Dienst für die Liebesflamme und betreue ich als Spiritual diese Lebensgemeinschaft und eine Liebesflamme-Gebetsgruppe in Budapest. Außerdem halte ich Vorträge in Ungarn und in Deutschland über die Liebesflamme. Seit der ersten Offenbarung über die Liebesflamme des unbefleckten Herzens Mariens, die die ungarische Mystikerin Elisabeth Kindelmann empfangen hat, sind 51 Jahre vergangen. Was war das damals für eine Botschaft, die wie ein Lichtstrahl vom Himmel auf die Erde fiel? Die erste Botschaft am 13. April 1962 bringt klar zum Ausdruck, dass es sich bei der Liebesflamme um eine einzigartige Gnadenquelle zum Heil der Menschen handelt. Diese Botschaften mit dem Aufruf zur Umkehr auf dem Weg des Unheils, zu Buse und Gebet, Sühne und Opfer, sind im Einklang mit der Heiligen Schrift. Sie umfassen thematisch das universelle Heilswirken Gottes, stellen aber immer wieder das gnadenvolle Wirken der Liebesflamme heraus. Nach dem Willen Gottes sollen die in die Sünde verstrickten Menschen durch die Gnadenflug der Liebesflamme vor dem Unheil bewahrt und im geistigen Kampf mit den dämonischen Kräften gestärkt werden. Die Liebesflamme sollte sich ausbreitende Sünde der Welt versengen und die Herzen der Menschen für die Gottes- und Nächstenliebe entzünden. Dazu bedarf es aber des aktiven Mitwirkens der Menschen, damit diese gnadenvolle Zuwendung Gottes Frucht bringen kann. Nach dem Tod von Elisabeth Kindelmann am 11. April 1985 wurde die Schwester Agnisch begnadet, Botschaften über die Liebesflamme zu empfangen. Über die mystischen Einsprechungen führt sie seit 1988 ein geistliches Tagebuch. In den seither vergangenen 25 Jahren hat die Schwester Agnisch tausende himmlische Botschaften über die Liebesflamme empfangen, hauptsächlich von der Mutter Gottes und dem heiligen Erzengel Michael, zum Teil aber auch von Jesus Christus und Gott Vater, außerdem von verstorbenen Heiligen an deren Gedenktagen im Kirchenjahr. Durch eine verstärkte Gnadenzuwendung will die Mutter Gottes in dieser Zeit des Glaubensverfalls allen Seelen helfen, sich Gott wieder zuzuwenden, damit die erlösende Heilstat ihres göttlichen Sohnes an ihnen Frucht bringen kann und sie teilhaben am göttlichen Leben. Durch den Gnadenstrom ihrer Liebesflamme will Maria die Rettung und Heiligung der Seelen bewirken. Die Gläubigen sollen im Licht und in der Kraft dieser Gnadenzuwendung gestärkt werden gegen die Verführungen zum Bösen und sie sollen im Guten standhaft bleiben. Die Schwester Agnes wird von der Mutter Gottes immer wieder dazu angehalten, diese Botschaften zum Heil der Menschen auch zu verkünden. Und das ist letztendlich auch der Grund, weshalb wir hier in Wigradsbad diese Exorzitien durchführen. Durch die zunehmende Gottlosigkeit in der ganzen Welt und die überall ausufernde Sündenflut bekommen diese Botschaften eine zunehmende Bedeutung. Denn die Menschen bedürfen heute mehr denn je jener Gnaden Hilfe, um ihr Leben auf Gott, der wahren Quelle und dem Ziel ihres Lebens, auszurichten. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen einen besinnlichen Verlauf dieser Exorzitien, der zu einer Bereicherung Ihres Glaubenslebens führen möge. Es werden jetzt noch die Schwester Agnes und die Schwester Hildegard noch einige Worte zur Einführung an Sie richten. Ich muss jetzt anschließend den Gottesdienst in der Gnadenkapelung noch vorbereiten, werde mich deshalb etwas eher verabschieden. Hier sind Veröffentlichungen ausgestellt zu dem Thema Liebesklamme des unbepflegten Herzens Mariens. Morgen kommt die Frau, die das für uns bearbeitet und erledigt, aber Sie können sie vielleicht heute, wenn Sie wollen, noch ein bisschen informieren, was schon da ist. Die Frau Miller kommt dann morgen, wird dann morgen den ganzen Tag da sein und Sie können dann diese Veröffentlichungen hier erwerben. Auch die Rosenkränze und die Stadion und was Sie alles angeboten haben. Düsstetessék a Jézus Krisztus! Gelobt sei Jézus Krisztus! Mit großer Freude sind wir wiedergekommen zu diesen Exercizien. Wir freuen uns, dass wir viele bekannte Gesichter sehen, aber auch neue Gesichter. Das ist immer eine große Freude, die wieder zu treffen, die schon wieder da waren und die Liebesklamme schon kennen, aber auch die neue kennen zu lernen, die kennenlernen wollen die Liebesklamme. Das ist immer auch eine große Freude, wenn wir mit Menschen, mit offenem Herzen uns treffen können und wir so solche Teilnehmer haben, mit offenem Herzen. Das ist das Liebesklamme Tagebuch, über das Frau Leichmann vorher gesprochen hat, dass unser zuständiger Bischof, der Kardinal Erdö, Peter Erdö, er hat das Imprimatum dazu gegeben, dass Nehel Obstadt, also wurde geprüft und dazu das kirchliche Erlaubnis gegeben zum Druck des Tagebuches. Also nicht nur die Bewegung hat er anerkannt und so formuliert eigentlich 2009, dass er die Liebesklammenbewegung in seiner Erzdiözese gründet, nachdem er das Tagebuch prüfen ließ und auch mit mehreren Bischöfen, hat er gesagt, gesprochen hat und er gesehen hat die guten Früchte, die diese Bewegung weltweit gebracht hat. Außer unserem Kardinal Erdö haben schon vier andere Kardinäle in vier anderen Ländern die Liebesklammenbewegung anerkannt, zum Beispiel Brasilien, Mexiko und zwei in Ecuador, der jetzige und sein Vorgänger. Erzsöbet Asszony, über die Elisabeth Kindelmann werde ich ausführlicher sprechen. Sie möchte nur über Sie so viel sagen. Sie hat diese Botschaften von 1962 bis 1985, bis ihrem Tode empfangen vom Herrn und von der Mutter Gottes. Und ich habe dann 2986-tas bekommen, dass er die Botschaften von 1986 anerkannt. Und das der Agnes empfängt die Botschaften von 1986, also einem Jahr nach dem Tode der Elisabeth Kindelmann hat sie angefangen zu empfangen, die Botschaften über die Liebesklammen. Ich bin in Budapest geboren. Ich bin in Budapest geboren. Tudok németül, de annyira nem, hogy az előadást megtartsam. Erteni, majdnem mindent értek, de beszélni azért. Ich kann etwas Deutsch, also verstehen tu ich schon vieles, aber alleine könnte ich einen Vortrag noch nicht halten auf Deutsch. Ezért törülök, hogy a irdikó növér lefordítja. Deshalb freue ich mich, dass die Schwester Hildegard da ist zum Übersetzen. Ich bin ein Vortrag. Ich bin ein Vortrag. Ich bin ein Vortrag. Mein ewiges Gelübde abgelegt, das hieß dieser Orden, Zühne der Töchter, der siegreichen Königin der Welt. A Szeretetlangot 1984. Maius 13-an ismertem meg Erdo-Faluban. Die Liebesflamme habe ich am 13. Mai, am Fatimatag 1984 kennengelernt in Erd, das ist in der Nähe von Budapest, in einer ärzigen Michael-Kirche, wo schon laufend Liebesflammen, Gebetsstunden und Sühne-Nächte im Geist der Liebesflamme gehalten wurden. Ezen a maiusi engesztelő napon a Süzanya titokzatosan lángra gyűjtotta bennem a Szeretetlangját. An diesem 13. Mai, an diesem Sühne-Gebetstag, hat die Mutter Gottes auf geheimnisvolle Weise in mir die Liebesflamme ihres unbefleckten Herzens entzündet, in meinem Herzen. Akkor tapasztaltam meg, amiről a Szeretetlang naploban, illetve ihr Erzsébet Asszony, a Süzanya, mondja neki, hogy a szívek mélyén teszem a Csodáid, Nad. Ich habe damals erfahren, was die Mutter Gottes gesagt hat, Elisabeth Kindelmann, was sie aufgezeichnet hat in ihrem Tagebuch. Die Mutter Gottes sagte, durch meine Liebesflamme wirke ich meine Wunder in der Tiefe der Seelen, der Herzen. Und damals habe ich auch wirklich auf besondere Weise erfahren, diese Gnade, das Ausströmen der Liebesflamme. Ich habe nicht mehr Erzsébet Asszonyt. Elisabeth Kindelmann habe ich nicht gekannt persönlich noch. De attól kezdve rendszeresen jártam erdresszretetlangengestelésekre. Sie ist im nächsten Jahr dann gestorben. Aber von dann an, als ich diese Gnade der Liebesflamme erfahren habe, bin ich regelmäßig gegangen zu diesen Sühner Gebetstunden im Geiste der Liebesflamme. Und es teljesen betöltötte az életemet, illetve azóta is. Das hat mein Leben ganz erfüllt. Und auch seitdem erfüllt das ganz mein Leben. Először csak Erdovárosba volt Jens Szeretetlangengestelés, aztán már Budapesten, és most is Budapestre soktunk járni. Zuerst, also von dort ist es ausgegangen von Erd, von der Nähe von Budapest, von dieser Elzingen Michaelkirche, die Sühner Gebetstunden und die ersten Gebetsgruppen, weil der letzte Sillenführer von Elisabeth Kindelmann dort Pfarrer war, besser gesagt der Bruder des Pfarrers. Beide haben, er hat ausgeholfen dann auch in dieser Kirche. Und deshalb hat dort angefangen, haben die Sühner Gebetstunden dort angefangen. Und auch von weit weg vom Ausland kamen schon sehr viele Leute so, dass man kaum reingehen konnte in die Kirche, so viele Leute waren. Und so sehr hat die Mutter Gottes in meinem Herzen angezündet ihr Liebesflamme, dass es für mich ganz selbstverständlich war, dass ich zu dieser Liebesflamme Gebetstunden regelmäßig gehe, wie auch den anderen, die dorthin gegangen sind und das erfahren haben. Es war meine größte Freude, als ich dort sein konnte und dort beten konnte, im Geiste der Liebesflamme, weil so stark konnte man erfahren, auch durch das gemeinsame Gebet dieses Gnadenauströmen. Amint a fizikai életben, úgy a lelki- und imádságos életben is, van fejlődés. Es gibt Entwicklung, wie auch im Leben, in allem, auch im geistigen Leben. Söy, es ist auch notwendig, dieser Fortschritt im geistigen Leben. Ez mindig a kegyelem munkája, de nekünk is a kegyelemmel együtt kell működnünk ebben a közös munkában. Das ist zwar immer ein Geschenk Gottes, also ein wirkender Gnade, aber wir müssen immer zusammenarbeiten, immer mitwirken mit der Gnade Gottes, damit wir vorankommen im geistigen Leben. A Szeretetlánk egy Máriás engesztelő lelkiség, und die Liebesflamme ist eine große Hilfe dazu, ein großes Gnadenausströmen, wie die Mutter Gottes sagt, zu diesem Vorankommen im geistigen Leben, auf der Vollkommenung unseres Lebens und auf dem Weg der Heiligung unseres Lebens. Und außerdem eine der größten marianischen Bewegungen in der ganzen Welt. Die Liebesflamme bewegung. Benasszüz Anya vezet minket Jézushoz, durch ihre Liebesflamme führt die Mutter Gottes uns zu ihrem Zohn, göttlichen Zohn, Jézus Christus. Jézus pedig a Szentlélekben az Atyához. Und Jézus Christus im Heiligen Geist zum himmlischen Vater. Aki ezen az úton akar haladni, az elfogadja a Szüzanyának ezt az anyai vezetését. Also wer auf diesem Weg gehen möchte, nimmt diese mütterliche Führung der Mutter Gottes an. Az életem meghatározója, hogy Mária által közeledjek Jézushoz. Auch das Bestimmende in meinem Leben war und ist, dass ich durch Maria und mit Maria Jézus immer näher komme. Az üzanya anyai szeretetével és szeretete által tudok Jézushoz egyre közelabkerülni. Durch die mütterliche Liebe und Führung der Mutter Gottes kann ich auch zu Jézus immer näher kommen, weil sie kennt und liebt Jézus am meisten. deshalb kann sie uns am nächsten führen zum Jézus. Számomra a szeretetlanglelkiség azt jelenti, für mich bedeutet die spiritualität der Liebesflamme, a szeretetlangból merítve, a szeretetlangból és a szeretetlangért élek. Dass ich a Liebesflamme schöpfend durch die Liebesflamme für die Liebesflamme lebe, für das Ausströmen der Liebesflamme, weil die Mutter Gottes sagt, das ist der größte Gnadenstrom zur Rettung und Heiligung der Seelen. Deshalb müssen wir dafür beten und Opfer bringen und alles tun, dass es ausströmt auf die ganze Menschheit. Das ist sehr interessant, denn ich kann mich auch nicht mehr anders zum Herrn und zum himmlischen Vater als durch die Mutter Gottes und durch die Liebesflamme des unbefleckten Herzens, je mehr ich kennengelernt habe und ihre Bedeutung erkannt habe. die Mutter Gottes ist unsere himmlische Mutter, aber auch die Leiterin unserer Liebesflamme und die Gemeinschaft hat sie selbst gesagt. Und das ist unsere Aufgabe, auch meine Aufgabe, dass es nicht nur nur Worte bleiben, was ich jetzt sage, sondern dass es zum Leben wird, also dass wir auch leben. Also was wir erfahren haben durch diesen Gnadenstrom der Liebesflamme, das müssen wir in unserer, also müssen wir leben auch im Geiste der Liebesflamme. Wie wirkt die Liebesflamme in der Seele des Menschen? Die Mutter Gottes sagte, eine des wesentlichsten Merkmale der Liebesflamme oder Eigenschaft der Liebesflamme, weil das ist das Licht der Liebe Gottes und der Mutter Gottes zusammen und diese Liebe und das Licht dieser Liebe ist so groß, dass es den Satan verblendet. Also wenn wir um das Ausströmen der Liebesflamme bitten, dann die Wirkung, das Wirken der Liebesflamme ist auch, dass es den Satan verblendet und kann uns nicht so angreifen, so gezielt angreifen. Und dadurch können wir viel, viel leichter Gott näher kommen und auch diejenigen, für die wir um dieses Ausströmen bitten, werden befreit von vielen Angriffen des Bösen. Und durch dieses Gnadenwirken der Liebesflamme, das den Satan verblendet und unseren Verstand erleuchtet, sagte die Mutter Gottes, dass auch das Gnadenwirken der Liebesflamme, dass sie unseren Verstand erleuchtet, damit wir erkennen, die Ungläubigen erkennen, dass es Gott gibt. Die Gläubigen erkennen zum Beispiel viel besser den Willen Gottes und auch zum Beispiel eine Gnadenwirkung der Liebesflamme, dass wir unsere Sünden auch besser erkennen und dass wir sie dann bereuen können. Und durch die Ruhe und Böse bekommen wir auch die Gnade der Bekehrung und auch Kraft und Gnadenhilfe, besser mit den Gnaden zusammenzuwirken und mehr nach dem Willen Gottes zu leben. Also nicht nur erhellt unseren Verstand erleuchtet, sondern auch entzündet unser Herz und gibt Kraft und Gnadenhilfe nach dem Willen Gottes zu leben. Und auch im Leben der Elisabeth Kindelmann ist die Reue sehr wichtig. Sie hatte ständig in sich diese Reue-Gesinnung. Sie hat schon längst ihre eigene Sünden bereut, aber der Herr hat gesagt, er nimmt ihre Reue auch für andere da, die ihre Sünden nicht bereuen, weil die Reue bringt uns Gott am nächsten. Sie hat auch für meine Liebesflamme, für meine Liebesflamme. Und wie können wir uns öffnen für die Liebesflamme? Wir sollen die Mutter Gottes bitten, dass sie uns hilft, unser Herz ganz weit zu öffnen für ihre Liebesflamme, weil das ist ihr größter Wunsch, ihre Liebesflamme auszuströmen, damit auch ihre Liebesflamme auch in den Herzen ihrer Kinder brennt, diese Flammen der Liebe zu Gott und zu den Menschen. Aber dieses Gnadsstrom ist für uns umsonst, wenn wir unser Herz nicht aufmachen und wenn wir das nicht aufnehmen, dann können die Gnads, die größten Gnads in uns keine Frucht bringen, wenn wir sie nicht aufnehmen und uns dafür öffnen. Deshalb haben wir auch vorher gebeten den Heiligen Geist und auch wir sollen oft auch bewusst unser Herz öffnen und bitten, dass wir den Herrn und die Mutter Gottes, dass wir aufnehmen können, diese große Gnade der Liebesflamme. Das wünsche ich Ihnen für die ganzen Exerzitien und auch danach für ihr ganzes Leben, dass Sie die Gnade Gottes und besonders diese große Gnade der Liebesflamme der Mutter Gottes immer mit offenem Herzen aufnehmen und mit Ihnen mitwirken. Ich möchte mich auch vorstellen, obwohl einige, mit einigen kennen wir uns schon gut, aber für die Neuen besonders, mit der Schwester Hildegard, auch von der Gemeinschaft Liebesflamme. Ich habe auch wie die Schwester Agnes zuerst im Geiste der Liebesflamme gebetet, obwohl ich, als ich die Liebesflamme kennengelernt habe, habe ich noch niemanden gekannt, die so betet in diesem Geiste. Ich habe so Auszüge aus dem Liebesflamme-Tagebuch bekommen von jemandem und als ich das gelesen habe, dieses kleine Heft, etwas hat mein Herz sehr berührt, eine Botschaft des Herrn und dann habe ich ihn gebeten, er möge, wenn er will, bitte das ganze Tagebuch zu mir kommen, also dass ich bekomme das ganze Tagebuch und als es wirklich so geschehen ist, dann habe ich in diesem geistigen Tagebuch gelesen, zwei Dinge haben mich sehr berührt. Das eine, dass die Mutter Gottes sagte, dass die Liebesflamme das größte Gnadenausströmen seit der Menschwerdung Christi ist. Und das hat sie mehrmals betont, der Elisabeth Kindelmann, dass eigentlich seit 2000 Jahren kein größerer Gnadenausströmen geschehen ist, als durch die Liebesflamme. Dann habe ich mir gedacht, wenn die Mutter Gottes so etwas sagt, darüber können wir nicht so ein, zwei, drei weggehen, sondern das müssen wir sehr ernst nehmen. Und außerdem, weil wir halt Ungarn sind und die Mutter Gottes sagte, aus Ungarn möchte sie dieses große Gnadenausströmen auf die ganze Welt ausströmen, weil unser erster heiliger König Stefan sein ganzes Land und Volk der Mutter Gottes nicht nur geweiht hat, sondern die Mutter Gottes ganz offiziell als Königin des Landes eingesetzt hat, nach dem Tod seines Sohnes, dem heiligen Emmerich, der der Thronfolger gewesen wäre. Er hat erkannt, weil er hat das Christentum gegründet in Ungarn. Also es war noch ganz gefährdet durch die Heiden, dieser junge Christentum in Ungarn. und er hat erkannt, das Land und Volk wäre in besten Händen, in den Händen der Mutter Gottes. Und deshalb hat er ganz offiziell, was die Mutter Gottes sagte, das war Alleinstehende in der ganzen Welt, dass ein König so offiziell sie als Königin des Landes eingesetzt hat, das Land und Volk so der Mutter Gottes anvertraut und geweiht. Und deshalb hat sie gesagt, zuerst in Ungarn hat sie geoffenbart, dieses große Gnadengeschenk ihres unbefleckten Herzens, aber sie möchte, dass es über alle Völker und Nationen ausströmt und sogar über die Ungetauften. Also sie möchte alle Kinder von ihr retten durch ihre Liebesflamme. Sie sagte, das Hauptziel der Liebesflamme ist die Rettung und Heiligung der Seelen. Und deshalb hat sie erfleht vom himmlischen Vater, dieses große Gnadenausströmen für die Rettung und Heiligung der Seelen, weil sie sagte, der Sündenflut in unserer Zeit ist so groß, wie noch nie zuvor. Und damit wir mit diesem überströmenden Sünde wirksam kämpfen können, brauchen wir eine überströmende Gnade. Und diese überströmende Gnade ist die in ihrem Herzen lodende Liebesflamme, worüber sie sagte, das ist Jesus Christus selbst. Also diese Liebesflamme ist Jesus Christus selbst. Da wir aber den Vater und den Heiligen Geist von Jesus Christus nicht trennen können, weil die heiligste Dreifaltigkeit eine Einheit ist, deshalb lodert in der Liebesflamme die Liebe der heiligsten Dreifaltigkeit, also auch vom himmlischen Vater und auch vom Heiligen Geist und auch die mütterliche Liebe der Mutter Gottes, weil sie hat so erklärt, bei der Menschwerdung Christi hat sich vereint die Liebe Gottes mit ihrer Liebe und seitdem ist es vereint, diese diese flammende Liebe Gottes und ihrer Liebe. Das ist eigentlich die Liebesflamme ihres Herzens, die sie ausströmen möchte auf die ganze Menschheit, damit es so ist, wie der Herr sagte über seine Sendung auf Erden. Er hat so formuliert, wir können im Evangelium lesen, ich bin gekommen, um Feuer auf die Erde zu bringen oder werfen und was anderes wünschte ich, dass es das schon brennt. Also der Herr selbst sagt, ich bin gekommen, um Feuer auf die Erde zu bringen oder werfen. Er möchte, dass diese Liebe zu Gott und zu unseren Mitmenschen brennt in unserem Herzen. Wir können nicht laue Christen sein, sondern wenn wir, wir wissen auch, wenn wir jemanden lieben, dann brennt die Liebe in uns und der Herr wünscht, dass unsere Liebe zu ihm so brennt und daraus entstehen dann auch die Werke der Liebe, wenn wir mit so brennender Liebe seine Liebe erwidern. Also das war das Ziel der Mutter Gottes, deshalb hat sie erfleht, sich auf die heiligen fünf Wunden des Herrn berufen, also das ist der größte Wert ist, der größte Verdienst des Herrn, sein Leiden, seine heiligen fünf Wunden, darauf hat sich die Mutter Gottes berufen und so konnte sie erfliehen vom himmlischen Vater, dass dieser große Gnadenstrom auf die ganze Menschheit ausströmt. Und sie sagte, wie der heilige Paulus sagt, wo die Sünde überflutet, dort überflutet auch die Gnade und dass diese überflutende Gnade für unsere Zeit ist die Liebesflamme. Also deshalb müssen wir sehr dankbar sein, dass wir diese große überstimmende Gnade Gottes kennenlernen dürfen und dadurch, wie die Mutter Gottes sagte, viele Seelen retten können und auch bei der Heiligung der Seelen auch unsere Seele und auch bei der Heiligung und Rettung anderer Seelen mitwirken können mit der Mutter Gottes. Sie sagte, ihr seid meine Mitarbeiter und ich brauche euch. Ich brauche eure Hilfe zur Rettung und Heiligung der Seelen. Und als ich diese zwei gelesen habe, dass das so ein großer Gnadenstrom ist Gnadenstrom ist und das aus Ungarn ausgehen sollte auf die ganze Menschheit, habe ich gebeten den Herrn und Mutter Gottes, dass ich das auch erfahren darf, dieses Gnaden ausströmen, weil ich habe noch niemanden gekannt, der so gebetet hat. Und dann habe ich wirklich so stark erfahren, wie überschüttet wurde ich mit diesem Gnadenstrom. Also es war schon sehr, ich habe für die Schwester Agnes auch gesagt, sehr intensiv auch erfahren, das Ausströmen dieses Gnadenstromes und auch bei mir ist ähnlich wie bei ihr, dass ich seitdem, ich kenne auch schon seit Bessamme, aber das ist nicht weniger geworden in mir, also die Begeisterung dafür und der Wunsch, dass es wirklich ausströmt auf die ganze Menschheit und dass auch andere das kennenlernen, sondern immer größer. Je mehr man bittet darum und erfährt das, umso mehr brennt das in einem und umso mehr möchte man das auch mit anderen teilen, weil bei mir war die Wirkung der Liebesflamme ist, dass ich zu Gott immer näher gekommen bin, aber sehr intensiv habe ich das erfahren und auch zu den Menschen und auch seitdem erfahre ich das. Also deshalb die Mutter Gottes sagte auch der Erstbegnadete, der Elisabeth Kindelmann, das waren eigentlich ihre ersten Worte, meine Tochter nimm diese Flamme, das ist die Liebesflamme meines Herzens, zünde damit dein Herz an und gib sie weiter. Also das ist unsere Aufgabe, zulassen, mit offenem Herzen darum bitten, dass die Mutter Gottes in unserem Herzen ihre Liebesflamme anzündet und dann auch weitergeben unserer Also das wünsche ich ihnen auch, dass sie das erfahren, das können wir im Gebet erfahren. Vieles können wir verstehen über die Liebesflamme durch Vorträge und wenn wir lesen darüber, aber im Gebet werden wir eigentlich erfahren, dieses Gnaden ausströmen und das wünsche ich ihnen, dass sie das auch erfahren und dass sie dann auch das weitergeben können ihren Mitmenschen und ich hoffe, dass diese Exerzitien dazu beitragen werden Wie gesagt vorher es wäre gut, wenn wir diese Exerzitien in Stille verbringen würden Ich habe da ein kleines Zitat von Chade Foucault das heißt die Stille in unserem Leben die verborgenen Zeiten unseres Lebens sie sind der Sauerteig der die Wirksamkeit des Lebens in der Öffentlichkeit mit Kraft durchdringt Unser Herz braucht die Stille die Sammlung in deren Mitte Gott sein Reich aufrichtet und wo der vertraute Umgang mit Gott Gestalt annimmt Gott Wir brauchen alle auch die Stille und wir wissen auch dass Gott in der Stille zu uns sprechen kann und dass wir auch was wir hören hier darin viel mehr vertiefen können wenn wir still sind also wenn wir ganz nach innen schauen und und den Heiligen Geist bitten dass er uns alles lehrt und verstehen lässt was Gott uns sagen möchte während dieser Exerzitien es ist auch gut wenn sie oft zur Anbetung gehen das ist hier ist hier ist Möglichkeit dazu den ganzen Tag sogar in der Nacht kann man in die Gnaden Kapelle gehen immer während der Anbetung also ich schlage auch vor so viel wie möglich auch bei der Anbetung zu sein und ich wünsche Ihnen alle dann gesegnete Exerzitien gelobt sei Jesus Christus im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes Amen jetzt um 8 Uhr im Zelt ist die Heilige Messe Der Monat Mai ist im Leben der katholischen Kirche in besonderer Weise der Verehrung der Mutter Gottes gewidmet vor allem am 13 Mai gedenken wir der ersten Erscheinung der Mutter Gottes in Fatima im Jahre 1917 also vor 96 Jahren an an allen marianischen Gedenktagen danken wir Maria für ihr Mitwirken im göttlichen Heilswerk insbesondere durch ihr Fiat ihr Ja bei der Verkündigung des Erzegels Gabriel die sie in freier Entscheidung gesprochen hat Gott hat auf diese Zustimmung der seligen Jungfrau Maria gewartet bevor das Wort in ihrem Schoß Fleisch geworden ist durch den Heiligen Geist das göttliche Heilswerk sich so verwirklichen konnte Maria ist dadurch in einzigartiger Weise durch Gott einbezogen worden in die Erlösung durch ihren göttlichen Sohn in seine Heilstat am Kreuz wir wollen Maria dafür in besonderer Weise immer wieder danken dass sie unseren Heiland und Erlöser auf seinem irdischen Lebensweg mit mütterlicher Liebe begleitet und umsorgt hat angefangen von seiner Geburt unter den erbärmlichsten Umständen in einem Stall der Flucht nach Ägypten bis hin zu seiner Passion und seiner Kreuzigung hat sie sein ganzes Leiden als Erlöser der Menschheit mit ihm getragen Als Maria unter dem Kreuz stand hat sie die Weissagung des Simeon erfüllt der bei der Darbringung des Jesu Kindes im Tempel ihr voraussagte ein Schwert wird deine Seele durchdringen wir wollen nun die Ereignisse von Fatima in Beziehung bringen mit den Offenbarungen über die Liebesflamme in Ungarn besonders eingehen möchte ich hierbei auf die grundlegenden Gedanken der Sühne in den Botschaften von Fatima und der Liebesflamme und dabei stellt sich auch die Frage gehen die Botschaften über die Liebesflamme über die Offenbarungen in Fatima hinaus und falls ja wodurch um diese Frage zu beantworten wollen wir gleichsam eine geistige Brücke schlagen von Fatima nach Ungarn und die wichtigsten Offenbarungen vergleichen Es war am Sonntag den 13. Mai 1917 als in der Coba da Iria in der Nähe von Fatima drei Kinder im Alter von sieben bis zehn Jahren über einer Steineiche die Mutter Gottes erschienen ist Die Namen der Kinder sind Jacinta ihr Bruder Francisco und ihre Cousine Lucia Es geschah genau an der Stelle wo heute die Erscheinungs Kapelle steht Maria gab sich den Kindern nicht gleich zu erkennen und sagte auf die Frage von Lucia woher sie denn sei Ich komme vom Himmel Die Kinder waren geblendet von der strahlenden Schönheit dieser Erscheinung die vom Glanz der Sonne umleuchtet war Erst bei der letzten Erscheinung am 13. Oktober 1917 gab sich die himmlische lichtumstrahlte Frau auf die erneute Frage von Lucia zu erkennen mit den Worten Ich bin die Königin des Rosenkranzes Ich will dass man hier zu meiner Ehre eine Kapelle errichtet Und ferner sagte die Mutter Gottes Man soll weiterhin täglich den Rosenkranz bieten Die Leute müssen sich bessern und um Verzeihung ihrer Sünden bitten Und mit einem traurigen Gesichtsausdruck fügte die Mutter Gottes dann noch hinzu Man soll den Herrgott nicht mehr beleidigen der schon so sehr beleidigt worden ist Schon vor der ersten Erscheinung erlebten die Kinder außergewöhnliche Ereignisse Lucia berichtet dass eines Tages ihnen ein Engel zeigte wie man beten soll Dabei kniete er sich nieder neigte sein Haupt bis zur Erde und sprach dreimal Mein Gott ich glaube an dich ich bete dich an ich hoffe auf dich und ich liebe dich ich bitte dich um Verzeihung für jene die dich nicht die an dich nicht glauben die dich nicht anbeten die auf dich nicht hoffen und die dich nicht lieben beachten wir bei diesen Worten des Engels dass wir im Gebet stets auch für die Ungläubigen eintreten sollen nicht nur unser eigenes Heil sondern auch das Heil der Ungläubigen soll uns ein Herzensanliegen sein ein anderes Mal sagte ein Engel zu den Kindern betet betet viel bringt dem allerhöchsten Gebete und Opfer als Sühne dar für die vielen Sünden durch die er beleidigt wird und als Bitte für die Bekehrung der Sünder und vor allem tragt mit Ergebung die Leiden die ihr euch schicken wird auch diese Worte des Engels sind heute höchst aktuell wie viele die Gotteslästerungen haben heute ein geradezu ungeheures Ausmaß erreicht wie wir alle wissen wie viele Gläubige sind heute noch bereit leiden die sie als gliedermystischen Leibe Christi nach der göttlichen Vorsehung ertragen sollen im Vertrauen auf Gott und seine Führung hinzunehmen und des weiteren forderte ein Engel die Kinder in Fatima auf zu beten heiligste Dreifaltigkeit Vater Sohn und Heiliger Geist ich bete dich aus tiefster Seele an und opfere dir auf den kostbaren Leib das Blut die Seele und die Gottheit und des Herrn Jesus Christus der in allen Tabernaken der Welt gegenwärtig ist zur Sühne für die Schmähungen Sakrilegien und Gleichgültigkeiten durch die er selbst beleidigt wird durch die unendlichen Verdienste des heiligsten Herzens Jesu und des unbefrägten Herzens Mariens bitte ich um die Bekehrung der armen Sünder dieses Gebiet das der Engel den Kindern gelehrt hat ist von einer ganz außerordentlichen Tiefe von einer Tiefe die man auch in einer Meditation gar nicht ausschöpfen kann das Gebet bezieht sich genau auf die Glaubenswunden unserer Zeit auf die mangelnde Bereitschaft zu vieler Menschen nach dem Willen Gottes zu leben seine Gebote zu beachten und ihn unseren Schöpfer zu ehren und zu lobpreisen in all diesen Gebeten weiß der Engel wiederholt auf die Notwendigkeit des Gebetes im Geiste der Sühne hin sie wird gleichsam zum wichtigsten Anliegen zur Kernaussage der Botschaft von Fatima und dieser Sühne Gedanke der begleitet uns auch bei den Botschaften über die Liebesflamme schon am 28. August 1962 also gleich zu Beginn dieser Offenbarungen sagt Jesus zu der begnadeten Elisabeth Kindelmann ich habe dich zur Sühneseele auserwählt weißt du was das bedeutet fast eine priesterliche Würde am 29. September 1962 weist die Mutter Gottes in Ungarn darauf hin dass man am Donnerstag und Freitag als besondere Gnadentage erachten muss sie sagt während diesen beiden Tagen meinem göttlichen Sohn Sühne leistet erlangt große Gnaden während der Sühnesstunde wird Satans Macht je nach der Hingabe der Sühneselen wird die Sünder abgeschwächt Zitat Ende Gnaden die uns näher zu Gott zur Quelle und dem Ziel unseres Lebens führen die erstreben wir doch alle Entscheidend aber ist dass wir die Gnaden die Gott uns schenkt in unserem Leben auch verwirklichen und nicht brach liegen lassen wie einen unbebauten Ackerboden der keine Frucht bringt sehr zu beachten ist auch dass durch unsere Sühne Leistung die Macht des Satans mit seinem zersetzenden Einfluss auf die Seelen der Menschen geschwächt wird wiederholt sagt die Mutter Gottes in ihren Botschaften dass durch die Liebesflamme der Satan verblendet also ohnmächtig gemacht wird betrachten wir weiter vergleichen die Botschaften von Fatima und die von Ungarn über die Liebesflamme bei der ersten Erscheinung am 13. Mai 1917 richtet die Mutter Gottes an die drei Kinder die Frage wollt ihr euch Gott darbieten bereit jedes Opfer zu bringen und jedes Leiden anzunehmen dass er euch schicken wird zur Sühne für die Sünden durch die er beleidigt wird und zur Bekehrung der Sünde sowie als Genugtuung für die Beleidigungen die dem unbefleckten Herzen Mariens zugefügt werden und darauf antwortete Lucia Ja Ja das wollen wir Ihr werdet bald viel zu leiden haben fuhr Maria fort Aber die Gnade Gottes wird euch die Kraft geben die ihr braucht Bei der dritten Erscheinung in Fatima am 13. Juli 1917 sagte Maria Opfert euch auf für die Sünder und sagt oft besonders wenn ihr ein Opfer bringt O Jesus das tue ich aus Liebe zu dir für die Bekehrung der Sünder und zur Sühne für die Beleidigungen die dem unbefleckten Herzen Mariens zugefügt werden Und nach diesen Worten ritte Maria ihre Hände von denen Strahlen ausgingen die in die Erde drangen Die Kinder sahen ein großes Feuermeer und schreckliche Bilder Erschrocken und Hilfesuchen blickten sie zur seligen Jungfrau auf die ihnen gütig und traurig sagte ihr habt die Hölle gesehen wohin die Seelen der armen Sünder kommen um sie zu retten will Gott die Andacht zu meinem unbefleckten Herzen in der Welt einführen Wenn man tut was ich euch sage werden viele Seelen gerettet werden Der gleiche Gedanke bewegte die Mutter Gottes als sie die Liebesklamme vom Allmächtigen Vater und der Hinweis auf die Wunden ihres göttlichen Sohnes als Gnadenflut zur Rettung der Seelen erfleht hat Am 18. Oktober 1962 sagte Maria zu Elisabeth Kindelmann in Ungarn Meine Tochter die überströmende Liebe meines Herzens ist es wodurch ich dich zu leiden würdige nur so kannst du viele Seelen retten und im Hinblick auf die Entfremdung und den Zerfall der Familien sagte Maria Sühne und Leide für sie betrachtet den Wert betrachtet den Wert deiner Leiden es gibt nur wenig opferbereite Seelen vor allem wenig beharrliche ohne dies aber können sie sich für das Ausströmen meiner Gnade nicht verdienst verdienstlich machen wer denkt heute noch nach über den Wert der Leiden von denen Maria spricht wir müssen wir müssen uns immer wieder bewusst machen dass die ganze Menschheit nur durch das Leiden und das kostbare Blut unteres Heilandes erlöst worden ist und durch nichts anderes und da und da wir durch den Empfang der Heiligen Sakramente gliederer mystischen Leibe Christi sind sind auch unsere Leiden wenn wir sie Gott aufopfern wertvoll im ersten Petrus Brief steht geschrieben freut euch dass ihr Anteil an den Leiden Christi habt denn so könnt ihr auch bei der Offenbarung seiner Herrlichkeit voll Freude jubeln und Paulus schreibt im Brief an die Kolosser jetzt freue ich mich in den Leiden die ich für euch ertrage für den Leib Christi die Kirche ergänze ich in meinem irdischen Leben das was an den Leiden Christi noch fehlt Kolosser 1 24 wir sind zwar durch das Kreuz als Opfer von Jesus Christus voll erlöst aber der Herr nimmt uns als Glieder an seinem mystischen Leib mit hinein in sein Erlösungs Leiden und darin liegt der wahre Wert der Leiden des Menschen wenn er bereit ist seine irdischen Leiden Gott aufzuopfern doch wie viele Menschen denken daran wie wenige sind bereit das auch wirklich zu tun das tägliche Gebet alles was ich in meinem Leben noch tue erdulde und erleide opfer ich durch die vereinten Heilig sein Herzen Jesu und Mariens dem allmächtigen Vater auf dieses Gebet hat eine große Kraft es ist ein wertvoller Akt der Buse und der Sühne für die eigenen Sünden und stellvertretend auch für die Sünden unserer Mitmenschen Die Botschaften der Mutter Gottes über die Liebesflamme spornen hauptsächlich zur Sühne an zur Verehrung der heiligen Wunden ihres göttlichen Sohnes zu meditativen Betrachten seiner Leiden und zur Anbietung des Allerheiligsten Altarsakramentes sowohl bei den Botschaften in Fatima aber auch in Ungarn steht im Mittelpunkt die Aufforderung zur Buse und Sühne für die Sünden und die Beleidigungen gegenüber Gott im Grunde genommen zieht sich der Aufruf zur Sühne wie ein roter Faden durch alle marianischen Botschaften in der Welt gleich zu welcher Zeit und an welchem Ort die Mutter Gottes sie durch begnadete Mystiker an die Menschen gewendet hat es ist letztend das Grundthema seit Beginn der Menschheits Geschichte nach dem ersten Sündenfall und davon können sich alle überzeugen die das umfangreiche Handbuch über die Erscheinungen und Botschaften der Gottesmutter Maria lesen in 822 Seiten sind in dieser Veröffentlichung die wichtigsten Botschaften von Maria in der 2000-jährigen Kirchengeschichte zusammengefasst und das Werk vermittelt einen vorzüglichen Überblick über die Grundaussagen der Botschaften und Offenbarungen von der Mutter Gottes die Sünde die Missachtung des göttlichen Willens durch den Ungehorsam des Menschen gegenüber seinem Schöpfer die Weigerung des Menschen die göttlichen Gebote für ein friedvolles von Liebe erfülltes Leben einzuhalten verlangt nach Wiedergutmachung durch Reue Buse und Sühne Der Ruf nach Umkehr auf dem unheilvollen Irrweg der Sünde die Aufforderung zur Buse und Sühne um sich mit Gott wieder auszusöhnen ist das grundlegende Thema der Heiligen Schrift der ganzen Heilsgeschichte des Menschen Die Erlösung von den Folgen der Sünde von Krankheit Leid und Tod ist seit jeher das größte Anliegen des ganzen Menschengeschlechtes Das Flehen der in die Sünde verstrickten Menschen nach einem Erlöser durch die Menschwerdung des göttlichen Sohnes erhöht und durch sein Gräußersuch erfüllt worden Doch das Anwes der Erde ist immer noch von der Sünde gezeichnet die in der heutigen Zeit ein Ausmaß erreicht hat das wie ein Krebs geschwür die ganze Erde überzieht und das Gott so auf Dauer nicht hinnehmen wird Die Botschaften von Fatima und von Ungarn sind ein Ausdruck dafür wie sehr sich alle himmlischen Kräfte um die Rettung der Seelen für das ewige Leben bemühen Von eminenter Bedeutung für Fatima wurde dabei die Offenbarung über das unbeflechte Herz Mariens als Zuflucht für alle Sünder alle Sünder Weg der zu Gott führt Bei der zweiten Erscheinung am 13. Juni 1917 sagte Lucia die Gottesmutter sie bat Lucia die Gottesmutter sie alle drei in den Himmel mitzunehmen Ja antwortete Maria Ja Zinta und Francisco werde ich bald holen Du musst noch länger auf der Erde bleiben Jesus will sich deiner bedienen damit ich besser erkannt und mehr geliebt werde er möchte auf Erden die Verehrung meines unbefleckten Herzens verbreiten Nach einem leidvollen Leben ist Francisco dann mit elf Jahren gestorben und bald danach hat die Mutter Gottes Jacinta im Alter von zehn Jahren in das Himmelreich heimgeholt die Schwester Lucia hat ein hohes Alter von über 90 Jahren erreicht bevor sie Gott heimgerufen hat von Beginn der übernatürlichen Erscheinungen an haben die drei Kinder der Bitte der Mutter Gottes entsprechend viele Opfer zur Sühne auf sich genommen sie verzichteten zum Beispiel auf das Mittagsbrot und gaben es den Armen als die drei Seherkinder in ein Gefängnis eingesperrt und mit dem Tode bedroht worden sind da sagte Francisco zu der weinenden Jacinta weinen nicht opfern wir es Jesus für die Sünder auf als man den sterbenden Francisco fragte leidest du viel da antwortet er ja aber ich leide aus Liebe zu Gott und unserer lieben Frau nach seinem Tod erkrankte Jacinta an einer eitrigen Brustfellentzündung sie litt unter heftigen Schmerzen die von Tag zu Tag größer wurden doch das kleine Mädchen klagte nie und opferte nach ihren eigenen Worten all ihre Leiden für die Sünder auf sie ertrug alles in echter Opfer Gesinnung und dieser bewunderungswürdigen Opferbereitschaft haben die beiden Kinder stellvertretend Sünde geleistet zur Wiedergutmachung der Sünden anderer Menschen gegen Gott und das unbeflächte Herz Mariens Wie war die Situation in Ungarn bei Elisabeth Kindelmann in den 23 Jahren in denen sie die Botschaften über die Liebesklamme empfangen hat auch ihr Sinn von Jesus und der Mutter Gottes immer wieder große Opfer auferlegt worden die sie Bereitwilligung mit großem Starkmut bis an ihr Lebensende ertragen hat bereits am 12. Dezember 1964 sagte der Herr zu Elisabeth Unsere Vereinigung hat hier auf Erden jene Stufe erreicht in der deine Seele von der Sehnsucht nach dem Martyrium durchdrungen ist Das macht uns auf Neue bewusst Gottes Wege zum Heil der Menschen sind leidvoll Jeder Blick auf den gekreuzigten Heiland muss das tief in unsere Seele einprägen Fragen wir nun abschließend wo durchgehen die Offenbarungen über die Liebesflamme über die Botschaften in Fatima hinaus so lässt sich dazu Folgendes sagen erstens das große Mysterium des unbeflägten Herzens Mariens ist weiter entfaltet worden in Ungarn wird zum ersten Mal geoffenbart dass die Liebe des dreifaltigen Gottes vereint ist mit der Liebe des unbeflägten Herzens Mariens zweitens diese vereinte Liebe der heiligsten Dreifaltigkeit mit dem unbeflägten Herzen Mariens besteht seit der Menschwerdung des göttlichen Sohnes doch erst jetzt bricht sie als Liebesflamme als eine gewaltige Gnadenflut zur Rettung der Seelen aus dem Herzen der Gottesmutter heraus Am 19. Oktober 1962 sagte Maria meine Liebesflamme ist so groß und mächtig dass ich sie nicht mehr länger in mir verdrängen kann mit ausbrechender Kraft strömt sie euch zu damit mehr Seelen vor der ewigen Verdammnis gerettet werden drittens In Fatima ruft Maria zur Buse und Sühne auf und weist bei allen ihren Erscheinungen auf den Rosenkranz hin den die Gläubigen täglich beten sollen in Ungarn bietet sie beim Rosenkranz in jedem Ave Maria zu beten Mutter Gottes überflute die ganze Menschheit mit dem Gnaden Wirken deiner Liebesflamme jetzt und in der Stunde unseres Todes über die Liebesflamme sagt sie in ihrer ersten Botschaft am 13. April 1962 ein neues Mittel einen wahren Lichtstrahl gebe ich euch er ist die Flamme der Liebe meines Herzens Zünde damit das Deinige an und gib sie weiter Viertens Den mächtigen Gnadenstrom der Liebesflamme will die Mutter Gottes über die ganze Menschheit über die ganze Erde ausbreiten um dadurch Seelen zu retten und den Gläubigen bei der Heiligung und Vervollkommnung ihres Lebens zu helfen durch die Liebesflamme will sie die Menschen auch vor den Versuchungen und Verführungen der dämonischen Kräfte schützen Fünftens Wenn die Liebesflamme so bedeutungsvoll ist ja warum wirkt die Mutter Gottes dann kein großes Wunder wie in Fatima um alle Menschen von der Wahrheit dieser Botschaft zu überzeugen Diese Frage wird beantwortet durch ihre Botschaft vom 19. Oktober 1962 mit den Worten Ich will dass die Liebesflamme meines unbefleckten Herzens in der Tiefe der Herzen ihre Wunder wirkt Und Jesus bekräftigt am 17. Januar 1964 mit den gleichen Worten Die Bekehrung und die Rettung unzähliger Seelen ist ein weit größeres Wunder als eine phänomenale Natur Doch dieses Wunder der Liebesflamme vollzieht sich nach dem Willen Gottes im Stillen 6. Noch stärker als in den Botschaft in Fatima drängt Maria in Ungarn auf unser Mitwirken mit der gnadenvollen Zuwendung Gottes Sie sagt am 23. Juli 1963 Mit euch vereint rette ich euch Opfer und Gebet das sind eure Mittel zur Rettung der Seelen Je mehr Opfer bereite und im Gebet wachende Seelen es geben wird umso wirksamer wird die Kraft meiner Liebesflamme sein versichert es jelige Jungfrau am 6. Dezember 1964 Siebtens in den ungarischen Offenbarungen hebt Maria immer stärker die stellvertretende Sündeleistung für unsere Mitmenschen heraus wir sollen nicht nur für unsere eigenen Sünden Buße tun sondern durch Gebet und Opfer Bereitschaft auch für unsere Mitmenschen eintreten so wie der Herr sein Kreuzes Opfer für die ganze Menschheit vollbracht hat obwohl er selbst frei von jeder Sünde war zu dieser stellvertretenden Sühne sind wir als Glieder am mystischen Leibe Christi fähig achtens in Fatima sagt Maria am Ende wird mein unbeflecktes Herz triumphieren in Ungarn kündet sie an der Sieg meines unbefleckten Herzens wird sich durch die Liebesflamme verwirklichen der nach der göttlichen Vorsicherung verheißene Sieg Mariens beruht zum einen auf der Rettung der Seelen durch die Gnadenflut ihrer Liebesflamme zum anderen auf der Verblendung und Vernichtung der satanischen Kräfte in ihrer Macht als Schlangen Zertreterinnen und zu diesem machtvollen die ganze Menschheit umgreifenden Wirken hat der Ewige sein höchstes Geschöpf die jungfäuliche Gottesmutter Maria in der Endzeit ermächtigt Fassen wir zusammen Das Heil der Menschenwurzel dem Erbarmen des ewigen Vaters und dem Kreuz des Opfer unseres Erlösers Jesus Christus Ohne die heiligen Wunden und das kostbare Blut Christi gibt es für den Menschen kein Heil Doch der Allmächtige hat Maria in seinem Heilswerk in einzigartiger Weise mit Christus verbunden insbesondere durch ihre Zustimmung bei der Menschwerdung des göttlichen Sohnes und durch ihr Mitleiden in der Passion des Herrn Maria bietet jetzt allen Menschen ihre Liebesflamme an damit sie sich in dieser von der Sünde verfinsterten unheilvollen Welt Gott wieder zuwendet und sich durch Buse und Sühne mit ihm wieder aussöhnt Nur so kann die Heilsheit ihres göttlichen Sohnes an uns Frucht bringen Nehmen wir die Liebesflamme des unbefleckten Herzens dieses gnadenvolle Licht zum Heil unserer Seele an Öffnen wir unser Herz dafür und geben wir diesen Lichtstrahl zur Rettung der Seelen an unsere Mitmenschen weiter Es ist eine überströmende Gnadenquelle die uns führt auf dem Weg zu Gott die uns anhält zu einem gottgefälligen heiligen Leben Es ist ein Gnadenstrom der uns anleitet in der Liebe in der Wahrheit unseres Lebens hier auf Erden unser Leben zu vollenden Die Liebesflamme ist eine Kraft die die Bosheit besiegt und uns bewahrt vor den teuflischen Versuchungen und Verführungen dieser Zeit die so unheilvoll und verderblich auf die Menschen einwirken bieten opfern und leben wir im Geiste der Liebesflamme zum Heil unserer Seele zum Heil der Seelen unserer Mitmenschen ja zum Heil der ganzen Welt Amen Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes Amen Tegnap 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 und heute hat Süs eine Üzenet und eine Üzenet Das szeretnénk jetzt verlor und Wester Hildegard lefordert Auch gestern und heute hat die Mutter Gottes eine Botschaft gegeben von Wester Agnes die ich übersetzt habe Die zweite alleine das ist vielleicht nicht so gut im Deutsch Ich bitte um Entschuldigung aber ich hoffe dass ihr trotzdem verstehen könnt den Sinn Beim ersten hat der Pader Leichmann geholfen also das ist ein besseres Deutsch bei dem zweiten ist nicht mehr so sicher Also gestern hat die Mutter Gottes gesagt Meine lieben Kinder Ich selbst habe Ich selbst habe euch eingeladen Ich habe euer Herz dafür geöffnet dass ihr euch danach sehnt meine Liebesflamme mehr und mehr kennenzulernen Ich habe euch dazu eingeladen euch in den Mysterien meiner Liebesflamme zu versenken In meinem unbefleckten Herzen ist dieses große Wunder verborgen Nähert euch deshalb mir meinem unbefleckten Herzen und meiner Liebesflamme mit kindlicher Liebe und demütiger Seele Wenn ihr euch als Kinder mir nähert sollt ihr das überaus bedenkliche Verhalten eines Erwachsenen beiseite legen Gewisse Dinge sollt ihr zwar gut überdenken und euch danach überlegt entscheiden Es ist aber notwendig dass ihr die euch durch die Liebesflamme angebotene Gnadenhilfe mit offenem Herzen annehmt Ich möchte euch mit mütterlicher Liebe helfen euch zu öffnen damit ihr die in der Liebesflamme euch angebotenen Gnadengeschenke immer mehr annehmen könnt Durch meine Liebesflamme möchte ich eure seelischen Wunden heilen Die in der Liebesflamme verborgene überströmende Gnade vermag die seelischen Wunden zu heilen Zuerst überstrahlt die überströmende Gnade der Liebesflamme euer Herz und eure Seele Auf diese Weise wird das böse Wirken des Satans gemindert oder ganz aufhören Danach erkennt die Seele ihre Verwundung die durch meine mütterliche Liebe nach und nach geheilt wird So wirke ich in der Tiefe deiner Herzen die Wunder meiner Liebesflamme Das möchte ich in euch euren Lieben ja sogar in allen Menschen durch das Ausströmen meiner Liebesflamme tun Ich segne euch durch die Liebesflamme meines unbefleckten Herzens im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes Amen Und heute ist Maria Mutter Hilfe der Christen hat sie auch eine entsprechende Botschaft gegeben Als Hilfe der Christen wende ich mich an euch meine lieben Kinder und bitte euch dass auch ihr mir zu Hilfe kommt mit betender Sühnen der Seele Ich möchte die Hilfe aller Christen sein Sogar auf die ganze Menschheit ströme ich die Liebesflamme meines unbefleckten Herzens aus zu eurer Rettung und Heiligung Dieses Gnadenausströmen hilft euch und allen Menschen die Liebe des Vaters zu finden und nach seinem Willen zu leben Wie die Christen Jahrhunderte hindurch so oft den Schutz und die Hilfe meiner mütterlichen Liebe erfahren haben so könnt auch ihr sie erfahren Bittet mich wendet euch mit Vertrauen und mit kindlichem Glauben an mich Ich kann und will euch helfen In der Liebesflamme meines unbefleckten Herzens liegt eine so große Kraft die wenn ihr sie gebraucht euer ganzes Leben und euer Herz ändern und in der Liebe erneuern vermag durch die aus meinem unbefleckten Herzen strömenden Liebe Auf die ganze christliche Welt ja sogar auf die ganze Menschheit will und werde ich die Liebesflamme meines Herzens ausströmen dazu bitte ich um euer Mitwirken um eure Hilfe wenn die Arbeit gemeinsam ist so ist auch der Lohn das Lob gemeinsam deshalb bitte ich euch helft mir bei der Rettung und Heiligung der Seelen das ist eine große Aufgabe eine ernste Berufung zu der Arbeit bekommt ihr aber Kraft und Gnade von meinem Heiligen Sohn die ich euch vermittle die Gnade Liebe Freude und der Segen meiner Liebesflamme möge euer Herz erfüllen und das möge euch und euren Lieben auf dem engen und steilen Pfad der Liebe zu Gott helfen ich segne euch durch die Liebesflamme meines unbefleckten Herzens im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes Amen die Botschaften werden hier wahrscheinlich getippt und ich hoffe dass wir am Ende der Exerzitien dann auch verteilen können die Wie wir in der Botschaft der Mutter Gottes gehört haben, möchte sie als Hilfe der Christen, allen Christen ja sogar der ganzen Welt zu Hilfe, von ihrer Liebesflamme, also bitten wir heute besonders um das Ausströmen ihrer Liebesflamme für uns, für die Christen und für die ganze Menschheit, wie sie darum bittet, um die Seele zu retten und heiligen. Der Herr hat am 13. Mai, also 2013, gesagt, ich bin für euch Kind geworden und ich bitte euch auch für mich Kind zu werden und mit kindlicher Gesinnung zu lassen zu, dass meine Mutter euch zu mir führt. Es ist sehr gut zu wissen, dass wir nicht alleine sind, nicht auf uns gelassen sind, sondern der Herr ist im Allerheiligsten Altarssakrament mit uns geblieben und durch ihn im Heiligen Geist können wir dem himmlischen Vater uns nähen und immer näher kommen. Und die Mutter Gottes, die der Herr uns unter dem Kreuz auch als unsere Mutter, himmlische Mutter gegeben hat, führt uns immer näher zu Jesus und durch Jesus auch zum himmlischen Vater. Jesus hat darum gebeten, wie wir im Evangelium lesen, will mir jemanden nachfolgen, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir. Denn wer sein Leben erhalten will, der wird verlieren, wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der auch von uns bittet Jesus um Verzicht, oft um Selbstverleugnung und dass wir uns ganz aufopfern und ihm hingeben. A Szeretetlángüzeneteket 1962-től kezdte adni a Szűzanya Elzsébet Asszonynak, ezt pedig megelőzte egy másik misztikus léleknek az előkészítő előfutára volt, Galgóci Elzsébet. Neki mondta a Szűzanya a következőt. Die Botschaften über die Liebesflamme hat der Herr und die Mutter Gottes angefangen 1962 der Elisabeth Kindelmann zu geben. Aber wie alle großen Heilereignisse, so auch das Ausströmen der Liebesflamme hatte eine Wegbereitung. Wie der Johannes Teufel den Weg des Herrn vorbereitet hat, so bedurfte auch das Ausströmen der Liebesflamme auch eine Wegbereitung. Und die Mutter Gottes sagte, diese Wegbereiterin des Ausströmen der Liebesflamme war eine ungarische stigmatisierte Mystikerin Elisabeth Galgóci. Auch ihr Buch können Sie hier besorgen. Über sie hat der Pater Pio gesagt, als ungarische Pilger zum Pater Pio gegangen sind, hat er gesagt, warum kommt ihr zu mir? Und ihr habt zu Hause die Elisabeth Galgóci, warum geht ihr nicht zu ihr? Aber sie hat sehr verborgen gelegt und wenige haben sie gekannt, obwohl sie eine ganz große Zühne zähle war und auch Mystikerin. Die Mutter Gottes hat sie gelehrt, wie man Jesus lieben kann und wie man auch die Menschen lieben soll. Und auch ihr Tagebuch heißt, die Liebe kennt keine Grenzen. Das hat die Mutter Gottes auch ihr gelehrt, dass ihre Liebe keine Grenzen kennen soll. Und sie hat ihr folgendes gelehrt, die Mutter Gottes. Ich wünsche von dir keine großen Sachen, nur ein Wort, das du zurückhältst, einen Blick, auf den du verzichtest, eine durchwachte Stunde, während du an mich denkst, und das Meer deiner Schmerzen, das nur ich sehe. Und was auch sehr wichtig ist, ist, dass diese Zühne, die Egezüge der Zühne zählen, die Jäzüge der Zühne zählen, wenn sie sehr wichtig sind. Das ist sehr wichtig, was die Mutter Gottes dann ihr sagt. Vereinige diese mit meiner Liebe und mit den unendlichen Verdiensten Jäzü, dann gewinnen sie großen Wert. Nicht unsere Werke, unsere kleine Opfer haben großen Wert, sondern wenn wir unsere Werke, unsere Opfer vereinen mit den Verdiensten, mit den Leiden des Herrn und mit den Verdiensten der Mutter Gottes, dann gewinnen sie einen großen Wert. Auch die Katharina Emmerich, die andere große Mystikerin, deutsche Mystikerin, hatte eine Vision. Sie hat gesehen, die Werke ihrer Menschen, die ihre Leiden, ihre Werke und alles vereint haben mit den Verdiensten des Herrn und der Mutter Gottes, wurden mit goldenen Buchstaben aufgeschrieben im Himmel. Also das ist sehr wichtig, dass wir oft daran denken und auf Opfer unsere Werke und Opfer und vereinen sie mit den Verdiensten des Herrn und der Mutter Gottes. Wenn du wüsstest, wie lieb von mir die Zählen sind, die sich auf Opfer. Also solche Zählen sind eine Wohne für mich und aus solchen treuen Zählen gründe ich für mich eine kleine Schär für die Rettung der Welt. Also wir sollen nicht daran nicht so denken, unsere kleine Werke und Gebete und Opfer haben nicht große Kraft, sondern wenn wir wirklich vereinen sie mit den Verdiensten des Herrn und der Mutter Gottes, dann können sie so große Wirkung haben, dass die Mutter Gottes durch unser Mitwirken, durch ihre Liebe und durch die Liebe Gottes natürlich, dann die Welt retten kann und die viele Seelen noch retten kann. Und das soll unsere größte Aufgabe sein, sagt sie. Deshalb bitte ich unentwägt darum, dass ihr Zühne leistet, dass ihr Zühne leistet. Und dann hat die Mutter Gottes abschließend noch folgendes gesagt, sagte Elisabeth Gaguzzi, ich möchte einen zühnenden Schar und du sollst das durch deine Leiden ermitteln vom Herrn. Mit diesem zühnenden Schar werde ich auch zusammen pflegen. Mein unbeflecktes Herz wird am Ende triumphieren und die ganze Welt wird meine Macht erkennen. Und az az érdekes, hogy ezt 1949. augusztusában mondta a Szűzanya Galgóczi Erzsébetnek, akkor pedig még se a szeretetlánkról, nem tudott senki az egész földön se, mert 62-től Galgóczi Erzsébet halála után kezdte kinyilatkoztatni a Szűzanya egymás schikmystikus léleknek. Das hat die Mutter Gottes, der Elisabeth Galgóczi 1949 gesagt, also dann wusste sie auch noch nichts und niemand noch von der Liebesflamme. Das ist sehr interessant auch, dass sie war die Wegbereiterin der Liebesflamme und sie ist am 27. März 1962 gestorben und nach zwei Wochen am 13. April 1962 bekam tatsächlich Elisabeth Kindelmann dann die erste Botschaft über die Liebesflamme. Und a Galgóczi Erzsébet is Mária Remettén halt meg und es ist auch eine Függung Gottes sicher kein Zufall, dass die Elisabeth Galgóczi ihr Leben in Mária Remetté in Budapest, ein Marienwalfarzor, der beliebteste Marienwalfarzort in Ungarn, beendet hat, also sie hat zuletzt dort gelebt. Und auch die Elisabeth Kindelmann ist hat dort gelebt und auch wir können jetzt dort leben. Also wir haben auch auf sehr wunderbare Weise ein Haus bekommen, gerade dort, das heißt auf Deutsch Maria Einsiedeln, weil das Gnadenbild von Maria Einsiedeln, die Kopie des Gnadenbildes von dort ist und deshalb nennt man den Ort dort auch Maria Einsiedeln und dort hat das Bild auch Wunder gewirkt, aber auch diese Mystikerinnen haben dort gelebt und im Stillen durch sie konnte die Mutter Gottes auch ihre Wunder wirken. Als Üdvösségtörténet soran Isten először Mózesnek nyilatkoztatta ki a benne lángoló isteni szeretetet az égő, de el nem élgő csipkebokor képében. Während der Heißgeschichte, im Laufe der Heißgeschichte hat Gott zuerst Mózes geoffenbart, die in ihm brennende, diese göttliche Liebe, das gebrannt, aber dieser Tonbusch hat gebrannt, aber nicht verbrannt. Mert Istenben a szeretet oldhatatlan tüze öröklobogással langol. Wie auch in Gott diese unauslöschliche Liebe mit einer ewigen Flamme. Szent Mihály így magyrászta ezt egyszer. Der Heilige Erzengel Michael hat das einmal so erklärt. Isten a lángoló szeretet, őt szimbolizálja Mózes égő, de el nem égő csipkebokra. Gott ist die Flamme der Liebe. Der brennende, aber nicht verbrennende dortbusch, des Mózes zimboliziert ihn. Benne a szeretet oldhatatlan tüze végtelen lobogással langol. In ihm lóder, das unauslöschliche Feuer der Liebe mit unendlichen Flammen. Ezzel az örök szeretettel akarja Isten az ember üdvösségét. Mit dieser ewigen Liebe will Gott das Heil der Menschen. durch die menschwerdung durch die Erlösung und durch das Weg der Heiligung zum ewigen Heil. Nach unseren Tagen, wo wir schon erwähnt haben, die Zünde so überflutet, wie die Mutter Gottes sagt, noch nie war der Sündenflut so groß wie in unseren Tagen, obwohl es früher auch einige Male schon so groß war, dass man sogar Gott Sintflut geschickt hat und so weiter. Wir kennen auch Sodoma und Gomorra die Geschichte, also oft war es schon sehr hoch, der Gnadenflut. Aber die Mutter Gottes sagte, in unserer Zeit ist es so groß, dass wir eine überströmende Gnade brauchten, dass wir überhaupt damit kämpfen können. Durch die Massenmedien verbreitet sich so schnell alles Böse und Schlechte, dass wir wirklich die überflutende Gnade Gottes brauchen, dazu fähig zu werden, damit zu kämpfen. Und deshalb hat die Mutter Gottes uns erfährt vom Himmlischen Vater, das Ausströmen der Liebesflamme, damit wir durch die Kraft der Liebesflamme stark und unbesiegbar werden. In der Liebesflamme vereint sich die Liebe Gottes, die unendliche Liebe Gottes mit der mütterlichen Liebe ihres höchsten Gesöpfes, der Mutter Gottes. A Szeretetetnek a fényes ragyogása által a gonoszság fejedelme, fejedelmére és követőire értelmi homályszál. Durch dieses strahlende Leuchten dieser großen Liebe Gottes und der Mutter Gottes wird zártan verblendet. Szüß Mária meghívott bennünket, hogy amennyire csak rajtunk múlig, vele egyesülve, együttműködve akarjunk e-tuláradó kegyelem kiáradásáért dolgozni. Und die Mutter Gottes hat uns dazu berufen, dass wir beim Ausströmen dieser Gnadenflut mit ihr mitwirken, durch unser Gebet und Opfer, wie sie gesagt hat, das sind eure Mittel. Und einige haben gesagt, warum erst jetzt überströmt die Mutter Gottes ihre Liebesflamme aus, wo sie das schon, sage Menschwerdung Christi, in ihrem Herzen hat. Und das hat sie geantwortet, weil der Sündenflut noch nie so groß war wie heute. Und das konnte sie nicht mehr zusehen, dass so viele Menschen verloren gehen, weil wir diese überflutende Gnade brauchen und nicht haben. Und wie können wir mit der Mutter Gottes mitwirken? Wenn wir uns durch die Mutter Gottes, durch ihr unbeflecktes Herz, der Heiligsten Dreifaltigkeit wahlen oder aufopfen. Ezt először Monforti Grignon Szent Lajos tanította. Der Heilige Ludwig Grignon von Monfort hat sehr gut gelehrt das. Er hat gelehrt, dass man die Taufgelübde erneuern soll zuerst feierlich, und dann täglich erneuern, täglich wiederholen diese Erneuerung der Taufgelübde. Und das ist auch der Heilige Ludwig Grignon Szent Lajos tanbietet. Er hat auch gesagt, dass er das auch immer wieder zuerst beherrt. Und das ist auch der Heilige Ludwig Grignon Szent Lajos tanbieter. öfters betont, das ist vor Gott sehr wohlgefällig, wenn wir nach dem Weihgebet des heiligen Grignon von Montfort durch die Mutter Gottes der heiligsten Dreifaltigkeit weihen und aufopfern und wenn wir wirklich täglich unsere Taufgelübde erneuern und dieses Versprechen in uns, was wir durch die Mutter Gottes Gott gegeben haben, in uns wachhalten und wirklich leben dieses Versprechen, dieses Taufgelübde. Und in dieser Föregebet der Frau ist die Liebe und die Liebe, dass wir die Mutter Gottes und die Mutter Gottes, also wir sollen die Mutter Gottes als unsere Mutter und Königin lieben. Das ist auch der Sinn dieser Weih, dass wir durch sie uns Gott weihen und aufopfern, uns auch auf sie ganz anvertrauen, damit sie als Mutter und Königin uns führen kann. Und so kümmert sich um uns die Mutter Gottes, um ihre Kinder, und führt uns auf dem kürzesten und sichersten Weg, so Jézus. Szent Mihály so weitergeht. Szeressétek, tiszteljétek Szűz Máriát, mint Jó Édesanyát és Királynőtöket, akinek gondja van gyermekeire, s mindazokra, akik általa akarnak Istennek szolgálni. Der Erzsöge Michael hat das betont, liebt und verehrt die Heilige Jungfrau Maria als gute Mutter und Königin, die sich um ihre Kinder kümmert, um all diejenigen, die durch sie Gott dienen wollen. Das ist ein Großes Segen, wenn jemand alles durch Maria, um Gott, um alles durch Maria bittet und erreichen möchte. Weil wenn Gott uns so genähert hat durch Maria, dann sollen auch wir Gott durch Maria nähen. Das ist dann auch für uns der sicherste und kürzeste Weg. Gott hätte auch nicht gebraucht, sozusagen, durch jemanden uns zu nähen. Und trotzdem wollte er eine lebende Mutter. Durch Maria ist er in die Welt gekommen, und wir sollen auch durch Maria zu ihm kommen. Und sokan seid ihr hier, älteren. Wer ist das, der am besten kann die Kinder lernen, 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 lernen? Nur eine Frau, nur eine Frau, nur eine Frau, nur eine Frau. Und in der spirituellen ist die Frau, das ist die Frau, älteren, die wir wollen, lernen, lernen. Viele Männer sind unter euch, und sie können sicherlich gut verstehen, dass eine Mutter ihr Kind am besten lieben, lernen kann. Und auch, dass die Mutter Gottes, die am nächsten zu Gott und zu Jesus steht, kann uns am besten lehren, Jesus und den. Auch Johannes Paul II. war sein Lieblingsbuch auch diese vollkommene Marien-Andacht vom Heiligen Grignion, Ludwig Grignion. Erről így vallott, hogy határozott fordulatot hozott az életébe ez a könyv. Er hat darüber gesagt, dieses Buch hat eine große Wende in sein Leben gebracht. Lelkifejlődésében nagyon meghatározó volt. Das war sehr bestimmend in seiner geistlichen Entwicklung. Egy időben mindenhova magáhoval vitte. Er hat eine lange Zeit überall mitgebracht dieses Buch. Mindig újra és újra kézbe vette, és egy-egy részletet elolvasott belőle, és így egyre jobban belevésődött a szívébe. Er hat immer wieder gelesen, ein Teil davon, und es dann sehr tief ins Herz eingeschrieben worden. Ennek pedig az lett az eredménye, hogy gyermekkorának az Isten képe átalakult egy felnőtt Isten képé. Er hat gesagt, dass ergebnis dessen wurde, dass das Gottesbild seiner Kindheit überwandelt worden ist in ein Gottesbild eines Erwachsenen. Und ugyanakkor a szűzanya iránti szeretete is megváltozott. Ez a gyermekes ragaszkodás egy igazi Isten-anyai kapcsolata lett a szűzanyával, olyan értelemben, hogy teljesen a szűzanyára tudott bízni mindent. Und auch seine Beziehung zur Mutter Gottes hat sich geändert. Also seine Anhänglichkeit zur Mutter Gottes, die Anhänglichkeit eines Kindes, das wir eigentlich aufbewahren sollen. Aber es kam noch dazu, dass diese Beziehung zur Gottesmutter auch so stark wurde, dass er dann alles übergeben konnte der Mutter Gottes mit großen Fertrauen. Egy időben azt gondolta még II. János Pál is, illetve hát még fiatalkorában, hogy a szűzanya elválasztja őt az Úrtól. Tehát, hogyha a szűzanya által közeledik Jézushoz, akkor ez egy akadály. És ahogy olvast ezt a könyvet, akkor Grignon Szent Lajosnak a tanítása megvilágosította, hogy nem elválasztja, hanem sokkal közelebb vezeté a szűzanya Jézushoz őt. Zuerst hat er gedacht, wie viele andere auch meinen, dass die Beziehung der Mutter Gottes etwas wegnimmt von der Beziehung des Herrn. Und dann ist er darauf gekommen, dass der Gegenteil der Fall ist, dass die Mutter Gottes uns eigentlich zu sich nur deshalb nahe führt, damit sie uns dem Herrn ganz nahe führen kann. Mi is amikor átadjuk magunkat a szűzanyának, ő pedig anyai szeretettel elfogad minket, akkor segít, oltalmaz és támogat minket az Isten felé vezető utunkon. Wenn wir uns die Mutter Gottes ganz übergeben, dann schütz sie uns und hilft sie uns auf unserem Wegzugot. És hogyha ezt az imádt elimádkozzuk, először természetesen átelmélkedjük és úgy imádkozzuk, aztán rendszeresen, akkor azt felismerjük, hogy az önáltadásban valóban nagy erő és kegyelem rejlik, és ez nyilvánul meg ebben a felajánlásban. Wenn wir dieses Gebet auch betrachten, dann erkennen wir, dass es in der Hingabe, in der Ganzhingabe, eine große Kraft und Macht liegt. Und das öitzert sich auch in diesem Feiergebet. Szent Mihály, Szent Mihály, így folytatja. Der Heilige Erzengel Michael sagt, Szent Lajos megmutatta és tanította az embereket a legtökéletesebb Mária tiszteletre. Der Heilige Ludwig Grignon von Montfort leerte den Menschen die vollkommene Marienverährung. Tanítása pedig soha nem avul el, mindig a jelennek szól és üde, mert a Szentlélek fuvallata él és elever eleven. Seine Lehre veraltet nie. Sie richtet sich stets an die Gegenwart und bleibt immer jung und lebendig, da sie durch den Hauch des Heiligen Geistes lebt. A Szentlélek elvezet benneteket a tökéletes Mária tiszteletre, égi édesanyátokhoz és királynőtökhöz, pedig gondoskodó anyai szeretetével vezet, segít benneteket Isteni Szentfiához. Jézus Krisztushoz, aki egyetlen közvetítő az Atyához a Szentlélekben. Der Heilige Geist führt euch zur vollkommenen Marienverehrung und unsere himmlische Mutter und Königin leitet und hilft euch zu ihrem göttlichen Sohn Jézus, der im Heiligen Geist der einzige Mittler zum Vater ist. Tehát a Szűzönja vezet minket életütünkön, hogyha engedjük és átadjuk magunkat neki. Die Mutter Gottes führt uns auf unserem Lebensweg, wenn wir das zulassen, wenn wir uns ihr übergeben. Csak tőlünk függ, hogy tényleg átadjuk-e magunkat, és tud-e vezetni minket. Also es hängt von uns ab, ob wir uns wirklich ihr übergeben und ob sie so uns wirklich führen kann. In unserem Leben ist das wichtigste, dass wir suchen und finden unser Lebensziel, also was von uns persönlich Gott erwartet. Unsere Aufgabe. Szent Pál írja, hogy az odafent valókat keressétek, ahol Christus ül az Atya Jobján. Der Heilige Paulus schreibt, und sucht, was oben ist, wo Christus sitzt auf dem Rechten des Vaters. Tehát, hogy az Égiek felé irányítsuk a gondolatainkat. Númer! Azt is, hogy az égészen, hogy az égészen mintha vaján целven. Tehét is férják, hogy az Égészen túl legyen ami szereztek, hogy az égészen átadjuk mindig semmit, az égészen átadunk, hogy az égészen átadunk, az égészen átadunk, és az égészen átadunk, az égészen átadunk, az égészen átadunk, a szereztünk, az égészenként a szépten. Und das ist das Wichtigste, unser ewiges Leben, wie das ausschein wird, und nicht unser irdisches Leben, das höchstens 80, 90, 100 Jahre ist. Wenn wir unsere Aufmerksamkeit nach den himmlischen richten, dann finden wir auch besser unser Lebensziel, unsere persönliche Aufgabe. Und die Mutter Gottes sagte, auch der Maria Agreda, dass es eine Torheit ist, so zu denken, mir genügt es, wenn ich in den Himmel komme. Sie sagte, es gibt einen großen Unterschied zwischen dem Grad der ewigen Seligkeit der Menschen, der ewigen Glückseligkeit der Menschen. Also, das ist sehr wichtig, das Wichtigste eigentlich, wie glücklich wir auf ewig sein werden. Und das hängt von unserem irdischen Leben ab. Wie weit wir unser Herz gemacht haben für die Liebe Gottes, durch unsere Gebete, Opfer, durch das Streben, Gott kennenzulernen, durch sein Wort, durch die Betrachtung über seine Worte. Und in dem Maß werden wir auch, weil wir, je mehr wir Gott kennen, umso mehr lieben wir ihn, weil er ist die Liebe selbst. Und je mehr wir ihn lieben, umso größer wird unser Herz sein, umso mehr erweitern wir unser Herz für seine Liebe, umso mehr können wir von seiner Liebe aufnehmen. Und dann nach dem Maß, wie der Herr sagt, nach dem Maß, mit dem ihr messt, wird auch euch gemessen werden. Und die kleine heilige Theresia sagt auch ein sehr schönes Beispiel, dass im Himmel werden alle, die Liebe im Himmel wird in allem überströmen, also die Glückseligkeit. Aber es ist nicht gleich, ob ein Fingerhut oder ein Kübel oder ein Fass voll ist mit dieser Glückseligkeit. Also es ist sehr wichtig, dass wir hier auf Erden uns danach streben, die Liebe Gottes so zu erwidern, dass wirklich unser Herz immer mehr Liebe von ihm aufnehmen kann. Und dann können wir auch unsere Nächsten viel mehr lieben. Und auch sie, also es ist nicht egoistisch zu denken, wenn ich Gott mehr liebe, das ist Egoismus danach zu streben, weil dann können wir auch andere Nähe bringen zu Gott. Und dann können wir auch selbstverleugnung und verzichten, das auch üben. Weil die Selbstverleugnung und Verzicht führt uns von unserem Egoismus auf die Freiheit. Dann merken wir besser die Noten und die Bedürfnisse anderer und durch unseren hilfsbereiten Dienst werden wir frei für andere. Und das Verzicht öffnet unser Herz sogar unser ganzes Leben und Persönlichkeit zu Gott und zu unseren Mitmenschen. Deshalb hat der Herr gesagt, der Verzicht ist die größte Waffe. Wenn wir durch Maria uns Gott wählen, dann von dann an betrachtet die Mutter Gottes als ihre besondere Eigentum. Ich schütze euch und wache über euch. Ihr müsst jedoch mir, meiner Macht als Gottes Mutter und meiner sorgenden Liebe unerschütterlich vertrauen. Mit diesem Vertrauen im Herzen müsst ihr all das tun, was euch betrifft. Nur so könnt ihr mit mir mitwirken im großen Werk meiner Liebe. Also hat Gott nicht so automatisch entwickelt, sondern er hat uns deshalb freien Willen gegeben, damit wir frei seine Liebe erwinnen, damit wir frei uns für ihn entscheiden. Und dass wir unser ewiges Schicksal so darüber entscheiden, sodass wir immer vor Augen halten unser ewiges Schicksal und so unsere Entscheidungen treffen. Danach. Minél tisztább a szívünk, minél kevésbé van eltelve önmagával, és minél inkább igazodunk az isteni akarathoz, annál nagyobb szeretettel fog lángolni a szívünkben az isteni és a isten iránti szeretet, és annál inkább tudjuk az embertársainkat is szeretné. Je reiner unser Herz ist, je weniger es mit sich selbst erfüllt ist, umso mehr können wir uns an den heiligen Willen Gottes richten, und mit umso größerer Liebe wird unser Herz flammen oder brennen zu Gott, und mit diesem brennenden Liebe können wir dann auch unseren Menschen dienen. Also wenn wir alles so durch Maria, durch ihre Hand, durch ihr unbeflecktes Herz Gott darbeten und aufopfen, dann in ihrer mutterlichen Liebe schmückt sie unsere Seele mit ihren Tugenden. Szüß Mária-tól, mint égi édesanyánktól kérjünk mindent, tőle várjunk mindent, és reméljünk Isten felé vezető lelki haladásunkat az erényes útján, életútján. Also von der seligen Jungfrau Maria, als von unserer himmlischen Mutter sollen wir um alles bitten, von alles von ihr erwarten und hoffen auf unserem Weg zu Gott, den Fortschritt auf diesem Pfad des tugendhaften Lebens. Und holnap, ennek szellemében, imádkozzuk már, illetve ezentúl minden nap ezt a felajánló imát, amivel mindennapunkat szoktuk kezdeni. Ma is ezzel az imával kezdtük. Und még ezt a kicsit. Es gibt ein schönes Gebet noch vom Heiligen Grignon von Monfort. Üdvözlégy, Mária, égi édesanyám! Gegrüßet seist du, Mária, meine himmlische Mutter! Hited fénye, oszlassa szét lelkem sötétségét, mély alázatosságot, alázatosságot, törje meg gőgömet! Das Licht deines Glaubens möge die Finsternis meiner Seele erhellen. Fénséges szemlélődésed álítsa meg csapongo képzeletem szétszortságát. Deine tiefe Demut soll meinen Hochmut brechen. Durch deine erhabene Betrachtung soll die Zerstreutheit meiner Gedanken anhalt gebeten. Szüntelen Istenrevetet tekinteted, töltse meg emlékezetemet az ő jelenlétével. Dein ständig auf Gott gerichteter Blick soll meine Gedanken mit seiner Gegenwart erfüllen. Szüntelődésseletetének tüze, tagitszaki és lobbancsalángra, szüntelődésselet és hidegszéget. Das Feuer der Liebe deines Herzens möge, die Lauheit und Kälte meines Herzens entflammen. Deine Tugenden mögen meine Sünden vertreiben. Deine Verdienste mögen mich zieren és tegyenek engem kedvessé Isten előtt. Und mögen mich vor Gott wohlgefellig machen. Ha lehetséges, add, hogy egyedül a Te lelked éljen bennem. Gib mir das allein Deine gezinung in mir lebt. Hogy egyedül a Te szíved éljen és lángoljon bennem, hogy olyan tiszta és lángoló szeretettel szemlélhessem Istent, mint Te magad. Das gib mir, hogy nur Dein Herz in mir lebt és in mir flammt, hogy megy, hogy mit so reinem és flammender Liebe lieben kann, wie Du selbst. Amen. Ez Grignons Szent Lajosnak az imádsága volt a végén. Ez Grignons Szent Lajosnak az imádsága volt a végén. Aztán a végén. És az új nevédelként a végén. Aztán, hogy a végénes készítszteni, hogy a közövőjön is, mert a végén. hogy a lényesként a végén. Aztán a végénes. Aztán a végénes, a végénes, a végénes, és a végénes. Amen. A végénes, amit a végénes, az a múl. A végénes, O reines des Herz Mariens, übervoll von Güte, zeig uns deine Liebe. Deines Herzens, Flamme, O Maria, komme herab auf alle Menschen. Präge deine Liebe in unsere Herzen ein, sodass wir uns nach dir sehnen. Wir lieben dich unendlich. O Maria, milden und demütigen Herzens, steh uns bei, wenn wir sündigen. Du weißt, dass alle Menschen sündigen. O gib, dass wir durch dein reinstes und mütterliches Herz von allem, was unsere Seele krank macht, geheilt werden. Gib, dass wir immer die Güte deines mütterlichen Herzens schauen können und dass wir uns durch die Flamme deines Herzens bekehren. Amen. Das wäre das Wesentliche der Liebesflamme, dass wir durch die Flamme des unbefleckten Herzens Mariens immer mehr bekehren. Jetzt möchte ich von dem Tagebuch der Elisabeth Kindelmann, der Erstbegnadete, die wichtigsten Botschaften ein bisschen ausgreifen und bringen. Morgen spreche ich ein bisschen ausführlicher über ihr Leben, aber damit wir bis zum Ende vielleicht diese Botschaften hören können, die wichtigsten, möchte ich jetzt auf die Botschaften konzentrieren. Wie Frau Leichmann hat auch schon zitiert, in der ersten Botschaft der Mutter Gottes hat sie der Elisabeth Kindelmann gesagt, Ich gebe euch einen Lichtstrahl in die Hand. Er ist die Flamme der Liebe meines Herzens. Zu dieser Flamme gib deine Liebe hinzu und gib sie weiter. Ich bin eure gütige und liebende Mutter und mit euch vereint, Hand in Hand rette ich euch. Euer Land hat der heilige König Stephan mir geweiht und ich habe ihm versprochen, seine Bitte und die der ungarischen Heiligen im Herzen zu tragen. Ein neues Mittel möchte ich euch in die Hände geben. Ich bitte euch, nehmt das an und habt Verständnis dafür, denn ich schaue traurigen Herzens auf euch herab. Dann sprach sie schon in dieser ersten Botschaft der Mutter Gottes darüber, dass wir den Donnerstag und den Freitag als besondere Gnadentagen betrachten sollen und an diesen beiden Tagen ihrem göttlichen Sohn ganz besonders Sühne leisten sollen. Sie hat dann auch erklärt, dass die Art und Weise der Sühne ist die Sühnesstunde in der Familie. Sie wollte, dass die Gnade der Liebesflamme vor allem aus den Familien ausstrahlen möge auf die Menschheit, weil die Familie ist die kleinste Zelle der Gesellschaft und auch sogar gute, gottgeweihte Berufungen stammen meistens von einer guten christlichen Familie. Also es ist sehr wichtig, dass die Liebesflamme, wie sie formuliert hat, wie wir auch hören werden, das Feuerherd der Familien aufwärme und sie möchte auch ihre Wunder in den Familien wirken durch die Liebesflamme und sagte auch, sie möchte, dass jede Familie ein Gnadenort sei. So, eigentlich dann brauchen wir auch nicht so viele, obwohl es sehr gut ist, Pilgerfahrten zu machen, aber wir sollten so leben, dass jede Familie ein Gnadenort sei. Das möchte die Mutter Gottes. Sie sagte dann, wie wir beten sollten, wie diese Sühnesstunde in der Familie sein sollte. Diese Stunde, die ihr in Sühne verbringt, soll mit geistlicher Lesung beginnen. Dieser mögen der Rosenkranz und andere Gebete in gesammelter Andacht folgen. Haltet die Sühnesstunde mindestens zu zweit oder zu dritt, denn ihr wisst, wo zwei oder drei im Namen meines Sohnes versammelt sind, ist er dabei. Seiner Bitte gemäß bekreuzigt euch fünfmal zu Beginn. Dabei empfiehlt euch durch die heiligen fünf Wunden meines göttlichen Sohnes, dem ewigen Vater. Ebenso sollt ihr die Sühnesstunde auch beschließen. Pflegt auch morgens, abends und tagsüber die Andacht, nacheinander fünfmal das Kreuzzeichen zu machen und empfiehlt euch dabei durch die Wunden meines heiligen Sohnes, dem himmlischen Vater. Dies bringt euch durch meinen heiligen Sohn näher zum himmlischen Vater und euer Herz wird mit Gnaden erfüllt. Die gnadenvolle Flamme, die ich euch aus meinem unbefleckten Herzen gab, soll von Herz zu Herz gehen und alle Herzen entzünden. Das wird das große Wunder sein, dessen Licht Satan blenden wird. Sie ist das Feuer der Liebe und Eintracht, die ich durch die Verdienste der heiligen Wunden meines göttlichen Sohnes beim ewigen Vater erwirkt habe. Die allerseligste Jungfrau versprach ihren Beistand, damit diese kleine Flamme sich wie Lauffeuer verbreite. Das ist auch geschehen inzwischen, ist die Liebesflammenbewegung in der ganzen Welt verbreitet worden, in allen fünf Kontinenten, in 70 Ländern. Deshalb können wir sagen, eigentlich eine der größten marianischen Bewegungen, die in der ganzen Welt verbreitet ist. Ich werde ein bisschen noch darüber sprechen am letzten Tag vielleicht, wie es in den verschiedenen Ländern schon, wie weit es schon ist. Im Vergleich zu Europa ist zum Beispiel viel mehr verbreitet in Amerika. Und es hängt davon ab, mit wie offenem Herzen man das aufnimmt. Und vielleicht deshalb ist dort mehr verbreitet. Also hier haben wir gesehen, wie wertvoll das Betrachten der heiligen fünf Wunden Jesu ist. Und auch dieses fünfmalige Kreuzzeichen. Und dass wir dann durch die heiligen Wunden des Herrn uns dem himmlischen Vater aufopfern. Und dann wird unsere Seele mit Gnaden erfüllt. Das sagt die Mutter Gottes. Dann über die Gnadenwirkung der Liebesflamme, was wir schon zitiert haben, aber sehr wichtig, weil die Mutter Gottes betont das immer wieder im Tagebuch. Ich sage dir, meine Tochter, eine solche gewaltige Gnadenflut, wie die jetzt lodernde Flamme der Liebe meines Herzens, wurde euch noch niemals gegeben, seit das Wort Mensch geworden ist. An euch liegt es, sie nicht abzuweisen, denn das würde große Zerstörung mit sich bringen. Das ist ein großes Gnadengeschenk, ein großes Gnadenangebot, aber wir sollen das schon annehmen und darum bitten, damit die Mutter Gottes dadurch helfen kann. Meine Tochter, meine Liebesflamme ist so entbrannt, dass ich nicht nur ihr Licht, sondern auch ihre Wärme in voller Kraft euch zu übertragen wünsche. Diese meine überströmende Liebe sprengt den Hass der Hölle, der die Welt im Banne hält, damit umso mehr Seelen vor der ewigen Verdammnis gerettet werden. Ich sage dir, so etwas gab es noch nie. Das ist mein größtes Wunder, dass ich jetzt an euch wirke. Also wir müssen die Worte der Mutter Gottes sehr ernst nehmen und wirklich dieses große Gnadengeschenk, wie der Herr auch gesagt hat, dieses Gebet, Mutter Gottes überflutet die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken, diese Deine Liebesflamme, soll ein ständiges Bittgebet auf unsere Lippen und in unserem Herzen sein, damit das wirklich Frucht bringen kann, diese große an den Menschen zur Rettung und Heiligung der Seelen. Also das sollen wir ständig vor Augen halten, wie großes Gnadengeschenk wir in der Liebesnahme bekommen haben und dass wir das auch so darum bitten, dass es ausströmt, damit es auch Frucht bringen kann für die Seelen. Sie hat so fortgesetzt, ich will, dass die Liebesflamme meines unbefleckten Herzens überall bekannt werde, so wie auch mein Name auf der ganzen Welt bekannt ist, die in der Tiefe der Herzen ihrer Wunder wirkt. Das zeigt auch die Bedeutung der Liebesflamme, weil wenn die Mutter Gottes will, dass es so bekannt werde in der ganzen Welt, wie ihr Name ist, dann will sie wirklich allen das mitteilen und über alle ausströmen und allen dadurch helfen. Sie sagt, ich, der schöne Strahl des Morgenrots, verblende Satan. Die Menschheit werde ich von der sündigen Lava des Hasses befreien. Kein einziger Sterbender darf verdammt werden. Schaut endlich auf mich und nehmt meine fürbittende Hilfe in Anspruch. Ich kann und will euch auch helfen, wie sie auch heute gesagt hat, wenn ihr doch schon euren guten Willen und Eifer, wenn ich doch schon euren guten Willen und euer Eifer sehen würde. Schiebe meine heilige Sache nicht auf. Ihr vertrödelt sehr viel Zeit. Der Böse arbeitet mit viel größerem Eifer und Erfolg als ihr. Das schmerzt mich so sehr. Und an Jesus, meine Tochter, gib die Liebesflamme meiner Mutter dringend weiter, damit ihr die strafende Hand meines Vaters abhalten könnt. Meine Liebes, das ist die Mutter Gottes wieder, meine Liebesflamme sucht mit dem heiligen Josef auf den Straßen Bethlehems Herberge. Wir flüchten vor dem Hass des Herodes. Weißt du, wer die Verfolger sein werden? Die Feiglinge, die um ihre Bequemlichkeit fürchten, die Warnenden, die Trägen, die alles Besserwissenden, wie unter der Maske der Klugheit sich Tarnenden. Ja, diese stoßen gegen meine Liebesflamme vor, wie einst Herodes gegen den Leib des unschuldigen Jesuskindes. Aber wie damals der himmlische Vater, das Jesuskind in seinen Schutz nahm, so beschützt er jetzt meine Liebesflamme. Der himmlische Vater wird für sie Sorge tragen. Erinnere dich, ich sagte, wir müssen hinaus in Bethlehems dunkle, schmutzige, von Lärm erfüllte Straßen, um für meine Liebesflamme eine Herberge zu suchen. Meine kleine Karmeliterin, du kommst mit mir und dem heiligen Josef. Die Liebesflamme meines Herzens sucht Herberge. Übernimm die Sorge und die Liebe meines mütterlichen Herzens, mit denen auch ich mit dem heiligen Josef verdemütigt in der dunklen Ungewissheit Herberge suchten. Jetzt musst du dich auf den Weg machen, still, ohne Klage, verdemütigt, unverstanden und erschöpft. Ich weiß, das ist schwer, aber dein Erlöser ist mit dir. Auch mir hat das Kraft gegeben. Der heilige Josef begleitet dich. Bitte ihn nur. Da sehen wir bei diesem Zitat auch, was der Pfarrer Leichmann auch zitiert hat, dass die Mutter Gottes sagte, nur durch Demütigen und Leid kann meine heilige Sache vorankommen. Und der Herbst selbst war auch so oft verdemütigt und so viel gelitten. Und auch so auch die Mutter Gottes und auch deshalb ihr großes Werk kann auch nur so vorankommen, wenn wir diese Opfer auch auf uns nehmen Verdemütigungen und die Leiden. Während der Nachtwache begann die Mutter Gottes mit mir zu sprechen. Dabei übergoss sie meine Seele mit dem grenzenlosen Schmerz ihres mütterlichen Herzens und sprach, meine Tochter, nur eine Mutter kann meine Bedrängnis und den tiefen Schmerz meines Herzens verstehen. Darum spreche ich zu dir. Du weißt, was Besorgnis ist. Ach, wie viele meiner Kinder stürzen in die Verdammnis. Der Schmerz darüber bedrückt mich. Ich will ihn mit dir teilen, um dich dadurch anzuspornen, mit unserem heiligen Vorhaben zu beginnen. Du bist auch eine Mutter und die Sorgen meines Herzens sind auch dein Gehen. Währenddessen vermehrte sie in meiner Seele ihren mütterlichen Schmerz. Wir haben gehört auch heute Vormittag im Vortrag des Frau Leichmanns, dass die Mutter Gottes auch den Fatima Kindern die Hölle gezeigt hat, damit sie dann umso mehr bereit sind, um sie auch anzuspornen, Opfer zu bringen und zu beten für die armen Sünder und wie viele Opfer diese kleinen Kinder gebracht haben, wie große Opfer und wie viel sie gebetet haben für die armen Sünder. Also das war das Ziel auch der Mutter Gottes wie sie der Elisabeth Kindelmann diese Worte gesagt hat und wie sie ihren mütterlichen Schmerz mit ihr geteilt hat. Sie hat auch erklärt, deshalb hat sie eine Mutter erwählt, weil sie am meisten sich vorstellen kann, was das bedeuten würde, wenn ihr Kind oder ihre Kinder verloren gehen würde, was sie alles nicht tun würde, was für Opfer sie nicht bringen würde, um sie zu retten. Aber auch uns alle möchten die Mutter Gottes als geistige Mutter machen, um Seelen zu retten für die Ewigkeit. Also auch Gottgeweihte können seelische oder geistige Mütter werden und dadurch sehr viele geistige Kinder haben im Himmel. noch über die Gnadenwirkung der Mutter Gottes der Liebesflamme sagte die Mutter Gottes durch meine Liebesflamme die ich jetzt auf die Erde sende beginnt die Epoche einer bisher nie gekannten Gnaden Zeit. Sei meine Gehilfin. Das Gnadenwirken meiner Liebesflamme will ich über alle Völker und Nationen ausbreiten auch über die Ungetauften. Feuer werden mit Feuer löschen. Ich werde mit euch vereint ein solches Wunder wirken mit dem die Wissenschaftler der Welt vergebens Versuche machen. Sie werden es niemals lösen können. Dies kann nur die Weisheit der reinen und gottliebenden Seelen begreifen denn sie besitzen Gott und seine Geheimnisse. Ja meine Tochter Feuer werden wir mit Feuer löschen das Feuer des Hasses mit dem Feuer der Liebe. Die vom Feuer des satanischen Hasses erfüllte Flamme schlägt schon so hoch dass Satan glaubt sein Sieg sei sicher aber meine Liebes Flamme verblendet Satan diese Liebes Flamme habe ich dir übergeben und in Bälde wird sie ihre Bestimmung erreichen denn die aus meiner Liebe verbrechenden Flammen löschen das Feuer der Hölle meine Liebes Flamme wird das ganze Erdenrund mit unvorstellbarem Licht und wohltuender Wärme überströmen meine Tochter dazu brauche ich Opfer dein Opfer euer Opfer damit die vom höllischen Hass brennenden Geister und Herzen den sanften Schein meiner Liebes Flamme übernehmen und die Mutter Gottes spricht hier über die Verblendung des Satans und das ist wirklich eine Tatsache ist eine Wirklichkeit nicht nur symbolisch sagen sie das beweisen immer mehr Exorzisten zu uns kommen sie immer mehr damit sie noch mehr im Geheimnis der Liebes Flamme sich vertiefen und damit sie an der Quelle beten und sie beweisen sie sagen dass wirklich zum Beispiel wo es nichts mehr hilft dann bitten sie um das Ausstimmen der Liebes Flamme und dann werden die Besessene sehr schnell und sie kommen von Amerika hier von Salvador und Nicaragua und auch aus Österreich von von überall kommen die Exorzisten schon und beweisen und sagen dass es stimmt was die Mutter Gottes sagt dass es wirklich so den Satan verblendet deshalb ist es sehr wichtig weil nicht nur so besessenen Leuten kann die Liebeslame helfen sondern es gibt auch viele die zum Beispiel vom Alkohol oder Rauschgift oder so so abhängig sind und wir können ihnen auch helfen sie zu befreien von dieser Anhänglichkeit an verschiedene Sachen damit sie auch ganz in der Freiheit der Kinder Gottes leben können das ist das größte Werk der Barmherzigkeit wenn wir wenn wir für sie das flehen können dann sagte die Mutter Gottes bemüht euch um die Verblendung Satans denn ihr werdet wegen der vielen vielen Seelen einmal zur Verantwortung gezogen werden ich will dass keine einzige Seele verdammt werde also das ist nicht nur ein großes Gnadengeschenk die Liebes Slamme sondern auch eine große Verantwortung wie wir damit umgehen ob wir das auch gebrauchen die Seelen zu retten und nichts soll wichtiges für uns sein als wirklich die Seelen Rettung wenn wir uns vorstellen deshalb hat die Mutter Gottes auch die Hölle gezeigt den Kindern was es bedeutet ein ewiges Leben lang ohne Gott zu leben wenn wir zum Beispiel traurig sind oder leiden wie schwer ist das für uns auch für eine kurze Zeit wir sollen uns vorstellen dass es kein Ende hat das bedeutet die Hölle dass man in einer Ewigkeit ohne Gott ohne Liebe ohne Freude ohne Frieden leben muss wir können uns gar nicht vorstellen wie schrecklich das ist und davor will die Mutter Gottes die Seelen retten sie ist die Mutter aller Menschen und es tut ihr sehr weh wirklich und dem Herrn zuzusehen wie die Menschen in die Verdammnis kommen und auch der Herr dann hat er umsonst sein großes Opfer gebracht und umsonst gelitten für diese Menschen also das sollte wirklich unser größtes Herzens Anliegen sein und wir sollen immer vor Augen halten dass wir dem Herrn und Mutter Gottes helfen bei der Rettung der Seelen und wir werden wirklich im Himmel umso glücklicher sein je mehr Seelen wir gerettet haben für die Ewigkeit und sie werden unvorstellbar dankbar sein auch uns das wird auch unsere Freude noch steigen ihren Dank weil sie durch unsere Gebete durch unsere Opfer unsere Opfer gerettet worden sind für die Ewigkeit also größeres können wir nicht tun auf Erden als Seelen zu retten und wir haben viele Mittel viele Möglichkeiten dazu wir können eigentlich alles aufopfern dafür die Mutter Gottes ich werde auch aufzählen weil die Mutter Gottes sagt auch welche Mittel uns zur Verfügung stehen zu der Verblendung des Satans und die Seelen zu retten durch die Liebesflamme zum Beispiel unsere Gebete unsere Opfer tägliche Arbeit aufzuopfern also alles können wir eigentlich unsere Pflicht alles aus Liebe aufopfern für die Rettung der Seelen und dann tun wir das Größte was wir tun können besonders wenn wir das in der Liebe Gottes tun deshalb müssen wir immer mehr vereint mit dem Herrn leben ich werde auch bald lesen dieses schöne Gebet was der Herr der Elisabeth Kindelmann gelehrt hat was ist das Gebet der Vereinigung mit dem Herrn dass wir alles mit dem Herrn vereint tun und dann ist unser Wirken unser Leben am wirksamsten dann können wir durch den Herrn durch die Liebe des Herrn am meisten Seelen retten weil der himmlische Vater schaut dann mit dem größten Wohlgefallen an uns herab weil er uns seinen heiligen Sohn entdeckt seine Liebe und das ist das wichtigste wie der heilige Paulus schreibt ich lebe aber nicht mehr ich lebe sondern der Herr lebt in mir Galata 2 20 das ist das das ist das wichtigste Ziel dass wir immer mehr vereint mit dem Herrn leben und lieben dann kann er am meisten in uns und durch uns wirken und das ist eigentlich auch die Heiligkeit die Heiligen haben immer haben alle so vereint mit dem Herrn gelebt und dieser grad der vollkommenen Vereinigung mit dem Herrn erreicht und je mehr sie das erreicht haben umso heiliger waren sie das soll auch unser Ziel sein und dieses Gebet wenn ich schon darüber spreche möchte ich schon vorlesen aber auch viele kennen das schon und der Herr hat Elisabeth Kindelmann gesagt gebeten sie möge das oft beten weil das seine ewigen Wünsche sind dieses Gebet ist unser Schritte mögen gemeinsam gehen unsere Hände mögen gemeinsam sammeln unsere Herzen mögen gemeinsam schlagen unser innerstes empfinde gemeinsam die Gedanken unseres Geistes seien eins unsere Ohren mögen gemeinsam auf die Stille hören unsere Augen mögen ineinander schauen und sich verschmelzen unsere Lippen mögen gemeinsam zum ewigen Vater um Erbarmen flehen ich muss sagen ich mag dieses Gebet auch sehr weil das wirklich das wesentlichste ist alles sollen wir mit dem Herrn vereint tun und die Mutter Gottes hat uns auch gebeten nach der Heiligen Kommunion dieses Gebet zu beten weil dann ist die Vereinigung mit dem unsere Vereinigung mit dem Herrn am innigsten also nach der Heiligen Kommunion und die Schwester Anna eine Ordensschwester die sehr fühlt die Liebeslamme für die Verbreitung der Liebeslamme also nach der Heiligen Kommunion und die Schwester Anna eine Ordensschwester die sehr fühlt die Liebeslamme für die Verbreitung der Liebesflamme getan hat er hat eine schöne Erklärung zu diesem Gebet geschrieben das möchte ich noch vorlesen dieses Gebet ist eine Waffe in euren ja das hat der Herr gesagt zuerst dieses Gebet ist eine Waffe in euren Händen denn wenn jemand mit mir wirkt wird auch Satan geblendet und dadurch werden die Seelen von der Sünde frei also das verblendet auch den Satan und jetzt kommt die Erklärung von Shostana dieses einfache Gebet drückt den ewigen Wunsch Jesu gut aus dass wir im täglichen Leben ständig mit ihm vereint leben das ist der irdische Vorgeschmack deren vollkommenen Vereinigung die im Himmel auf uns wartet Es Es ist nämlich die Eigentümlichkeit der Liebe dass sie sich nach Vereinigung sehnt und sich nicht beruhigt ist bis sie das nicht erreicht Diese Sehnsucht zwischen Gott und der Seele ist gegenseitig Es ist der eingepflanzte ewige Wunsch auch der menschlichen Seele die göttliche Liebe zu besitzen da nur das allein ihn wirklich glücklich macht In diesem Gebet besteht das Wesen und Ziel der Liebesflamme diese innere Vereinigung der Seele mit Gott immer mehr zu vertiefen und entfalten Das ist ein sehr tiefer Wort Sie hat sehr gut erkannt Das hat auch die Mutter Gottes bestätigt obwohl sie das damals noch nicht wusste weil später hat die Mutter Gottes gesagt dass in diesem Gebet der Sinn und Wesen der Liebesflamme verborgen ist Also wie Pfarrer Leichmann auch gesagt nicht nur die Ungläubigen und Sünder sollen wir retten für das ewige Leben sondern dass die Liebesflamme eine große Gnadenhilfe auch für uns bei der Heiligung unseres Lebens und das ist besonders dann für uns für die Gläubigen eine große Hilfe dieses Gebet um immer mehr vereint mit dem Herrn zu leben und dass diese unsere Beziehung mit dem Herrn immer inniger wird und diese Vereinigung mit ihm und jetzt noch zurück ein bisschen zu der zu unserer Verantwortung die Mutter Gottes sagte Die Verantwortung ist groß aber eure Arbeit wird nicht vergeben sein der vereinten Arbeit soll keine einzige Seele fernbleiben dann wird das sanfte Licht meiner Liebesflamme brennen und auf dem ganzen Erdkreis zünden Satan wird erniedrigt und unfähig gemacht seine Macht weiter auszuüben und wir sehen in der Welt wie groß seine Macht ist überall Pflegt keine passive Haltung gegenüber meinem heiligen Anliegen durch die wenigen durch die kleinen und demütigen muss dieses ausströmende Gnade dass die Welt erschüttern wird beginnen jeder der diese Botschaft in die Hand bekommt nehme dies als eine Einladung an und niemand von euch möge sich darüber entrüsten oder sich entschuldigen ihr alle seid meine kleinen Werkzeuge ich kann dafür ein lebendiges Beispiel sagen wie jetzt ist ist er schon Priester jemand der das ernst genommen hat diese Worte der Mutter Gottes dass jeder der diese Botschaft in die Hand bekommt nehme dies als eine Einladung an so war dieser Priester damals hat er noch studiert an einer anderen Universität Universität für Gartenbau oder so und dann als er das gelesen hat kam er zu einer Liebesflammen Gebetsstunde und dann hat die Liebesflamme sein Herz schon sehr berührt und dann ist er weiterhin gekommen zu den Gebetsstunden wir haben fast gemeinsam angefangen ich erinnere mich noch an ihn also die Gebetsstunde zu gehen und dann hat er dort auch seine Priesterberufung bekommen durch die Liebesflamme dann er war sehr auch sehr begabt und dann ging er zuerst in den Priesterseminar und dann ist er nach Rom gekommen zu studieren aber er hat selbst festgestellt dass die Mutter Gottes ihm dabei geholfen hat er hat sehr klar erkannt auch weil er in Rom dann in den Seminar des Johannes Paul dem zweiten gekommen ist wohin 500 Jahre glaube ich fünf Ungarn gekommen sind also das war schon ein sehr großes Geschenk und dort hat er auch eine so gute Erziehung bekommen und er ist immer wieder auch zu uns gekommen inzwischen und ich habe festgestellt wie weise er geworden ist durch diese Schule der Mutter in der Schule der Mutter Gottes und des Herrn dort auch durch diese gute Erziehung in Rom und jetzt ist er der priesterliche Ratgeber der ganzen Liebesflammen Bewegung und so hat es angefangen er hat dieses Wort der Mutter Gottes gelesen jeder der diese Botschaft in die Hand bekommt nehme dies als eine Einladung an und es ist jetzt für ihn wirklich das größte Herzensanliegen die Liebesflammen ich erinnere mich auch als er noch seine Doktorarbeit geschrieben hat war schon Priester und hat mir erzählt auch eine heilige Messe gefeiert hat hat gebeten dass die Mutter Gottes durch die Liebesflamme ihn erleuchtet bei seiner Doktorarbeit und er hat immer wieder so stark erfahren diese Erleuchtung des Verstandes auch durch die Liebesflamme er konnte dann viel besser schreiben also das stimmt auch dass durch die Liebesflamme unser Verstand erleuchtet wird aber auch unser Herz entzündet wird zur Liebe Gottes und dann sagt noch der Herr meine Tochter die weitergab der Liebesflamme sei das höchste Ziel deines Lebens sie muss gehen wie der Wasserlauf niemand und nichts kann sich in ihren Weg stellen dieser Wasserlauf ist meine Gnade die reinigt wenn nötig zerstört oder Leben rettet und gibt aber sie muss fließen denn Gott will es so und noch paar Mittel die empfohlenen Mittel zur Verblendung des Satans was ich vorher auch schon erwähnt habe das erste Mittel das beste und wirksamste Mittel ist die heilige Messe der Besuch der heiligen Messe da sagt die Mutter Gottes wenn Messe 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 steigert im allerhöchsten grade die Verblendung Satans dann auch die Anbetung des Altarsakramentes die Messe sagte der Elisabeth wenn jemand vor dem Allerheiligsten Sühnen eine Anbetungsstunde hält oder das Allerheiligste Altarsakrament besucht verliert in jener Pfarrgemeinde während dieser Zeit Satan seine Macht über die Seelen er wird geblendet also in der ganzen Pfarrgemeinde ist auch ganz schon große Wirkung sie verspricht sogar wenn man organisiert dass man in der ganzen Nacht Gebetswache hält im Geist der Liebesflamme dann wird in dieser Pfarrgemeinde keine Seele verdammt werden und je mehr Leute sich anschließen umso weniger Zeit muss man dann wachen in der Nacht und ich kenne auch in Ungarn eine Pfarrgemeinde wo das organisiert ist und sie sind schon so viele dass sie nur sehr wenig Zeit wach sein müssen in der Nacht und das ist dann sicher eine sehr große Gnadenhilfe für die Pfarrgemeinde dann dann über das kostbare Blut das ist sehr wichtig die Kraft des Liebestem und kostbares Blut das sind die zwei größten Gnadenschätze würde ich sagen natürlich enthalten der Heiligen Messe ich bin also der Herr sagt ich bin der Blutspender der Welt von meinem göttlichen Blut könnt ihr trunken werden könnt ihr das mit eurer Vernunft begreifen ich bin der große Blutspender der Welt mein heiliges Blut erwremt die frostige lahme Kraft eurer Seele und bringt sie in Bewegung ich lasse es überfließen und würde es auf alle Geschöpfe der ganzen Welt überströmen lassen nur ihr müsstet euch in die heilige Behandlung meiner göttlichen Hände begeben warum wollt ihr nur gewöhnliche Menschen bleiben ihr müsst danach streben vergöttlicht zu werden damit ich an euch meine Wunne habe meine Wunne in euch und unter euch zu leben mein Tisch ist unentwegt gedeckt ich der Geistgeber habe alles aufgeopfert gebe euch mich selbst schaut nach dem Empfang des heiligen Blutes in eure Seele und nehmt doch dieses Brausen wahr das mein heiliges Blut in euch bewirkt seid nicht so gefühllos nehmt nicht die Gewöhnung soll euch zu meinem Tisch bringen sondern das Feuer der Liebe das durch mich und mit euch vereint die Sünden eurer Seele verbrennt ach wie warte ich sehnsüchtig auf diese große Entscheidung auf eure freiwillige Liebe wann kommt ihr endlich so zu mir also wir müssen sehr ernst nehmen dass wir wirklich nicht aus Gewohnheit zur heilige Kommunion gehen sondern bewusst machen dass der Herr sich selbst sein Blut sein sein Leib sein Leben seine Gottheit uns schenkt und deshalb sagt er vergöttlich zu werden weil wir können sein göttliches Leben besitzen er nimmt uns hinein in sein ewiges göttliches Leben durch die Heilige Kommunion das ist das größte Wunder das größte Geschenk was wir überhaupt bekommen können das sollen wir immer bewusst machen vor der Heiligen Kommunion dass wir den Herr selbst Gott bekommen und in unser Herz aufnehmen können ich glaube es war jetzt sehr dicht und vielleicht für heute genügt so viel und dann morgen beenden wir noch den Rest und ich glaube heute bei der Anbetung am Abend werden wir auch Stille haben und dann können wir auch ein bisschen betrachten über diese Botschaften weil die sind wirklich sehr tief und dann können wir ein bisschen in unsere Erinnerung rufen und auch vorhaben was wir dann beherzigen wollen und was wir dann ändern wollen in unserem Leben auf Wunsch des Herrn und der Mutter Gottes Amen im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes Amen also jetzt um 18 Uhr also 6 Uhr Abendessen und dann um halb 8 Anbetung in der Krypta wir können beginnen nochmal allen schönen guten Morgen allen den hier sagen liebe Schwestern und Brüder im Herrn in der gestrigen Predigt habe ich die Botschaften über die Liebesflamme des unbefrägten Herzens unter dem Aspekt der Sühne etwas eingehender betrachtet heute wollen wir die Offenbarungen über die Liebesflamme in Beziehung bringen mit der ganzen Schöpfungs- und Heilsgeschichte Gottes und dabei konzentrieren wir uns auf die Aussagen der ersten Botschaft von Maria über die Liebesflamme die sie am 13. April 1962 der mystisch begnadeten Elisabeth Kindlmann gegeben hat es war damals am schmerzhaften Freitag an dem die Kirche nach all der Tradition der seelischen Leiden von Maria in der Passion gedachte die ihr bei der Darbringung des Jesu Kindes im Tempel von Jerusalem von Simeon prophezeit worden ist mit den Worten dir selbst wird ein Schwert durch die Seele dringen an diesem Gedenktag vor 51 Jahren sagte die Mutter Gottes zu Elisabeth meine kleine Karmeliterin viel wird gesündigt im Land hilf mir retten wir es ich gebe euch einen Lichtstrahl in die Hand und das ist die Liebesflamme meines Herzens meine Tochter nimm diese Flamme die ich zuerst dir überreiche zünde damit das deinige an und gib sie weiter von einem Lichtstrahl sprach Maria von einem Lichtstrahl der vom Himmel auf die Erde fällt der Licht bringt in die geistige Finsternis der Menschen die sich von ihrem Schöpfer mehr und mehr abwenden und seine Gebote missachten Licht und Finsternis sind es die die Menschen umgeben seit sie nach dem ersten Sündenfall aus dem Paradies vertrieben worden sind die ganze Menschheits- und Heilsgeschichte steht seit Jahrtausenden unter dem Einfluss der Kräfte und Mächte von Licht und Finsternis in der Seele eines jeden Menschen spielt sich ständig ein Kampf ab zwischen den lichterfüllten himmlischen Kräften die ihn zu Gott hin führen und den finsteren dämonischen Geistwesen die den Menschen zur Sünde verführen und in den Abgrund stürzen wollen der Mensch steht in diesen geistigen Strömungen und er muss sich mit seinem freien Willen entscheiden ob er das Gute oder das Böse wählt in der Heiligen Schrift heißt es über diese beiden Wege ich habe dir Leben und Heil Tod und Unheil vor Augen gestellt wenn du den Geboten Gottes gehörst indem du auf deinen Wegen wandelst so wirst du am Leben bleiben wenn du aber dein Herz abwendest und nicht gehorchst wenn du dich verführen lässt fremde Götter anzubeten so wirst du unfehlbar zugrunde gehen Leben und Tod Segen und Fluch habe ich dir vor Augen gestellt Wähle das Leben in dem du deinen Gott liebst und seiner Stimme gehorchst Deuteronomium 30 15 Alle göttlichen Offenbarungen weisen hin auf das Licht auf die geistige Quelle des Guten der Wahrheit der Liebe der Vollkommenheit und der immerwährenden Seligkeit dieses Gnadenbringende Licht hat einen Ursprung in Gott denn Gott ist Licht sagt der Apostel Johannes in seinem Evangelium diese Wahrheit ist auch im Glaubensbekenntnis unserer Kirche fest verankert mit den Worten über Jesus Lumen de Lumine Licht vom Licht ja der Herr sagt von sich selbst ich bin das Licht der Welt wer mir nachfolgt wandelt nicht in der Finsternis sondern wird das Licht des Lebens haben bereits vor der Menschwerdung des göttlichen Sohnes verkündet der Prophet Jesaja im Heiligen Land Auf Werde Licht denn es kommt dein Licht und die Herrlichkeit des Herrn geht leuchtend auf über dir Denn siehe finsternis bedeckt die Erde und dunkel die Völker doch über dir geht leuchtend der Herr auf seine Herrlichkeit erscheint über dir Jesaja 60 1 Die Geburt des göttlichen Kindes des Messias verheißt Jesaja mit den Worten über denen die im Land der Finsternis wohnen strahlt ein Licht du erregst lauten Jubel und schenkst große Freude der Schöpfer des Universums hüllt sich nicht nur in Licht wie in ein Kleid wie der Psalmist sagt sondern er spricht auch das Urwort der biblischen Schöpfungsgeschichte das auf der ersten Seite der Heiligen Schrift steht es werde Licht und es wurde Licht und Gott sah dass das Licht gut war mit diesem ersten Schöpfung kam eine belebende Kraft in das Weltall die letztend den ganzen Lebensprozess in der Schöpfung auslöste und bewirkte Licht ist das Ausströmen das Ausstrahlen aus dem Ewiggöttlichen von dem alles Leben abhängt dem Propheten Habakkuk wurde über Gott geoffenbart seine Hochheit überstrahlt den Himmel sein Ruhm erfüllt die Erde er leuchtet wie das Licht der Sonne ein Kranz von Strahlen und gibt ihn in ihnen verbirgt sich seine Macht Johannes weist darauf hin dass es in Gott in diesem strahlenden Licht keine Finsternis gibt und deshalb kann auch nichts Unreines in den Himmel eingehen alles muss gereinigt werden jede unreine Seele geläutert werden ehe sie in die Herrlichkeit des Himmels eingehen kann und diese Läuterung vor der wir alle stehen die nimmt Gott sehr ernst da darf sich niemand falschen Vorstellungen machen auch wenn heute in einem missverständlichen Sinne in vielen Predigten nur noch die alles verzeihende Barmherzigkeit Gottes verkündet wird ja Gott ist barmherzig aber und nur zu den Gläubigen die in tiefer Reue auf dem Weg der Sünde umkehren Buse tun und sich aufrichtig bemühen nach dem Willen Gottes zu leben und seine Gebote zu befolgen alle anderen werden die Gerechtigkeit Gottes erfahren wenn sie vor dem Richter des Lebens stehen Wer daran Zweifel hat dem empfehle ich die umfangreiche Literatur über Visionen und Offenbarungen glaubwürdiger heiliggesprochener Mystiker über den Läuterungsprozess im Fickfeuer zu lesen Was die Menschen heute in dem weltweiten Abfall von Gott am dringendsten brauchen ist das göttliche Licht das die Finsternis der sich ausbreitenden Sünde vertreibt jenes Licht das die Seelen durch die Gnade Gottes erhält und dem menschlichen Sinn und dem menschlichen Leben Sinn und Orientierung gibt auf dem Weg des Heiles in der Kirche kommt dieses Streben nach Licht symbolisch zum Ausdruck bei der Verkündigung des Wortes Gottes wenn beim Evangelium zwei Kerzen getragen werden noch deutlich in der Osternacht wenn die am gesegneten Feuer entzündete Osterkerze in die unbeleuchtete Kirche und der dreimalige Ruf erschallt Lumen Christi Christus das Licht im feierlichen Osterlied heißt es dann Lob singe du Erde überstrahlt vom Glanz aus der Höhe Licht des großen Königs umleuchtet dich sie geschwunden ist aller Orten das dunkel auch du freue dich Mutter Kirche umkleidet von Licht und von herrlichem Glanze das Licht als Symbol für Christus für die Wahrheit der göttlichen Verheißungen findet in der Liturgie der Kirche überall seinen Ausdruck sie durch die Kerzen auf dem Altar vor dem Tabernakel bei der Spendung der Sakramente das Licht der Kerze begleitet uns von der Taufe bis zur Toten Paare alle Lichter der Kerzen weisen die Gläubigen hin auf das Licht das vom Schöpfer von der Quelle allen Lebens ausgeht sie weisen hin auf seine Liebe zu den Menschen auf seine Barmherzigkeit seine Güte und Treue auf all seine göttlichen Wesenseigenschaften wann immer wird das göttliche Licht auf uns einwirken lassen bereichert es unser Leben die hier doch aufkommende Freude soll unser Herz bewegen denn das Licht der Wahrheit und der Liebe prägt sich tief in unsere Seele ein wer im Licht die Gottes lebt hat Gemeinschaft mit ihm und durch diese innige Verbindung Anteil an seinem unsterblichen Leben an seiner Herrlichkeit die an uns offenbar werden wird wenn wir im Licht der Gnade nach dem heiligen Willen Gottes leben ist in uns bereits jetzt jene göttliche Kraft wirksam die uns teilnehmen lässt an der Auferstehung zum ewigen Leben der heilige Ambrosius sagt auf den Spuren von Christus kommen wir zum Thron des ewigen Lichtes bedenken wir aber auch die Worte des Herrn ihr seid das Licht der Welt euer Licht soll vor den Menschen leuchten damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen wir sind als Glieder an seinem mystischen Leibe der die Kirche ist und stehen in seiner Nachfolge dessen müssen wir uns immer bewusst sein Jesus hat uns durch seine Erlösungsopfer am Kreuz aus der Finsternis zum Licht des Heils geführt vom Tod zum Leben sein göttliches Licht soll durch uns hindurch scheinen wir sollen Licht sein für andere auf dem Weg des Heiles zur Rettung der Seelen und dieser Gedanke ist die zentrale Aussage in den Botschaften über die Liebesflamme auf die Maria fortwährend eindringlich hinweist wir sollen durch unser Gebet und Opfer mitwirken bei der Rettung der Seelen vor dem ewigen Unheil wir leben heute in einer Zeit in der sich die geistige Finsternis in einem ungeheuren Ausmaß über die ganze Erde ausbreitet immer mehr Menschen missachten die Gebote Gottes verweigern ihrem Schöpfer den gebotenen Gehorsam und begehren dadurch auf gegen seinen göttlichen Willen das sündhafte Verhalten der Menschen gegenüber Gott hat heute ein Ausmaß erreicht bis das in der Menschheitsgeschichte noch noch nicht gegeben hat wir alle sehen und hören und erfahren das Tag für Tag durch die Massenmedien und durch die Umwelt in der wir leben die geistige Finsternis der Welt hat zwei Ursachen zum einen im Menschen selbst dessen Natur durch die Erbsende verwundet und geschwächt ist Gott hat alles gut erschaffen aber durch den ersten Sündenfall kam das Übel das Böse alles Schlechte in die Welt der Egoismus die Habsucht die Ungerechtigkeit die Falschheit der Hass und die Gewalt kurz alles was sich gegen Gott und die Mitmenschen richtet alles was nicht aus Liebe geschieht Augustinus sagt weil der erste Mensch gesündigt hat nüstete sich das Böse in die Natur ein und in der Heiligen Schrift steht das Trachten des Menschen ist Böse von Jugend an aus dem Herzen des Menschen kommen die bösen Gedanken Mord Mord Ehebruch Unzucht Diebstahl falsche Zeugenaussagen und Verleumdungen belehrt uns der Herr in Matthäus 15 14 In jedem Menschen kommen immer wieder böse Gedanken auf denen wir aber nicht ausgeliefert sind denn unser Handeln bestimmen wir mit unserem freien Willen Die in freier Entscheidung geborene Sünde ist es die das göttliche Abbild in uns entstellt und unsere Seele verfinstert Die zweite Ursache für das Fehlverhalten des Menschen ist das Einwirken dämonischer Kräfte auf den menschlichen Geist die zur Sünde verführen Dem Apostel Johannes wurde geoffenbart Der Teufel ist es der die ganze Welt verführt Diesem unheilbringenden Verführer zur Sünde wird heute in den Seelen der Menschen erschreckend viel Raum gegeben Als Jesus in seiner Passion vor den hohen Priestern und dem Hohen Rat stand da sagte er das ist eure Stunde jetzt hat die Finsternis die Macht Leben nicht auch wir heute in einer Zeit in der die Finsternis eine große Macht auf die Menschen ausübt Die Menschen verlieren Gott immer mehr aus den Augen missachten seine Gebote und machen sich selbst ihre eigenen Lebensgesetze auch gegen den göttlichen Willen Man denke nur an die gesetzlich legitimierten Abtreibungen die Gleichstellung von Homopartnerschaften mit der natürlichen Ehe zwischen Mann und Frau die gottwidrigen die gottwidrigen gen Experimente um nur einige Beispiele zu nennen es ist so als ob die ganze Erde ein Krebs Geschwür der Untreue und der Rebellion gegenüber Gott überzieht in der Botschaft am 14. Mai und und 62 spricht die Mutter Gottes von dem großen Kummer ihres Herzens und sagt der Satan reißt in schwindelerregendem Tempo die Seelen mit sich meine Seele sagt Maria leidet vor Schmerz wenn ich die Verdammung so vieler Seelen mit anschauen muss Maria will durch ihre Liebesraume allen Menschen helfen die Finsternis der Sünde zu vertreiben und deshalb hat sie diesen Lichtstrahl der Gnade beim ewigen Vater für uns erfleht jenes Licht das die Seelen erleuchtet und ihnen den Weg erhält der ins ewige Vaterhaus führt die Mutter Gottes sagt durch das Gnaden wirken meiner Liebesraume werde ich eurer Seele Licht spenden sie will uns dadurch helfen in der Auseinandersetzung mit dem Bösen standhaft und tapfer zu bleiben und darauf weist auch Petrus hin mit den Worten leistet eurem Widersacher Widerstand in der Kraft des Glaubens und diesen Glauben an Gott will Maria stärken durch das gnadenvolle Licht der Erkenntnis und der Wahrheit damit die Menschen die Fünsternis des Unglaubens überwinden allen Menschen soll durch die Liebesräume in ihrer Seele ein Licht aufgehen damit sie erkennen dass das einzig wahre Ziel ihres Lebens Gott ist und nicht der irdische Besitz der materielle Wohlstand der Genuss und das Vergnügen durch die innere Erleuchtung sollen die Menschen umkehren auf dem Weg der sie ins Verderben führt ihre Sünden bereuen und sich ihrem Schöpfer wieder zuwenden wer seine Seele für das Licht der Wahrheit öffnet in dem bewirkt die Liebesflamme einen neuen Geist und dieser heilbringende Geist führt den Menschen aus der Finsternis heraus so dass er seinen Blick wieder auf Gott richtet das Licht der Liebesflamme ist so stark so mächtig dass er den Satan verblendet er kann dadurch nicht mehr so verderblich auf die Seelen einwirken und sie zum Bösen verführen bereits in ihrer ersten Botschaft am 13. April 1962 spricht Maria von dem großen Wunder dass das Licht der gnadenvollen Flamme ihres unbefleckten Herzens den Satan verblenden wird und bald danach wiederholt sie diesen Hinweis mit den Worten wenn jemand vor dem Allerheiligsten Sühnen eine Anbetungsstunde hält verliert in dieser Pfarrgemeinde während dieser Zeit der Satan seine Macht über die Seelen er wird geblendet er kann dann auf die Seelen der Menschen nicht mehr einwirken und sie nicht mehr zur Sünde verführen denn sie sind gestärkt durch diese Gnade vertrauen wir auf die Kraft und die Macht der Liebeslamme sie ist für uns Schutz und Schild in diesem geistigen Kampf der Satan versucht zwar mit allen Mitteln das Wirken der Liebeslamme zu verhindern aber es wird ihm nicht gelingen denn der Lichtstrahl geht von Gott aus in der Liebeslamme ist die Liebe der Heiligen Dreifaltigkeit vereint mit der Liebe des unbeflächten Herzens Mariens und kein geschöpfliches Wesen kann das Wirken dieses Lichtstrahls verhindern so wie kein Mensch die Strahlen der Sonne auslöschen kann die Liebeslamme wird sich trotz aller Widerstände ihren Weg bahnen und das jetzt umso leichter da diese Offenbarungen und die ganze Liebeslamme Bewegung vom zuständigen Erzbischof kirchlich anerkannt worden sind Vertrauen wir auf die Worte der Mutter Gottes die sie an alle Menschen gerichtet hat Meine Liebeslamme sagt sie wird das ganze Erdenrund mit einem unvorstellbaren Licht und Wohlentum der Wärme überströmen und weiter das Gnadenwirken meiner Liebeslamme will ich über alle Völker und Nationen ausbreiten dazu brauche ich aber euer Gebet und euer Opfer Unzählige Male bittet Maria um unser Mitwirken in ihrem Streben den Heilbringer den Gnadenstrom für alle Menschen zu erschließen damit die Liebeslame zum Segen für die ganze Menschheit reiche Frucht bringen kann Die einzigartige Bedeutung der Liebeslamme für das Heil aller Menschen kommt am deutlichsten in der Botschaft vom 1. August 1962 zum Ausdruck als Maria sagte eine solche gewaltige Gnadenflut wie die jetzt lodernde Flamme der Liebe meines Herzens die würde euch noch niemals gegeben seit das Wort Mensch geworden ist das heißt ganz klar und eindeutig in der 2000 jährigen Kirchengeschichte hat es nach dem Kreuz als Opfer von Jesus Christus und der Sendung des Heiligen Geistes am ersten Pfingstfest noch keine größere Gnadenzuwendung gegeben wie den Lichtstrahl der Liebesflamme diese Offenbarung überragt in ihrer Bedeutung für das Heil der Menschen alle marianischen Botschaften an keinem anderen Ort außer in Ungarn hat die Mutter Gottes Worte von einer so außerordentlichen Tragweite und von einer so eminenten theologischen Bedeutung gesprochen es liegt nun nahe zu fragen warum hat der Himmel so lange gewartet ehe dieser Lichtstrahl der Liebeslamme auf die Erde fiel die Erklärung liegt wie ich glaube darin dass die Sünde der Welt heute in so großes Ausmaß angenommen hat dass die Rettung vieler Seelen nur durch eine ganz außergewöhnliche Gnadenzuwendung möglich ist Paulus verdeutlicht das sehr einbrechsam mit den Worten wo die Sünde mächtig wurde da ist die Gnade übergroß geworden sagt er in Römer 5 20 je dunkel es hier auf Erden um die Menschen wird umso größer wird das Erbarmen Gottes uns durch ein heilbringendes Licht der Gnade beizustehen um die unsterblichen Seelen für das ewige Leben zu retten und hinzu kommt noch folgendes es ist nur eine Frage der Zeit wie lange Gott diesen weltweiten Glaubens Abfall die Missachtung seiner Gebote und die ausufernde Sünde noch hinnimmt im Alten Testament heißt es Gott wartet bis das Maß der Sünde voll ist erst dann straft er 2 Makabee 1 6 14 und vieles deutet darauf hin dass der Menschheit eine Läuterung bevorsteht damit sie sich wieder darauf besinnt wer die Quelle und das wahre Ziel ihres Lebens ist auch das kann ein Grund dafür sein dass die Mutter angesichts der Verfall Erscheinungen und der sich ausbreitenden Übels sagte meine Liebesramme kann ich nicht mehr längere mir verdrängen mit ausbrechender Kraft strömt sie euch zu und so betrachtet ist die Liebesramme für viele ein wahrer Rettungsanker geführt vom Lichtstrahl Mariens und gestärkt durch ihre Gnaden Zuwendung werden wir die Finsternis dieser Zeit überwinden und die ewige Seligkeit im Reiche Gottes finden die Mutter Gottes erleuchtet uns den Weg zu ihrem göttlichen Sohn zur Vollendung unseres Lebens sie hat Christus das ewige Licht geboren durch ihr Ja Wort bei der Verkündigung ist sie Mutter des Lichtes geworden aus ihr ist die Sonne der Gerechtigkeit hervorgegangen unser Heiland und Erlöser der die Macht des Todes durch seine Auferstehung durchbrochen und uns in sein unvergängliches Licht gerufen hat Selig bist du Maria denn durch dein Mitwirken im göttlichen Heilswerk hast du uns das Tor zur Heimkehr ins ewige Vaterhaus geöffnet In größtem seelischen Leid unter dem Kreuz ihres göttlichen Sohnes ist sie unsere himmlische Mutter geworden der Allmächtige hat sie über alle Geschöpfe erhoben zur Königin des Himmels und der Erde Gott ist es der den Glanz ihrer Herrlichkeit immer stärker aufleuchten lässt und ihr jene Macht verleiht mit der sie die satanische Schlange zertreten wird so wie das nach der göttlichen Vorsehung verheißen ist Mit der Strahlkraft ihrer Liebesklamme wird Maria den Satan der die ganze Welt im Bann hält alles Böse wird nach dem Willen Gottes durch Maria ausgetilligt werden und dieser Sieg wird durch die Liebesflamme erfolgen es ist mein heiliger Wille sagt der himmlische Vater dass die Liebesflamme der Welt die Welt die ganze Menschheit vor dem Verfall vor den großen verhängnisvollen Gefahren bewahre im Lichtstrahl der Liebesflamme ist die Liebe des unbefleckten Herzens Mariens vereint mit der Liebe der heiligen Dreifaltigkeit und ihrer Allmacht und dieser Strahl ist so gewaltig dass ihm die Finsternis der Sünde in der Welt weichen muss so wie das Licht der Sonne die Nacht verdrängt der Ewige wird das ganze Universum durch die Kraft und die Macht seines göttlichen Lichtes in eine neue Schöpfung überführen von der Christus spricht wenn er sagt seht ich mache alles neu Maria weist uns durch ihre Botschaften über die Liebesklamme den Weg zur Vollendung unseres Lebens sie will uns dorthin führen wo die Heiligen bereits sind im Licht der ewigen Herrlichkeit durch den Empfang der Heiligen Sakramente haben wir schon jene verborgene Kraft in unserer Seele empfangen die uns wandern wird vom Tode zum Leben von der Vergänglichkeit zur Unvergänglichkeit in der wir die Herrlichkeit Gottes für immer schauen werden zu dieser Fülle des Lebens im Angesicht Gottes will uns Maria führen durch ihre Liebes Flamme wenn wir unser Herz dafür öffnen und mit Gott bis an unser Lebensende verbunden bleiben als Kinder des himmlischen Vaters sind wir dazu berufen die ewige Herrlichkeit zu erlangen das setzt aber voraus dass wir schon hier auf Erden als Kinder des Licht leben und den Verlockungen zur Sünde widerstehen seine Gnade gibt uns auch die Kraft die Leiden unseres Lebens zu ertragen von denen Paulus sagt ich bin überzeugt dass die Leiden der gegenwärtigen Zeiten nichts bedeuten im Vergleich zu der Herrlichkeit die an uns offenbar werden soll wir müssen uns aber bewusst sein dass sich bis zum letzten Schlag unseres Herzens in unserem Geist und unserer Seele ein ständiger Kampf zwischen Gut und Böse zwischen Licht und Finsternis abspielt und diesen Kampf werden wir bestehen wenn wir unser Leben auf Gott ausrichten und seine Gebote halten wer so lebt hat kein Unheil zu befürchten die Mutter Gottes hilft uns dabei durch den unermesslichen Schatz der Gnaden ihrer Liebesflamme vertrauen wir unerschütterlich darauf und gehen wir gefühls von ihrer mütterlichen Liebe Bitt der Stunde entgegen in der wir vor Gott Rechenschaft ablegen müssen über unser Leben wer seine Seele für den Lichtstrahl der Liebesdame öffnet wer die aus dem unbeflächten Herzen Marien strömenden Gnaden annimmt der darf voll Zuversicht darauf vertrauen dass sich der Herrin der Stunde des Todes ihm zuwenden wird mit den jenen Worten die der Evangelist Matthäus für alle Zeiten festgehalten hat kommt her die ihr von meinem Vater gesegnet seid nehmt das reiche Besitz das seit Erschaffung der Welt für euch bestimmt ist Amen Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes Amen Gelobt sei Jesus Christus Amen Nachdem wir jetzt in der Stunde der Barmherzigkeit sind und wir auch gerade den Barmherzigkeits Rosenkranz gebetet haben wollte ich einen ganz kurzen Teil einer Botschaft der Mutter Gottes die sie hier in Wigrat Bad durch die Schwester Agnes gegeben hat meine Kinder ich habe euch in meiner mütterlichen Liebe eingeladen euch Jesus durch meine Liebes Flamme zu nähern und so aus der Quelle der Barmherzigkeit zu schöpfen für euch eure Lieben eure Heimat und für die ganze Menschheit ich habe euch eingeladen das Licht und die Gnaden meiner Liebes Flamme anzunehmen damit ihr selber zu kleinen Liebes Flammen werdet für eure Familien eure Gemeinschaft und für eure Umgebung ich lade euch alle persönlich ein und bitte euch wirkt mit mir zusammen Amen es ist auch interessant und wichtig dass die Liebes Flamme das Ausstürmen der Liebes Flamme ist eine Gabe der Barmherzigkeit Gottes also hängt sehr zusammen mit der göttlichen Barmherzigkeit weil Gott wollte der Menschheit sich erbarmen und deshalb hat er auf die Bitte der Mutter Gottes hin diese große Gnadenquelle erschlossen der Liebes Flamme und es ist auch interessant dass eine Mystikerin als sie den Liebes Flammen Rosenkranz betet sie sagt immer dabei die heilige Schwester Faustina und die kleine heilige Theresia und wir haben nicht gewusst warum gerade sie sie hat uns erzählt dann hat die Schwester Agnes die Mutter Gottes gefragt warum gerade die zwei und dann hat die Mutter Gottes auch so erklärt weil es so eng zusammenhängt die Liebeslame mit der göttlichen Barmherzigkeit das ist ein Geschenk der göttlichen Barmherzigkeit eigentlich auch dieses größte Geschenk wie auch Pfarrer Maier gesagt hat auch die göttliche Barmherzigkeit und diese Ablass am Barmherzigkeitsfest aber auch die Liebesflamme und deshalb ist es auch scheinbar ein herzensanliegen der Schwester Faustina sogar dass es wirklich ausströmt auf die ganze Menschheit zur Rettung und Heiligung der Seelen und die kleine heilige Theresia ist deshalb dabei weil die Mutter Gottes sagte sie hat schon zu ihrer Lebzeit wo die Liebesflamme noch nicht so ausgegossen worden ist ausgeströmt worden ist hatte schon diese flammende Liebe in ihrem Herzen also die großen Heiligen hatten damals Johannes vom Kreuz die kleine heilige Theresia aber dass wir das so einfach bekommen können jetzt einfach darum bitten und wir bekommen diese überströmende Gnade das ist wirklich ein großes Geschenk der göttlichen Barmherzigkeit gestern habe ich angefangen die wichtigsten Botschaften vom Tagebuch der Elisabeth Kindelmann zu bringen und ich habe gesagt heute sage ich auch paar Worte über das Leben der Elisabeth Kindelmann das ist auch wichtig zu kennen ein bisschen die Person die diese Botschaft bekommen hat sie hatte von Anfang an ein sehr schwieriges Leben sie ist als im Jahre 1913 geboren als 13 Kind ihrer Eltern sehr interessant sie hatte vorher zwölf Brüder und Schwestern die waren alle Zwillingpaare also sechs Zwillingpaare die zwölf und sie war dann das 13 Kind und sie schreibt auch in ihrem Tagebuch dass die Zahl 13 in ihrem Leben eine wichtige Rolle spielt und wenn wir schauen zum Beispiel die Erscheinungen der Mutter Gottes in Fatima auch immer am 13 und also dass 13 eine sehr marianische Zahl ist und in ihrem Leben ist vieles am 13 geschehen also geboren schon 1913 getauft wurde am 13 Juni und vieles sie zählt noch auf was alles am 13 geschehen ist ihre Eltern sind sehr bald gestorben also mit elf Jahren war sie schon voll weise und das war dann sehr schwierig weil sie musste so kleines Kind schon für sich sorgen und sie hat viel oft Hunger gehabt oft gefroren in den Straßen sie musste so Gelegenheitsarbeiten auch annehmen zum Beispiel auf den Märkten hat er geholfen die Taschen der Leute zu tragen und und Zucker verkauft in Kinos und solche Arbeiten gemacht und oft sie wo sie gefroren hat ist sie in Kirchen gegangen um sich bisschen aufzuwärmen aber sie war auch schon sehr gläubig und schon schon als Kind wollte sie schon Ordensschwester werden und dann hat sie auch später versucht in einen Orden einzutreten sie wollte sogar Missionarin werden Missionsschwester aber da hat man sie nicht aufgenommen dann wollte sie Anbetung Schwester werden weil sie oft Anbetung gehalten hat in den Kirchen und auch die Gegenwart des Herrn schon stark erfahren hat aber auch dorthin wurde sie nicht aufgenommen weil sie so arm war und keine Mitgift hatte und sie war schon sehr traurig weil sie gedacht hat sogar der Herr braucht sie nicht und er hat ihr dann später erklärt dass er sie für eine andere Aufgabe erwählt hat nämlich er musste in der Familie zeigen wie man für Gott leben soll also in der Familie für Gott leben und das hat sie dann auch getan also diese Berufung schon sehr gut erfüllt sie sie hatten geheiratet und sie lebten mit ihrem Mann in glücklichen Ehe haben sechs Kinder bekommen aber ihr Mann ist wieder sehr bald gestorben und dann blieb sie wieder alleine mit den sechs Kindern damals war es in Ungarn besonders schwer weil es die Zeit des Kommunismus war wo sie wegen ihrer religiösen weil sie so gläubig war wurde sie von mehreren Arbeitsplätzen entlassen und sie musste auch sehr schwierige Arbeiten annehmen um für die Kinder das Brot verdienen zu können sogar zum Beispiel in Eisengießerei musste sie arbeiten also war ein sehr hartes Leben für sie und schon sie war eigentlich sehr klug und gescheit aber konnte nicht studieren sie konnte nur vier Volksschulklassen besuchen und aber vielleicht das war auch im Gottesplan weil so hat die Schwester Anna Roth formuliert mit diesem einfachen Werkzeug wollte Gott seine Pläne verwirklichen um uns zu überzeugen dass tatsächlich er es ist der hier spricht bittet und handelt also das war eindeutig dass nicht durch die theologische Kenntnisse der Elisabeth Kinder mal so tiefe Botschaften aufgezeichnet worden sind sondern wirklich der Herr selbst und die Mutter Gottes selbst ihr diese Botschaften gegeben haben 1946 wurde sie also schon Witwe und später sogar als ihre Kinder schon groß waren sie hat gedacht jetzt kann sie ein bisschen sich schon erholen aber das ist dann wieder nicht so geschehen wie sie gedacht hat weil eine Schwiegertochter von ihr ist gestorben und ihr Sohn also der Mann ihrer Schwiegertochter war so krank dass die drei kleinen Kinder die nur ein zwei drei Jahre alt waren wären in staatliche Erziehung gekommen wenn sie nicht wieder eingegriffen hätte und nicht erreicht hätte dass sie die Kinder bekommt und selbst erzieht also als Großmutter hat sie praktisch ihre Enkelkinder als Mutter erzogen diese ein zwei und drei Jahre Buben und stellen Sie sich vor der eine von ihnen der damals drei Jahre alt war ist jetzt der Chefredakteur des größten ungarischen katholischen Bücherverlags des Vatikan in Ungarn und er ist auch sehr begabt musikalisch und er setzt sich jetzt so ein für die Liebesflamme er kann uns sehr viel helfen durch ihre Bekanntschaft mit Bischöfen Professoren und und hilft uns Briefe zu schreiben und hat auch eine für Jugendliche Musik Gruppe und sehr schöne Lieder er bekommt ich glaube sehr vom Heiligen Geist erleuchtet so schöne Lieder über die Liebesfamilie das eine nach dem anderen und so können wir für die Jugendliche so schöne Anbetungen halten mit Betrachtungen über die Botschaften der Elisabeth Kindelmann mit schönen Gebeten und mit seinen schönen Liedern Liebesnamen Liedern ich habe mir schon darüber nachgedacht wenn die Elisabeth Kindelmann zugelassen hätte dass die Kinder in staatliche Erziehung kommen dann was wäre zum Beispiel von diesem Bub nicht einmal religiös und so ist er so gläubig und das war schon ein großes Opfer auch von ihr aber die Frucht können wir schon jetzt sehen und der Herr hat ihr auch gesagt dass sogar in ihrer Familie und auch natürlich außer ihrer Familie sehr viele die Früchte ihrer Leiden schon genießen werden und das geschieht jetzt auch in unserer Liebesfammenbewegung zum Beispiel durch ihren Enkelsohn und die Botschaft sie war eigentlich schon 49 Jahre alt als sie angefangen hat die Botschaften zu empfangen aber der Herr hat gesagt sie haben sie durch diese viele Leiden und hartes Leben vorbereitet schon auf den Empfang der Botschaften sie wurde dadurch sehr Opfer bereit und das war sehr wichtig auch für die Weitergabe der Botschaften und deshalb betont die Mutter Gottes immer wieder das Gebet und Opfer das sind unsere Mittel zur Verbreitung der Liebesflamme auch und das hat sie beide gelebt also sehr viel gebetet nach ihrer vieler Arbeit konnte sie oft nur noch in der Nacht beten sie hat aber einen Schlüssel bekommen zu der Heiligen Geist Kirche wo sie in der Nähe gewohnt haben sie hat ihr eigenes Haus übergeben ihrer Kinder einer ihrer Kinder und seiner Familie und wo sie gesagt gedacht hat jetzt hat sie ihr Haus gegeben hat sie den Schlüssel bekommen zu dieser Kirche und sie hat so erkannt der Herr hat jetzt geteilt sein Haus mit ihr und sie hat dann wirklich sehr viel dort gebetet sehr viele Botschaften auch empfangen dort und der Herr hat ihr auch immer wieder gesagt sie soll noch bleiben weil so wenige kommen ihn anzubeten und er kann die Schätze seiner Liebe nicht austeilen weil niemand kommt ihn anzubeten und später sogar hat der Herr ihr gesagt wo sie schon doch nach Hause gehen musste sie hatte ein zweimal zwei Meter großes kleines Zimmer gebaut dann sie haben gebaut ein so kleines Zimmer zu dem Haus wo sie gewohnt hat und der Herr hat ihr später gesagt ich habe vermietet dein Zimmer und dann war der Herr auch schon dort gegenwärtig ständig in ihrem Zimmer also große Gnaden bekommen auch durch ihre ständige Anbetung und damals hat sie auch schon so verbunden war sie schon so verbunden mit dem Herrn dass er ihr gesagt hat du bist mein brennendes Opfer geworden also praktisch lebt er in ständiger Anbetung und in ganz inniger Einheit mit dem Herrn am Ende hat sie ich glaube fast nichts mehr geschlafen sehr viel gefastet immer mehr aber sie sollen sich nicht erschrecken das erwartet der Herr nicht von von allem weil jemand hat mir gestern auch gesagt ob es nicht eine große Last ist jetzt dass wir noch extra Gebete beten also wir sollen das nicht als Last empfinden sondern als eine große Gabe und große Gnade die Liebesflamme weil auch wenn wir ein paar neue Gebete kennengelernt haben dadurch und das ist natürlich sehr wirksam wenn wir sie beten wir müssen nicht so denken dass wir jetzt unsere bisherigen Gebete noch wenn wir sie auch beten wird jetzt schon zu viel sondern wir können und sollen wie ich gestern angefangen habe aufzuzählen eigentlich alles aufopfern für das ausströmende Liebesflamme wie das die Mutter Gottes auch das von unserer Gemeinschaft wünscht dass nicht wir tausend gebundene Gebete jetzt beten oder immer mehr sondern alles was wir tun Arbeit Opfer Gebete alles können wir aufopfern für das Ausströmen der Liebesflamme deshalb sagte der Herr das soll ein ständiges Bittgebet auf unsere Lippen aber auch in unserem Herzen sein Mutter Gottes überflutet die ganze Menschheit mit dem Gnaden wirken deine Liebesflamme weil wenn dieser Wunsch in uns ist dann können wir sehr leicht finden die Mittel was wir alles aufopfern leiden und und alles für das Ausströmen der Liebesflamme weil wir wissen dass dadurch die Liebe der Heiligsten Dreifaltigkeit und der Mutter Gottes wie der Pfarrer Mayer so schön gesagt hat heute in der Predigt das ist das größte Geschenk diese Liebe der Heiligsten Dreifaltigkeit besonders durch die Liebe des Heiligen Geistes wo die Liebe der beiden Herzen des Vaters und des Sohnes enthalten ist und auch sogar die Liebe der Mutter Gottes Größeres kann Gott und die Mutter Gottes wirklich nicht mehr geben und wenn es in einem überströmenden Maße ausströmt darum bitten wir eigentlich wenn wir bitten überflutet die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deine Liebesamme und wenn wir uns das immer bewusst machen dann brauchen wir nicht ständig nur gebundene Gebete bitten sondern wir können alles für dieses Ziel ausopfern aufopfern aber natürlich auch deshalb ist auch wichtig konkret darum zu bitten weil die Mutter Gottes sagt auch nicht umsonst dass wir in die gegrüßet seist du Maria reinbeten sollen dieses Gebet überflutet die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme weil sie weiß wenn wir das zwar wissen und annehmen dass es Liebesflamme gibt aber nicht darum bitten dann was nützt es uns dann bleibt es nur Theorie ich glaube daran ich weiß dass es gibt aber nur dann kann es Frucht bringen und Nutzen der Menschheit wenn wir darum wenigstens bitten sie sagte das ist ein so großes Geschenk dass wir wenigstens darum bitten sollen aber dann gibt immer die heiligste Dreifaltigkeit dieses Geschenk also wenn wir darum bitten sollen wir fest daran glauben dass es wirklich ausgeströmt wird und das wird wirklich ausgeströmt dann auf die ganze menschheit und weil ich habe früher auch ein bisschen nachgedacht warum gerade in die gegrüßet seist du Maria bittet die Mutter Gottes das rein zu beten aber dann bin ich darauf gekommen dann bitten wir 50 oder 53 mal darum in einen Rosenkranz und wenn das sogar mehrere Leute zusammen beten dann wird dieses Gnadenausströmen umso stärker also umso vielfacher strömt das aus gestern habe ich angefangen die empfohlenen Mittel zur Verblendung Satans aufzuzählen ich habe gesagt vom Tagebuch dieser Botschaft des Tagebuch ich habe zitiert schon dass die Teilnahme am heiligen Messopfer steigert im allerhöchsten Grade die Verblendung Satans sagte die Mutter Gottes dann auch die Anbetung des Altarsakramentes was auch Meier zitiert hat heute in seiner Predigt dass wenn jemand vor dem Allerheiligsten Sühnen eine Anbetungsstunde hält oder das Allerheiligste Altarsakrament besucht und im Geist der Liebeslame betet verliert in jeder Pfarrgemeinde während dieser Zeit Satan seine Macht Macht über die Seelen und er wird geblendet Ich habe erwähnt auch die Verehrung des kostbaren Blutes und die Kraft des kostbaren Blutes das wiederhole ich jetzt nicht und das ist auch einer des wichtigsten eine der wichtigsten und jetzt sind wir bei der Aufopferung der täglichen Arbeit das können wir auch viele Hausfrauen sind hier also das ist dann auch ganz wir können das ganz einfach auch unsere Arbeit aufopfern die Mutter Gottes sagte der Elisabeth Opfert tagsüber eure Arbeit auch zur Ehre Gottes auf wenn ihr im Stande der Gnade seid dann steigert sich auch durch diese Aufopferung die Verblendung Satans lebt daher in der Gnade damit die Blendung Satans sich immer weiter ausbreite und auf ein immer größeres Gebiet erstrecke und dann Jesus sagte noch die Ernte ist groß aber die Arbeiter sind wenige hauptsächlich fehlen solche die mit Herz und Seele in die Arbeit einsteigen brennet wie der brennende Dornbusch der brennt und dennoch nicht verbrennt und dessen von Liebe brennendes Feuer mich erreicht dann sagt noch die Mutter Gottes ihr Demut und Opfer diese beiden Haltungen Haltungen sollen deine Seele beherrschen Glaube und Vertraue Glaube doch jetzt schon endlich an meine mütterliche Macht mit welcher ich Satan verblenden und die Welt vom Abgrund retten werde Je mehr Opferbereite und im Gebet wachende Seelen es geben wird umso wirksamer wird die Kraft meiner Liebesflamme auf Erden sein stellt euch daher auf ganz eng aneinander denn an der Kraft des Opfers und Gebetes bricht die vom höllischen Hass brennende Flamme die Bösen werden sich immer einengen ihre vom Hass brennende Flamme wird ausgelöscht und das Licht meiner Liebesflamme wird alle Enden der Erde erfüllen dann spricht sie noch vom Glauben und Vertrauen und über die Treue der Herr hat gesagt ihr lass mich doch nicht allein wie soll ich dir die Fülle meiner Gnaden austeilen bringe mir viele Seelen wenn du einmal verlassen bist werde ich dich auch nicht allein lassen und dann auch worüber ich schon gesprochen habe dieses mit Gott vereinigtes Leben was wo ich gestern gesagt habe gesprochen habe über dieses wichtigste Gebet der Liebesflamme unsere Schritte mögen gemeinsam gehen dass darin der Sinn und das Wesen der Liebesflamme liegt dass wir immer mehr vereint mit dem Herrn leben also das verblendet da sagte der Herr auch dieses Gebet ist eine Waffe in euren Händen diese Vereinigung mit Gott denn wenn jemand mit mir wirkt wird auch Satan geblendet und dadurch werden die Seelen von der Sünde frei und noch von Buße und Sühne sprach die Mutter Gottes bete und leiste meinem vielgeliebten vielgeschmächteten vielgeschmächteten Sohn Sühne und Jesus sagte ihr mit jedem Schlag deines Herzens bereue deine Sünden auch anstelle derer die nicht mit mir fühlen wenn deine Liebe hinschwinden sollte dann wende dich an unsere himmlische Mutter sie erfüllt dein Herz wieder mit reicher Liebe zu mir werde nicht müde in der Betrachtung meiner heiligen fünf Wunden dass wir dir viel Kraft verleihen als ihre Seele einmal in seelischer Trockenheit war hat ihr Jesus gesagt ein einziges Vater unser oder Ave Maria in der größten Trockenheit der Seele gebetet ist fruchtbringender als das überschwänglichste Gebet im Stande der überströmenden Gnade also wir sollen auch aushalten im Gebet wenn es schwieriger ist wenn wir etwas in Trockenheit sind eine der wichtigsten Tugenden der Elisabeth Kindelmann war ihre Bußgesinnung ihre ständige Reue über ihre Sünden aber wie ich schon erwähnt habe der Herr hat gesagt sie hat ihre Sünden schon längst bereut und er nimmt ihre Reue für andere an und der Herr hat auch das sehr geschätzt und sprach ihr auch viel über die Reue wie wichtig das ist meine kleine Tochter empfange von mir das außergewöhnliche Zeichen meiner Liebe das du durch deine stete Reue erlangst das ist der kürzeste Weg der dich zu mir führt darum fliegst du pfeilgerade zu mir diese demütige beständige Bußgesinnung hält dich im Flug ich vergesse alles durch deine Bußgesinnung ziehst du mich an wie ein Magnet und jede Seele die das tut zieht mich an ich bitte euch fliehentlich zieht mich an zieht mich an euch Entschuldigung das ist das vollkommenste Mittel in euren Händen womit ihr mich verpflichtet euch alles zu geben da gieße ich meine nie versiegenden Gnaden über euch aus was mich an dich knüpft ist deine überaus große Reue sie macht mich trunken begreift dieses Wunder dass ihr mich durch die Reue über eure Sünden glücklich macht also das ist sehr wichtig die Reue er sagt noch ein schönes Wort darüber meine liebe Seele wünsche mir viele viele Seelen O Seelen wie schmachte ich nach euch Ach wie leide ich wegen der Gleichgültigkeit der Seelen sage mir ist es so schwer mich zu lieben auf diese Frage konnte ich wieder nur mit tiefer Reue in meiner Seele antworten schrieb die Elisabeth der Herr fuhr fort Elisabeth die Reue deiner Seele befruchtet die Seelen weißt du wie deine Reue ist wie die Honig sammelnde Biene die von Blume zu Blume fliegt so ist deine Reue in alle Seelen für die du betest gieße ich die Fülle meiner Gnaden aus und sie werden ihre Sünden bereuen schau nutzlos sind Biene und Blume wenn die Biene nicht mitwirkt gibt es keinen Erfolg Siehe der Sünder ist passiv er tut gar nichts für sein Seelen Heil und wartet wie die Blume auf die Befruchtung du verstehst du verstehst mich nicht wahr durch die Reue über deine Sünden wirkt meine Gnade in den Seelen dein Verlangen bleibt nicht ohne Frucht wie die Biene musst du von Blume zu Blume fliegend den Blütenstaub einsammeln damit ich diesen in den Seelen der Sünder zu süßem Honig der Reue verwandle das ist ein schönes einblicksames Bild und wir sehen daraus wie unsere Reue wirkt bei den Sünden wie das bewirkt die Bekehrung der Sünde dann klagt der Herr ein bisschen hier über die sogenannte ich weiß nicht so sage ich im Deutsch Frömmler also die nur beten aber keine Opfer nicht bereit sind auch er sagt Jesus belehrt die Elisabeth schreibt Jesus belehrte mich über die Frömmigkeit ohne Opfer ich möchte dass ihr auch meine Worte zu Herzen nehmt und euch in Sünden der Anbetung und wahrer Bußgesinnung vor mir niederwerft denn vielen frommen Seelen ist es auch eigen wenn sie dem Gebet Genüge getan haben zu denken jetzt hätten sie Gott gegeben was ihm gebührt oh wenn ihr den unermesslichen Schmerz meines göttlichen Herzens über eure fromme gleichgültigkeit verspüren würdet ich bin das Opfer und vollbrachte mein Erlösungswerk nicht durch Frömmigkeit sondern nahm unentwegt viele Opfer auf mich Buße 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 das warte ich von euch das Wort der Reue dringt hinauf zum Thron des himmlischen Vaters es ist jenes Wort das seine strafende Hand zurückhält und noch zuletzt über die Reue die Elisabeth schreibt am Abend vor dem Schlafengehen geschah es mein Gebet beginne ich immer mit einem Akt der Reue denn ich fühle mich nur dann so recht in die Anbetung Gottes versenkt wenn ich zuvor den schönen Teppich meiner Reue vor dem Herrn ausbreite und mich darauf lautlos niederwerfe während meiner Reue sprach Jesus wiederholt gesegnete Seele bist du in diesem Moment entrückte er meine Seele von dieser Erde nur aus dem Nachhall seiner Worte versuche ich einiges nieder zu schreiben denn danach sprach er noch folgendes nur die von Sünden gereinigte Seele ziehe ich so an mich darüber kann ich nicht mehr schreiben diese Sicht zu Gott erheben ist nicht in Worten auszudrücken also da sehen wir wie wichtig die Reue und das reine Herz ist weil wirklich nur das kann Gott an sich ziehen und mit Gnaden erfüllen noch über die Seelenrettung das ist auch wichtig weil das das wichtigste Ziel der Liebesflamme Jesus sprach wollet teilhaben an meinem Erlösungswerk das sei das Ziel das höchste Gut eures Lebens welches ihr mir entgegen bringen könnt ergreift daher jede Gelegenheit jedes Mittel zur Rettung der Seelen darum bemüht euch als Jesus seine Worte beendete sprach die heiligste Jungfrau zu mir meine Tochter ich will dass keine einzige Seele verdammt werde wollet auch ihr dies mit mir gemeinsam deshalb gebe ich euch den Lichtstrahl in die Hand welcher meine Liebesflamme ist und der Herr hat auch der Isabeth gesagt unsere Gedanken seien eins die Rettung der Seelen also auch in diesem Gebet hören wir die Gedanken unseres Geistes seien eins aber was ist der wichtigste Gedanke des Herrn die Rettung der Seelen also wo er sagt unsere Gedanken seien eins die Rettung der Seelen wir sollen auch oft daran denken während meiner Arbeit bat mich die heiligste Jungfrau inständig schreibt Elisabeth du bist auch eine Mutter ich teile mit dir mein unermessliches Leid überlege wenn deine sechs Kinder verdammt würden welch ein Schmerz wäre das für dich und ich oh meine Qual ich muss zusehen wie viele meiner Kinder in die Hölle stürzen das hat Frau Leichmann auch zitiert heute hilf 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 mein Kind und zu unserer Ermunterung sagt der Herr kann ich euch zurückweisen wenn ihr von mir Seelen verlangt nein dann würde ich ja gegen mein Erlösungswerk handeln ich erhöre in jedem Fall euer beharrliches Gebet also wir sollen mutig um Seelen bitten von Herrn weil dann gibt er auch die Seelen rettet er die Seelen und dann noch über die Familien weil das ist sehr wichtig ich habe gestern auch schon erwähnt dass vor allem aus den Familien wollte die Mutter Gottes die Liebes für mehr ausströmen das ist die kleinste zelle der Gemeinschaft und wie gestern gesagt habe auch gottgeweihte Berufungen und auch gute Mutter und Vater Berufungen kommen von den guten christlichen Familien und die Mutter Gottes spricht hier darüber zuerst über ihren Schmerz über die Familien du weißt wie groß meine Sorge um die Familien ist viele Familien die Familien sind zerrüttet sie leben als hätten sie keine unsterbliche Seele mit meiner Liebesflamme will ich den Feuerherd der Familien wieder aufwärmen die zerstreuten Familien wieder zusammenhalten sorgt dafür dass ihr viele seid damit sie sich wie ein Lauffeuer verbreite und dadurch werden sich viele meiner Liebesflamme anschließen helft mir an euch liegt es dass meine Flamme zünde und dann hat der Herr gesprochen über vom Haus Nazareth das das liebevollste Nest seiner Familie war hat er geschrieben gesagt meine Mutter will dass jede Familie ein Gnadenort sei ein wunderbarer Ort wo sie mit euch vereint ihre Wunder wirkt aber in der Tiefe der Herzen von Herz zu Herz gehend gibt gibt sie ihre Liebesflamme in eure Hände die durch euer opfervolles Gebet Satan verblendet der in den Familien herrschen will also wir können auch sehr wirksam kämpfen gegen den Satan der auch in unserer Familie oder anderen Familien wirklich herrschen will und Trennung bringen will und das ist auch eine Frucht der Liebesflamme das haben sehr viele erfahren dass getrennte Familien wieder vereint werden und deshalb zum Beispiel auch im Ausland unterstützen und viele Bischöfe und Priester auch die Liebesflamme in Bewegung weil sie sehen auch bei den Familien zum Beispiel diese Frucht so viele wieder vereint werden und noch viele andere Früchte aber das ist auch eine sehr große wichtige Frucht dann noch die Mutter Gottes meine kleine Karmeliterin deshalb spricht sie als Karmeliterin an die Mutter Gottes und auch der Herr sie weil sie dann in den dritten Orden des Karmels aufgenommen wurde also sie war meine kleine Karmeliterin durch dich will ich die unbegrenzte Liebe meines mütterlichen Herzens und die daraus entstehende Sorge zum Ausdruck bringen die ich wegen der Gefahr des Verfalls der Familien die die ganze Welt bedroht empfinde meinen mütterlichen Hilferuf richte ich vor allem an euch und mit euch vereint will ich die Welt retten meine Tochter dich lasse ich vor allem wahrnehmen wie mächtig mein Einsatz an Kraft ist mit der ich für Satans Verblendung eintrete dein mitfühlendes Herz macht dich für diese Weitergabe meiner Liebesflamme verdienstlich wer auch immer mit mir fühlt hat ein Recht auf diese Gnade mit der wir die Seelen vor der ewigen Verdammnis retten und noch der Herr an die Familienmütter du und all ihr Familienmütter die ihr nach meinem Herzen handelt wisset dass eure Arbeit nicht geringer ist als die Tätigkeit der sogar zur höchsten Würde erholt ihr Eltern ihr Mütter begreift doch diesen erhabenen Beruf den ich euch anvertraut habe ihr seid dazu berufen mein Reich zu bevölkern aus aus eurem Herzen aus eurem Schuss beginnt ein jeder Schritt meiner heiligen Kirche mein Reich wächst in dem Maße wie ihr Mütter mit den erschaffenen Seelen umgeht ihr habt die größte und eine über alles verantwortungsvolle Aufgabe In eure Hände habe ich diese Arbeit gelegt die viele Seelen zum Heil führen soll Dann noch in einer anderen Botschaft sagt er Lass meine Bitte dem Heiligen Vater zukommen durch den ich meinen mit großen Gnaden verbundenen Segen erteilen lassen will Diesen Segen gebe ich jenen Eltern die meinen göttlichen Willen annehmend in meinen schöpferischen Tun mitwirken Dieser Segen ist einzigartig und nur auf Eltern übertragbar Bei der Geburt eines jeden Kindes übergieße ich diese Familien mit außerordentlichen Gnaden Also das ist gut zu wissen Wenn wir im Geist Gottes unsere Kinder erzogen werden dann gibt der Herr diesen großen Segen und außerordentliche Gnaden übergisst er beim Geburt jedes Kindes Wichtig ist vielleicht noch zuletzt die Liebesflamme und die Sterbenden werden das ewige Schicksal des Menschen entscheidet sich vor dem Tod also die Mutter Gottes bittet deshalb uns viel für die Sterbenden zu beten weil der Böse versucht dann alles zu tun dass die Sterbenden nicht vertrauen auf die Barmherzigkeit Gottes und so nicht gerettet werden können und die Mutter Gottes sagt durch ihre Liebesflamme verblendet sie den Satan und dann können sie doch vertrauen auf die Barmherzigkeit Gottes und können so gerettet werden sie verspricht sogar das ist ein sehr großes Versprechen wenn die Liebesflamme meines Herzens sich auf Erden entzündet dann fließt ihre Gnaden Wirkung auch den Sterbenden zu Satan wird geblendet und mit Hilfe eures wachenden Gebetes hört der Kampf der Sterbenden mit Satan auf beim sanften Schein meiner Liebesflamme werden sich die verstocktesten Sünder bekehren also der verstockteste Sünder bekehrt sich durch das Ausströmen der Liebesflamme wenn der Satan verblendet wird und die Mutter Gottes bittet deshalb besonders um Gebets Wache also auch wem es nicht zu viel ist und öfters in der Nacht auch etwas beten kann weil das besonders mit viel Opfer verbunden ist und dadurch kann man auch wirksam die Sterbenden retten wenn man besonders wenn man im Geist der Liebesflamme betet also für sie das Ausströmen der Liebesflamme bittet meine Bitte ist dass die nächtliche Gebetswache durch die ich die sterbenden Seelen retten will in einer jeden Pfarrgemeinde so organisiert werde dass keine einzige Minute ohne Gebetswache bleibe das ist das Mittel das ich euch in die Hand gebe dadurch rettet ihr die Seelen der Sterbenden vor der ewigen Verdammnis das habe ich gestern gesagt dass in Ungarn auch in einer Pfarrgemeinde das so organisiert wurde und jetzt brauchen die Leute nur ganz kurz beten und dann hat die Mutter Gottes versprochen keine Seele wird verloren gehen in der Pfarrgemeinde und die armen Seelen noch die Liebesflamme und die armen Seelen meine Liebesflamme die ich aus meinem Herzen in immer größerem Maße über euch ausbreiten wünsche breite ich auch auf die armen Seelen aus es gibt diese Gnade des Fastens bei Brot und Wasser am Montag dann können wir jedes Mal eine Priesterseele aus dem Fegerfeuer befreien und außerdem noch viele armen Seelen die Priester bei der Wandlung und die Gläubige bei der Kommunion und die Mutter Gottes hat gesagt wer das regelmäßig tut genügt bis 6 Uhr am Abend zu fasten und wenn man einen Rosenkranz mit Liebesflammen Zusatz betet für diese arme Priesterseele dann wird er auch gelöst auch wenn wir dann nur bis 6 Uhr fasten die Elisabeth Kindelmann hat auch erfahren den Seelenzustand diese arme Priesterseele noch im Fegefeuer und danach wie er schon in den Himmel gekommen ist und dieses Erlebnis war so groß für sie seit dann nie nie weggelassen hat dieses Montag Fasten sie hat schon erfahren was das bedeutet wenn man vom Fegefeuer in den Himmel kommt und nicht nur die eine Priester sondern sogar viele andere arme Seelen die schon dran kommen werden dann befreit wenn ihr auf meine Liebesflamme meines Herzens berufend drei Ave Maria betet wird eine arme Seele aus dem Fegefeuer befreit auch kein großes Versprechen und jetzt noch größer im Monat der armen Seelen im November befreit ihr für jeweils ein Ave Maria zehn armen Seelen aus dem Fegefeuer auch die armen Seelen sollen das Gnaden wirken der Liebesflamme meines mütterlichen Herzens erfahren und zuletzt nur noch ein Wort des Herrn meine Tochter ich muss dir sagen sei das Wort Mensch geworden ist wurde meine Mutter noch nie mit einer solchen Ehre ausgezeichnet wie jetzt da sie durch ihre Liebesflamme die Menschenherzen und Seelen entflammt ein jedes Gebet jedes Stoß Gebet das irgendjemand irgendwo auf der Welt gebetet hat wird an jenem Tage an dem die Liebesflamme meiner Heiligsten Mutter Geltung kommt wie ein ineinander verschmolzender Hilferuf sein dann wird die Menschheit sich der Mutter Gottes zu Füßen werfen um ihr für ihre unbegrenzte mütterliche Liebe zu danken Bitte übergib meine Worte den Zuständigen bitte sie in meinem Namen die große Gnadenflut nicht verhindern zu wollen die das unbeflechte Herz meiner Mutter in ihrer glühenden Liebe zu euch über die ganze Erde ausgießen will und da wir jetzt gerade nach Pfüsten sind das vielleicht noch gut zu wissen dass durch das Ausströmen der Liebesflamme wird wie ein zweiter Pfingsten sein hat der Herr gesagt er sprach viel über die Gnadenzeit und das Ausströmen des Heiligen Geistes schreibt Elisabeth dass man mit dem ersten Pfingsten vergleichen könnte dass die Erde mit der Kraft des Heiligen Geistes überflutet wird Bei diesem großen Wunder wird die ganze Menschheit aufhorchen Dies wird durch das Gnadenwirken der Liebesflamme unserer heiligsten Jungfrau geschehen Die vom Unglauben schon allmählich verdunkelte Welt wird gewaltige Erschütterungen erleben müssen und danach wird man glauben Diese Erschütterung wird durch die Kraft des Glaubens eine neue Zeit ins Leben rufen Das im Glauben gefestigte Vertrauen wird durch die Kraft der Liebesflamme in den Seelen Wurzel fassen So wird das Angesicht der Erde erneuert Denn eine solche Gnadenflut wurde euch noch nie gegeben seit das Wort Mensch geworden ist Diese Erneuerung der von Leiden überfluteten Erde wird durch die fürbittende Macht und Kraft der allerseligsten Jungfrau geschehen Also diesen Ereignissen stehen wir bevor und wir hoffen dass es dann wirklich diese zweite Pfingsten kommt und durch die Liebesflamme wieder eine blühte Zeit kommt in die Kirche und in die Menschheitsgeschichte also dafür beten wir und danke für euer Geduld das war jetzt ein bisschen dicht und viel aber ich hoffe dass es doch noch einiges geholfen hat im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes Amen Gelobt sei Jesus Christus Gelobt sei Jesus Christus im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes Amen Zuerst beten wir ein Gebet zum Heiligen Geist dieses Gebet das die Mutter Gottes gegeben hat Sie können auch mitbeten die kennen bei der Gudrun kann man auch bekommen Komm Heiliger Geist und erfülle meine Seele mit deinem Geist durchdringe meine Seele mit deiner Gnade und ihren sieben Gaben Mache meine Seele bereit die Gnaden und die Liebesflamme die liebniswürdigste Gabe der Allerheiligsten Allerseligsten Jungfrau Maria zu empfangen Hilf uns damit sich die Sehnsucht unseres Herzens mit den Flammen der Liebe der Mutter Gottes vereine Hilf uns dass unser Herz mit jener Liebe erfüllt werde die das unbefleckte Herz Mariens durchdrungen und erfüllt hat Komm Heiliger Geist erneuere und stärke die Liebe meines Herzens damit die Liebesflamme des unbefleckten Herzens Mariens darin lodere jetzt und in Ewigkeit Amen 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 auch heute hat die Mutter Gottes euch eine Botschaft gegeben das möchten wir zuerst vorlesen und die gestrige und vorgestrige ist inzwischen getippt worden, das werdet ihr schon morgen dann bekommen können. Also heute, heute hat auch der ärztliche Michael eine Botschaft gegeben, aber das habe ich noch nicht geschafft zu übersetzen, nur von der Mutter Gottes, vielleicht morgen oder heute kann ich auch das noch. Also die Mutter Gottes, meine lieben sündenden Kinder, ich führe euch allmählich in die Mysterien meines unbefleckten Herzens ein. Ich habe Freude an euch, weil ihr eure Ohren und eure Herzen für meine Worte geöffnet habt. So können meine Worte in eurer Seele und in eurem Leben gute und reiche Frucht bringen. Durch meine Liebesflamme gebe ich euch Licht und Freude aus der flammenden Liebe meines Herzens. Ich möchte die Liebe in den Herzen jener anzünden, die nicht mehr lieben können, die der Geist der Bosheit und dieser Welt mitgerissen hat. Ich entzünde ein neues Licht für euer, von der Krise leidendes und mit Schwierigkeiten kämpfendes Herz, um euch aus der seelischen und geistlichen Finsternis hinaus zu führen. Mit mütterlicher Liebe führe ich euch als meine kleinen Kinder. In der Liebesflamme meines unbefleckten Herzens gebe ich euch Jesus, seine flammende, dreifaltige Liebe mit der flammenden Liebe meines mütterlichen Herzens. Ich möchte, dass diese göttliche und gottesmütterliche Liebe in euren Herzen und in dem Herzen jedes Menschen angezündet wäre. Bittet also mit eifrigem Herzen um das Ausströmen meiner Liebesflamme für euch, eure Heimat und für die ganze Menschheit. Betet mit dem Herzen beständig und ihr werdet den Segen, die Kraft und die Macht des Gnadenwirkens der Liebesflamme erfahren. Durch meine Liebesflamme führe ich euch zur innigen Einheit mit meinem heiligen göttlichen Sohn. Mein größter Wunsch ist, dass euer Herz mit seinem heiligsten Herzen zusammenschlägt und mit ihm immer mit fühlt. Und mit ihm immer mit fühlt. Két hónapja mondta a Szent Mihály Arkangyal, dass ich Isten akarata ist, dass ich mich für zwei Monate gesagt habe. Ich sage, Michael hat vor zwei Monaten gesagt, so formuliert. Der Wille Gottes ist eure Heiligung. Wie wir in der Heiligen Schrift lesen, was ich auch schon erwähnt habe, der Herr sagt über seine eigene Sendung, ich bin gekommen, um auf die Erde feuer zu werfen, und was anderes wünschte ich, dass es schon brennt. Und mivel legnagyobb vágya, ezért jött a világra, dass wir in der Heiligen Schrift lieben, dass wir in der Heiligen Schrift lieben, also er ist deshalb in die Welt gekommen und mensch geworden, damit er die göttliche Liebe anzündet in unserem Herzen, in den Herzen der Menschen. Jézus a világ világossága, és ezért akarja, hogy mi is a világosságban járjunk. Er ist das Licht der Welt, und deshalb will er, dass wir auch im Licht, in seinem Licht leben. És hogyha befogadjuk az ő világosságet, akkor az Isten gyermekei vagyunk. Wenn wir sein Licht annehmen, aufnehmen, dann sind wir wirklich Kinder Gottes. Und wenn wir die Liebesflamme der Mutter Gottes annehmen, aufnehmen, dann werden wir auch eine sehr innige Beziehung zur Mutter Gottes haben, als ihre Kinder. Und dann dieses Licht ihrer Liebesflamme können wir auch weiter strahlen, wo auch nicht nur ihr Licht drin ist, das Licht ihrer Liebe, sondern das Licht der ganzen Heiligsten Dreifaltigkeit. Ist ez a szeretetlen God kell továbbadni. Ezt mondta Erzsébe Tasszonynak is a szűzönja, az elsőzönetében is, és ezt mondja, ezt fejtik nálam is. Also dieses Licht der Liebesflamme sollen wir weitergeben, das hat die Mutter Gottes auch schon in ihrer ersten Botschaft der Elisabeth Kindelmann gesagt, und auch darüber spricht sie auch oft bei der Schwester Agnes, dass dieses Licht der Liebesflamme soll durch uns leuchten und wir sollen sie weitergeben unseren Mitmenschen. Az embereket régóta foglalkoztatja, hogy mi az emberéletének értelme és a szönvedési értelme. Das geschieht aber oft durch Leiden und durch Opfer und das beschäftigt auch die ganze Menschheit schon seit Jahrtausenden. was ist der Sinn des Lebens und was ist der Sinn des Leidens? Warum müssen wir Leiden? Und das ist und das Leidens und das Leidens ist der Leidens Das tut uns oft weh, aber ob es uns auch weh tut, wenn wir von Gott uns entfernen. Oft können wir etwas schätzen, erst wenn wir das verlieren, wenn es zu spät ist, und auch oft die Gaben von Gott können wir, und seine Geschenke schätzen, wenn wir sie verlieren, auf jeden Fall zeitweise. Und ich denke, dass jeder schon gelitten hat, oder schwierigkeiten hat, probleme hat. Und amikor megizleljük a szenvedést, bármilyen formában is, akkor az megsebesíti a szívünket. Wenn wir leiden müssen, in irgendeiner Fall, das verbundet unser Herz. Istenszeretete, akkor is velünk van, és még akkor sokkal jobban tapasztalhatjuk, ahogy Svester Hildegard is mondta, hogy akkor még közelebb van hozzánk a jó Istenszeretete, illetve még inkább meg tudjuk tapasztalni. Aber besonders beim seelischen Leid wird unser Herz verwundet, aber Gott ist uns noch näher während der Zeit des Leidens, und dann können wir seine Liebe noch, noch... Und auch die Schützende Liebe der Mutter Gottes können wir noch mehr erfahren während dem Leiden. A szenvedés időszakában, a lelkünkben egy folyamat megy végbe. Während des Leidens geht in unserer Seele ein gewisser Prozess, dann sind wir viel offener für die Aufnahme der himmlischen Gnäden. Mert a lélek megnyílik, a szenvedés nyitja meg a lelket, és akkor Isten kegyelme sokkal hatékonyabb bennünk. So das Leiden öffnet die Seele, und dann ist die Gnäde Gottes in uns viel wirksame. Ja, és akkor sokkal jobban elgondolkodunk az Örök-Zélünkről és a sajátschorsunkferől is. Der leidende Mensch erfährt seine Kleinheit, seine Schwachheit, seine auf Gott Erwiesenheit, und deshalb sucht der Mensch dann während dem Leiden beim Gott, oder bei der Mutter Gottes Schutz und Hilfe. A szenvedőembernek élő tapasztalata van a kicsiségéről, a gyöngességéről, Istenre utaltságáról. Und Gott lässt das Leiden gerade deshalb zu, weil in dem Schmelzofen des Leidens, wie das Gold auch so gereinigt wird, wird die Seele veredelt, und das Schlechte wird so ausgebrannt aus der Seele, wird geläutert, die Seele durch das Leiden. Dann werden wir von dieser Welt viel leichter uns trennen können, und viel mehr auf Gott konzentrieren und ihn leichter finden, als im täglichen Leben, wenn uns nichts fehlt. Dann können wir auch den Willen Gottes besser erkennen. Dann können wir auch den Willen Gottes suchen, oder annehmen können, sondern können wir uns selbst annehmen. Dann können wir uns nicht sprechen, oder annehmen können 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 wir uns selbst annehmen können. Unsere Vergangenheit, unsere Beziehung, unsere Menschen, unsere Umgebung annehmen können. Und ich möchte eine Geschichte erzählen, dass das Feuer des Leidens das Schlechte aus dem Menschen das Schlechte aus dem Menschen. Und ich möchte eine Geschichte erzählen. Der Goldschmied wird sitzen und schmelzen und das Silber reinigen. Er wird die Söhne Levi reinigen und läuten wie Gold und Silber. Dann werden sie dem Herrn Opfer bringen in Gerechtigkeit. Dieser Zitat aus der Heiligen Schrift hat ein Mönch gelesen und es hat ihn sehr beeindruckt, dass er sich vorgenommen hat, einen Goldschmied aufzusuchen und zu schauen, wie es wirklich die Reinigung der Silber. Er hat nicht verraten, denn Goldschmied war um er zu ihm gekommen ist, nur das Schlechte aus dem Möchte wie er den Silber reinigt. Er hat eine Schlechte aus dem Schlechte aus dem Möchte aufzusuchen. Und hat so gelassen, dass es ganz aufgewandt wird. Az ötvös kezdte magyarázni, hogy egészen a tűz közepébe kell tartani, ahhoz, hogy teljesen meg tudjon olvadni. Ott, ahol a lángok a legforróbbak, hogy minden szenny kiegjen a tűz hatására az ezüstből. Inzwischen hat der Goldschmidt dem Mönch erklärt, dazu, dass das Silber ganz rein wird, muss man das in die Mitte des Feuers halten, wo die Flammen am heißesten sind, damit alle Schmutz ausgebrannt wird vom Silber. A Szerzetes nagyon elgondolkodott ezen a képen, és Isten így a forró helyen tart bennünket, hogy aztán felelbenítsa ezt az idézetet, az ötvös leült, és megtisztítja az ezüstöt. Der Mönch hat nachgedacht über dieses Bild, weil es ihm eingefallen, denn auch uns hält oft Gott in die heißesten Flammen, in die größte Leiden, damit er uns ganz reinigen und läuten kann. Szerzetes megkérdeste akkor az ötvös, hogy igaz ér az, hogy a tűznél kell folyamatosan ülnie. Der Mönch hat den Goldschmidt gefragt, ob es auch stimmt, dass der Goldschmidt ständig beim Feuer sitzen muss, während der Zeit der Reinigung des Silbers. Az ötvös mondta, hogy igen, ez így van. Egy percre se veheti le az ezüstről a szemét, mert hogyha leveszi, akkor egy perc alatt szétolvad. Der Goldschmidt hat gesagt, ja, er muss die ganze Zeit dort sitzen und sogar er darf sein Auge nicht einmal abwenden vom Silber die ganze Zeit, weil wenn der Silber nur eine Minute länger in den Flammen bleibt, als es gereinigt wird, danach eine Minute länger, dann wird ganz vernichtet. also muss sehr aufpassen. A szerzetes egy rövid ideig csöndbe maradt, majd megkérdezte tőle ismét. blieb der Mönch eine kurze Zeit ganz still und nachgedacht und hat ihn dann wieder gefragt, Und woher wissen Sie, wenn das wann das Silber schon ganz rein ist? Und dann hat der Goldschmidt lächeln, lächeln, lächelnd nur so viel geantwortet, oh, das ist ganz einfach, wenn ich mich darin sehen kann, also wie in einem Spiegel. Tehát, es ist ein ein sehr szemleletes Példa arra, wie wie tisztet meg minket ist a Szenvedés által a Jóisten. Es ist vielleicht ein prégsames Beispiel dafür, wie Gott auch uns läütet und während der ganze Zeit des Leidens seine Augen von uns nicht abwendet und auf uns aufpaszt, bis wir dann ganz geläütet werden, erhält uns auch nicht länger im Leiden als nötig. De addig viszont benne tart a tűzbe, ameddig nem tisztulunk meg. Aber er hält uns dann vorher so lange, bis wir nicht ganz geläütet werden. A mi életünkben is van ilyen tisztulási folyamat, és ez fájdalommal jár. Auch in unserem Leben gibt so diese reinigungsprozess, was mit schmerz und leid verbunden ist. Ezt senki nem kerülheti el. És ahogy az ezüst az ötvösnek is az egy folyamat, tehát nem egy rövid művelet ez, hanem ugyanúgy a szenvedés is egy egész folyamat. Tehát van kezdete, van vége, de hát ez nem tőlünk függ sokszor, hogy mikor kezdődik és mikor van vége. Wir wissen oft nicht wann ez értet, hogy ez értet, és ez értet, értet, ez Wenn wir erkennen das göttliche Geschenk im Leiden, den Sinn des Leidens, besonders wenn wir das vereinen mit dem Leiden des Herrn, dann kann das Leiden uns große Früchte bringen, außer unsere Erläuterung auch noch bei anderen Menschen fruchtbar werden. Und dann wird der Tisztulungsprozess wirklich fruchtbar sein, wenn das Gesicht des Herrn auch in uns aufleuchten kann, wie das der Goldschmidt gesagt hat. Das muss erzit sich dann im Zilbe, in uns Zulden auch das Gesicht des Herrn Zichtbar werden. Akik ismerik... Er erhomályosítja a bühne. Igen, mert hogyha az Isteni kép mást erhomályosítja, a megsebzettségünk, hibáink is, bühneink is, rossz szokásaink is. Weil unsere Verwundungen, unsere Sünden, unsere Fehler verzerren in uns das göttliche Bild, weil wir sind Ebenbilder Gottes, aber durch die Sünde wird dieses göttliche Bild in uns verzerrt, und das muss der Herr wieder herstellen in uns. Das geht nur durch Leiden oft. Schleszter Hildegard beszélt arról, hogy mennyi szenvedésen kellett keresztülmennie Elzsébet Asszonynak. Ich habe darüber vorher gesprochen schon, wie viele Leiden auch die Elisabeth Kindelmann erleiden musste. De azt hiszem, hogy minden ember életében vannak olyan időszakok, amikor különösen is sokat kell szenvednie. Aber in jedem, jedes Menschen sind Zeiten, wo wirklich die Zeit des Leidens ist. Und ezek közelebb vezetik a Jóistenhez, az Embert. Aber wenn wir diese Zeiten gut ausnutzen und die Leiden gut stehen zu den Leiden, dann können sie wirklich uns Gott viel näher bringen. Weil der Herr musste auch so viel leiden, er konnte auch nur durch Leid uns erlösen. und wenn wir auch mit ihm leiden, dann kann er uns in viel ähnlicher formen und machen. Das sehen wir auch am Beispiel des Pater Spio, der heute seinen Geburtstag hat. Wie viel musste er leiden, obwohl er schon so heilig war, auch für anderen natürlich. Aber dadurch wurde er so ganz ähnlich dem Herrn, dass er sogar seine Wunden getragen hat. Und dann kann eigentlich man mitfühlen mit dem Herrn, wenn man auch im Leiden bereit ist, ihm nachzufolgen. Das ist sehr wichtig, diese Frage, wie wir auf das Leiden reagieren. Und wie wir auf das Leiden reagieren können, oder einfach erdulden, oder sogar aufopfen können. Und natürlich die hohe Stufe schon, die die Heiligen schon erreicht haben, dass sie mit solcher Liebe leiden konnten, natürlich schon sehr vereint mit dem Herrn, dass sogar diese Freude des Herrn während der Zeit des Leidens in ihnen war. Zum Beispiel Elisabeth Gargutzi hat geschrieben, und Elisabeth Kindelmann schrieb auch, das ist ein Leiden für mich, wenn ich nicht leide. Weil sie mussten, dass das wirksamste Mittel der Rettung der Seelen, wenn sie mit dem Herrn vereint, mit seiner Liebe, leiden. Dadurch können sie die meisten Seelen retten. Und deshalb ist das Leiden auch einer der größten Charismen, wenn man so leiden kann. Und das ist die Frage, wie wir uns die Leiden gut zu tragen, und das gut Leiden zu können. Die Sakramente der Kirche stärken uns dabei, und auch die Mutter Gottes betont oft, dass sie durch ihre Liebesflamme uns auch eine große Gnadenhilfe anbietet für unsere Leiden, also damit, dass wir mit Liebe annehmen können die Leiden und aufopfern können. Nagy Konstantin Császernak volt eine Látomása, amikor a Keresztet látta, und ein Felirat war, dass du die Jelben schützt. Der Konstantin der Große, dieser Kaiser, 311, vor einer entscheidenden Schlacht, hat er eine Vision, er hat ein Kreuz gesehen, mit einer Aufschrift, und in diesem Zeichen wirst du siegen. Und amikor valóban győzött is, a Kereszt jelével mentek ki a csatába, und amikor kereszt jelölt, akkor utána a Hála jeléül a Keresztényeket felszabadította 313-ban. Sie sind dann wirklich mit dem Zeichen des Kreuzes in die Schlacht gegangen, haben auch gesiegt, und als Zeichen seines Dankes, also aus Dank, hat er dann das Christentum als Staatsreligion gemacht, und dann haben aufgehört die Christenverfolgungen 313. Es hilft uns auch bei unseren Leiden, die Leiden des Herrn zu betrachten. Dann schöpfen wir auch Kraft aus seinen Leiden, und auch die Betrachtung seiner heiligen Wunden, die fünf Wunden zum Beispiel, und das fünfmalige Kreuzzeichen kann auch viel Kraft geben. Und der Schwester Faustina hat der Herr gesagt, zum Beispiel wie wertvoll das Betrachten der Leiden des Herrn ist, dass es in seinen Augen wertvoller ist, eine Stunde über die Leiden des Herrn zu betrachten, die Leiden des Herrn zu betrachten, als wenn sie ein ganzes Jahr lang sich bis zum blutigen Wunden geißen würde. und das ganz wertvoller ist, die Betrachtung der Leiden des Herrn. Und der Schwester Faustina többschör hangsúlyozta nekem, dass sie in ihren Mitarbeitern des Herrn zu betrachten, dass wir uns in ihren Mitarbeitern des Herrn zu betrachten, und die Mitarbeitern des Herrn zu betrachten, und sie als Mütterlöserin auch ihre Gefährten im Werk der Heiligung der Lösung. In meiner Mütterlichen Liebe habe ich euch dazu berufen, durch Gebet, Söhne und Opfer zur Rettung der Seele beizutragen. Ich brauche euch, eure Gebete, eure guten Werke zur Söhne. Und das ist der größte Waffe, wenn wir unsere Leiden mit den Leiden des Herrn und der Mutter Gottes einten. Wie gestern auch erwähnt habe, dass es mit goldenen Buchstaben aufgeschrieben werden, dann unsere Werke im Himmel, wie die Katharina Emmerich gesehen hat, wenn wir unsere Werke, auch Leiden und Opfer vereinen mit den Verdiensten des Herrn und der Mutter Gottes. Das die Mutter Gottes uns zu ihren Mitarbeitern berufen hat bei der Rettung der Seele ist auch eine große Auszeichnung, aber auch eine ernste Aufgabe, große Aufgabe und auch Verantwortung. Schöp, Kötelességünk ist, hogy ezt megtegyük, hogyha csatlakoztunk, hogyha elfogadtuk, a Sivünkbe fogadtuk a Süzanya szeretetlángját. Sogar das ist eine Pflicht für uns, weil wir können auch lesen in der Heiligen Schrift, dass sie größer sind, wenn man bekommen hat, umso mehr wird von einem erwartet. A Süzanya jól ismeri az emberi természetet, tudja, hogy ha kitüntetésnek annak örülünk, sőt büszkik vagyunk, hogy milyen jó, hogy kiválasztott minket az Úr vagy a Süzanya, de hogyha már feladatról van szó, akkor sokszor meghátrálunk, vagy talán nincs annyi erőnk, nem merítünk annyi erőt az imádságos életünkből, hogy legyen energián kitartani. Die Mutter Gottes weiß, solange es um die Auszeichnung geht, solange freuen wir uns, aber wenn es schon zu Opfern und Leiden kommt, da oft halten wir schon, und dann machen wir nicht mehr so bereitwillig mit. Ezért a Süzanya egy nagyon egyszerű, és mindenki számára használható eszköztön a felajánlásban. Ezért a Mutter Gottes egy einfaches, és ezért a Süzanya egyenlás, hogy ezért a Süzanya egyenlás, azt mondta Süzanya, szeretetlen gondolra, hivatkozva, imádkozatok, engeszteljetek, és így ajánjátok felnapjaitokat. Das ist die Wahlja, oder Aufopferung, das wir schon am Anfang des Tages, morgen früh aufopfern, den ganzen Tag, alles, was wir tun, alles unsere Gebete, Opfer, alles, was wir sind, und alles, was wir tun, den ganzen Tag. És ahogy tegnap említettük is, II. János Pápának az egyik idézete, a Grignon Szent Lajosnak a tökéletes Mária tiszteletéről. Und sie sagte, euch auf meine Liebesflamme berufend, betet, leistet Sühne, und so opfert ihr eure Tage auf, durch mein unbeflecktes Herz, der heiligsten Dreifaltigkeit, versunken in der Gnade der Liebesflamme. durch diese Tageswahl oder Aufopferung werdet eure alltägliche Werke sehr wertvoll. Und das Gebet, die Sühne, die Arbeit, sogar die Ruhe, oder Erholung. A szabadságnak a Szeretet a mércéljel. Der heilige Grignon von Montfort, den wir gestern zitiert haben, schreibt, der Maß, der Freiheit Freiheit ist die Liebe. Das ist ein sehr tiefes Wort. Wir müssen aufpassen. Also der Maß, der Freiheit ist die Liebe. Olyan szabadok vagyunk, amilyen Odaadással szeretünk. Wir sind so frei, mit welcher hingabe wir lieben. Also in dem Maß, in dem Maß, in dem Maß wir lieben, in dem Maß sind wir frei. Und wenn wir mit größer hingabe lieben, dann sind wir umso frei. Minél Odaadobb egy léleg Szűz Mária iránt, a kegyelmek Istentől rendelt közvetítője iránt, annál bensőségesebben meríthet az Isteni szív kegyelmű áramarjaiból. Je hingébungsvoller eine Seele gegenüber die heilige Jungfrau Maria ist, die die Vermittlerin der von Gott bestimmten Gnaden ist, umso inniger kann er schöpfen aus dem Gnadenflut des göttlichen Herzens und umso näher kommt er zum Urhebelte Gnaden selbst zu Gott. Und das bezieht sich auch auf das Leiden, wie wir hier gehört haben über die Liebe, mit je hingébungsvoller Seele wir leiden und unsere Leiden aufopfern, umso mit größer Liebe wir leiden können, umso näher kann es uns Gott bringen. Das ist eine többsörhangsülyos, dass es fontos, dass es eine Személyes-Ehlő-Kapcsolatunk legyen Jézussal. Die Mutter Gottes betont oft, dass es sehr wichtig ist, dass wir den persönlichen Kontakt mit Jézus sehr pflegen, dass wir immer in einer lebendigen, inigen Kontakt sind, mit dem Herrn. Ja. 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 Da wir nicht immer gebundene Gebete beten können und sollen auch nicht, sondern das, was der Herr wünscht, dass wir unentwegt beten sollen, heißt das, dass wir immer in der Gegenwart Gottes versuchen zu leben. Wir vergegenwärtigen uns, dass wir in seiner Gegenwart sind, in der Gegenwart seiner Liebe und dass wir unser Herz und unsere Seele immer zu ihm heben. Und auch, wenn wir zum Beispiel den ganzen Tag schon aufgeopfert haben, morgen früh, dann genügt oft ein Stoßgebet oder ein Denken, ein liebevolles Denken an den Herrn, an die Mutter Gottes. Aber so ständig egal was wir tun, alles mit dem Herrn vereint und mit dem Mutter Gottes zuzammen tun, und dann fliegen wir diese Beziehung mit dem Herrn und mit dem Mutter Gottes. Hogyha egy fiatal pár szerelmesek egymásban, akkor nyilván, hogy az egyik mindig a másikra gondol, és a másik az egyikre, tehát nem egy negyedikre. Wie zum Beispiel ein junges Paar. Sie denken immer an einander, weil sie einander lieben. So soll unsere Beziehung mit Gott sein. Immer an ihn denken und wir werden dann auch umso intensiver seine Liebe erfahren, weil er will, er wird unsere Liebe nicht ohne Antwort lassen. Wir werden dann auch umso mehr seine Liebe erfahren. És hogyha ilyen személyes kapcsolatunk van Jézussal és a Szűzanyával, akkor az életünket, ez a kegyelem meg fogja változtatni. Und dann wird diese persönliche Beziehung, unsere persönliche Beziehung mit dem Herrn und mit der Mutter Gottes, unser Leben ganz enden. És egy felmérést is készítettek, hogy a megtérők között, hogy ki az, akire a legnagyobb hatást, mi gyakorolta. Es wurde ein Test gemacht bei den Menschen, die sich bekehrt haben. Was war mit dem größten Einfluss auf sie bei ihrer Bekehrung? A predikációk hatására is voltak, akik megtértek, ezt fel tüntették? Es war eine mehreren, natürlich, die zum Beispiel aufgrund guter Predigten sich bekehrt haben. Aber man hat festgestellt, dass das wirksamste, die Kraft des der persönlichen Lebensbeispiel war der Menschen. Also, dass man das das beste Zeugnis durch sein eigenes Leben geben kann. Das war, der bedeutendste für die Menschen. Das Lebensbeispiel heiligmäßig. És hogyha valakinek személyes kapcsolata van Jézussal és a szüzenjával, akkor az magával hozza azt is, hogy akkor ilyen tanusságtét tevő életet und wenn jemand in einer ganz innigen beziehung ist mit dem Herrn und mit der Mutter Gottes, das strahlt schon aus, auch wenn er nichts sagt, oder das strahlt einfach aus, diese, diese, diese enge beziehung des Menschen mit dem Herrn. Und hát a legjobb az, hogyha olyan a prädikáció, hogy egy személyes tanusságtételről szól. Natürlich sind auch die Werke entsprechend eines solchen Menschen und seine Worte, aber schon irgendwie strahlt es aus, die Liebe Gottes der Menschen. Und auch die Predigt ist oft sehr gut, wenn es ein persönliches Zeugnis auch enthält, oder das ist auch wirksam, auch wenn wir nicht Priester sind, aber nicht predigen, aber wenn wir unser persönliches Zeugnis sagen, was Gott in unserem Leben getan hat, weil das überzeugt die Menschen am meisten. Es steht auch in der Heiligen Schrift, in der Apokalypse, der Böse wurde besiegt durch das Blut des Lammes und durch das Wort ihrer Zeugnis. Also das zwei wichtigsten benannt als das Blut des Lammes und das Wort ihrer Zeugnis. Also sehr wichtig ist unser Zeugnis und niemand anders kann das Zeugnis unseres Lebens sagen, das sollen wir geben den Menschen und das ist auch das überzeugendste. Was noch vorher gehört noch dazu zu dieser innigen Beziehung mit dem Herrn und dass wir oft an den Herrn denken sollen gehört hierher auch noch die Sehnsucht. Der Herr hat auch der Elisabeth Kindelmann viel gesprochen über die Sehnsucht als ein wunderbares Mittel in unserer Hand weil er sagt die Sehnsucht verbindet den Himmel mit der Erde also wenn wir uns sehnen nach dem Herrn dann kann er uns nicht widerstehen und die Sehnsucht ist auch der Grad Messer der Liebe das wissen wir auch wenn wir einen Menschen lieben dann zum Beispiel die junge Paare sehnen sich nach einander also wenn wir uns so sehnen nach dem Herrn dann wird er unsere Sehnsucht erfüllen und unser Herz erfüllen mit seiner Liebe wir sollen auch darum bitten dass er die Sehnsucht nach ihm in unserem Herzen wächst weil das zeigt wir können gut prüfen wie wir jemanden lieben nach dem Maast wie wir uns nach ihm oder ihr sehnen und das ist auch so bei Gott unsere Liebe zu Gott können wir auch prüfen wie sehr sehnen wir uns nach Gott wie sehr sehnen wir nach dem Gebet nach der Anbetung nach der Heiligen Messe nach der Beziehung mit Gott das zeigt unsere Liebe zu ihm wenn wir merken nicht so sehr dann müssen wir noch um diese Sehnsucht bitten dass wir nach ihm sehnen A Szeretetlánk egyik legfőbb hatása hogy belülről megváltoztat minket Die eine der wichtigsten Gnaden wirkung der Liebes flamme ist dass sie uns von innen wandelt Meg megváltoztat gondolkod 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 mód felfog mód mód wie die Mutter Gott sagte sie wirkt ihre wunder in der tiefe der herzen sie wandelt unser herz unser denk weise durch die liebes flamme das wir nach den himmlischen mehr streben als nach den irdischen Die Mutter Gott sagte durch die flamme der Liebe meines herzens habe ich euch zum zühnenden Leben berufen und durch meine liebes flamme möchte ich die herzen der Menschen zum Gottes Liebe entzünden tehát hogyha mi szívünk is lángra gyullad a szeretett től akkor az isteni szeretet amit a szűz anyak közvetít az változtatja meg a szív ünk ha mi szívünk is lángra gyullad a szeretett től akkor az isteni szeretet amit a szűz anyak közvetít az változtatja meg a szív ünket also wenn wir wenn unser herz angezündet wird durch die liebes flamme das formt unser herz dann nach dem heiligsten kapunk akkor ez által könnyebben tudjuk elviselni a szenvedéseinket akár lelki testi fizikai szenvedésről van szó und dann durch diese liebe Gottes und je mehr unser herz nach dem herzen Jézú umgeform wird werden wir auch zu den leiden besser stehen und besser ertragen können es akkor nagymértig ben meg vatoznak a kapcsolata inki is und das werden auch an unsere beziehungen mit unseren mitmenschen sichtbar sein wir auch unsere beziehungen werden besser werden nicht nur mit gott sondern mit unseren mit menschen weil man kann auch feststellen wie man gott liebt daran wie man den mit menschen liebt und umgekehrt wie man gott liebt so na wie man den mit menschen liebt so liebt man gott wenn wir einem menschen nicht helfen können wo ist die liebe gottes in uns also das zeigt auch schon wie weit wir sind mit der Liebe und das ist ein sehr wichtig hat ist das ist dass die lelke sebe ist be be auch eine wichtige gnaden wirkung der liebes fremde dass sie unsere seelen seelischen wunden heilen kann das betont auch die Mutter Gottes oft ist ist pedig ugy hogyha imádkozunk a szeretetlánk szellemében akkor akkor a szüsenyak közvetlenül gyógyítja ezeket a sebeket so wenn wir im Geist der Liebes flamme beten dann sagt die Mutter Gottes dann heilt sie unmittelbar sie unsere wunden seelischen wunden aber auch durch die durch die wunden des herrn es gibt auch sicher im deutsch der wunden rosenkranz durch seine wunden sind wir geheilt also auch durch die wunden des herrn und auch durch die liebes flamme werden unsere seelischen leiden geheilt und wie wertvoll das leiden der kranken ist zeigt auch die Botschaft der Mutter Gottes, die sie der Elisabeth Kindermann schon gesagt hat, besonders die kranken, nein, der Herr hat gesagt, entschuldigung, besonders die kranken können auf den flügeln des unbedingten Vertrauens zu mir fliegen. Mit einer einzigen Bitte können sie die rettung von vielen seelen erflehen. Wenn die beteigen, die die Sätene sind, dann wird auch dadurch Sätene verblendet und auch das Werk ihrer Liebesflamme kommt viel schneller voran. Sie sagte, wenn es mehr Menschen geben würden, die ihre Leiden, ihre Leiden, ihre Leiden, ihre Leiden, ihre Leiden, aufopfen würden, dann würde ihre Heilige Sache viel schneller vorankommen. Wir können zum Beispiel so aufopfen unsere Leiden und Krankheiten, Jesus vereint mit deinen Verdiensten durch das unbefleckte Herz Mariens und durch ihre Hand opfere ich dir mich auf, meine Krankheit, meine Leiden und wir können dann benennen, wofür, am besten nach der Meinung des unbefleckten Herzens Mariens, weil sie weiß am besten, wo unsere Leiden, wo unsere Leiden, Opfer, Gebete am nötigsten sind. Sie hat auch gesagt, wenn wir für ihre Anliegen beten, dann kümmert sie so um uns, wie wenn wir für unsere eigenen Anliegen beten würden. Also dann erreichen wir die doppelte Wirkung, dann kann die Mutter Gottes auch solche Seelen retten, für die zum Beispiel niemand betet und die am meisten gebrauchen, brauchen die Hilfe der Gnade und dann hilft die Mutter Gottes uns genauso, wie wenn wir für uns selbst beten würden. Also sie hat uns auch gebeten viel nach ihrer Meinung des ihres unbefleckten Herzens zu beten. A szenvedésre adott Válassunk a Szeretetben teljesedik ki. Unsere Antwort auf das Leiden vollendet sich in der Liebe. Also wir müssen einiges sowieso erleiden, aber das ist viel weiser dann. So zu reagieren, auch die Leiden, dass es etwas nutzt, auch uns und anderen, als zum Beispiel zu rebellieren dagegen, dann wird es umso schlimmer, auch für uns und auch für andere. Aber wenn wir wissen, wie wertvoll das Leiden ist und wenn wir gut dazustehen, dann kann es sehr fruchtbar werden, auch für uns und auch für andere. Und dann dadurch kann auch unsere Liebe sich vollenden. Echt rövid Történetet szeretnäk még elmondani. Noch eine kurze Geschichte wollte ich zum Abschluss sagen. Egy idősebb Szerzetes tanította a növendékeit az élet dolgairól. Ein alter Mensch hat seine Schüler gelehrt über die Sachen des Lebens. Er hat gesagt, in uns ist ein ständiger Kampf. Eine große Schlacht oder ein großer Kampf zwischen zwei Wölfen. Der eine Wolf vertritt die Angst, Zorn, Neid, Habgier, wie sagt man? Höchmut, und önsajnálatot, büntudatot, selbstmitleider, beleidigt sein, also alles negative. A másik pedig képviseli a vidámságot, az örömet, a békességet, a szeretetetet és a reményt. Vorher waren auch Lüge, Falschheit, Untreue, Egoismus. Und der andere Wolf vertritt Fröhlichkeit, Frieden, Liebe, Hoffnung, dass wir teilen, was wir haben mit anderen Eintracht, Ruhe, Bescheidenheit, Freundlichkeit, Gutes Willen, Großmütigkeit, Gerechtigkeit, Barmherzigkeit, Mitleid, Vertrauen, Treue und Glauben. Und so weiter. Also derselbe Kampf spielt sich ab in uns und in jedem lebenden Menschen. A növendékek elgondolkodtak és így hallgattak, majd az egyikünk megkérdezte ezt a szerzetest. Also die Schüler haben zugehört, dann bisschen nachgedacht darüber, was sie gehört haben, und dann der eine hat den Möngy gefragt, és melyik farkas fog győzni. Und welcher Wolf wird siegen? Amelyiket tápláljuk. Was meint ihr welcher? Genau, welcher gefüttert wird. Also das ist, dass wir uns selbst unterhalten. Also das ist, dass wir uns unterhalten können. Also das ist, dass wir uns unterhalten können. Ja, wir können auch ein bisschen in uns schauen, welchen wir füttern. Und diese Aufgabe ist dann auch für uns nicht diesen bösen Wolf zu füttern, sondern den anderen, sollen wir in uns wachsen lassen. Und ich glaube, dass wir uns unterhalten können, dass wir uns unterhalten können. Weil, amit istentől közvetitszámunkra, essel tápláljuk a lelkünkert. Da wir uns, wie auch Professor Leichmann betont hat in seinem Vortrag am Vormittag, uns seit der Erbsünde neigen zum Bösen. Und deshalb sind wir oft schwach in diesem Kampf. Und oft füttern wir doch den ersten Wolf. Deshalb gibt die Mutter Gottes auch ihre Liebesflamme, damit wir Kraft bekommen, den anderen Wolf zu füttern in uns. Der Herr hat Elisabeth Kindermann gesagt, im Tagebuch können wir lesen. Kommt nur zu mir. Die Leiden sind für euch nur so lange dunkel, solange ihr nahe zur Erde sind. Dann sagt der Herr, deine Liebe zu mir sei glühend warm und voller Andacht. Sei still, halte deine Sehnsucht nach mir durch das lebendige Opfer deiner Liebe immer wach. Die Liebe ist ein Feuer, das nur die pausenlose Opferbereitschaft am Glühen erhalten kann. Das ist sehr wichtig. Deshalb müssen wir auch viel Opfer bringen. Das Feuer löscht auch aus, wenn wir kein Holz drauf tun. Und so braucht auch unsere Liebe. Deshalb brauchen wir auch Opfer bringen, damit auch unsere Liebe, das Feuer, das unsere Liebe weiter brennen kann. Und zum Schluss ein Versprechen des Herrn, er hat versprochen, dass am Ende wird das Lächeln meiner Mutter die ganze Erde rundstrahlen. Und dann muss das Lächeln. Und dann müssen wir zuerst aber selbst die Liebe annehmen und zulassen, dass es unser Innerstes umwandelt. Und dann, wenn die Menschenherzen so umgewandelt werden, dann kann es geschehen, was der Herr hier versprochen hat. Also, wenn die Liebe in uns auch geschehen kann, dann kann auch das Lächeln der Mutter Gottes in der ganzen Welt auch mehr verbreiten. Dann wird sie hoffentlich nicht an so vielen Orten weinen wie heute. Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit. Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Liebe Mitbrüder, liebe Schwestern und Brüder im Herrn. In dem ersten Vortrag am Freitag haben wir die Verbindung der Botschaften von Fatima und der Liebesfamme betrachtet. Gestern haben wir uns verdeutlicht, was der Gnade schon der Liebesfamme für unser Leben bedeutet, der uns als Lichtstrahl den Weg weist zur Vollendung unseres Lebens. Und heute wollen wir auf die Frage nach der Wahrheit der Offenbarungen über die Liebesfamme näher eingehen. Nach dem Wunsch der Mutter Gottes wird das Liebesfamme-Fest alle Jahre am 2. Februar gefeiert. An diesem Tag heißt es im Evangelium bei der Darbringung des Jesu-Kindes im Tempel von Jerusalem. Simeon nahm das Kind in seine Arme und sagte zu Maria, der Mutter Jesu, dieser wird ein Zeichen sein, dem widersprochen wird. Widersprochen wird der Wahrheit, die Jesus nach seinem 30. Lebensjahr verkündet hat. Und darauf wollen wir uns heute konzentrieren und die Botschaften über die Liebesfamme beleuchten unter dem Gesichtspunkt der Wahrheit. Denn Wahrheit ist letzten Endes das entscheidende Kriterium für alle göttlichen Offenbarungen. Als Pilatus Jesus fragte, also bist du doch ein König? Da antwortete Jesus, du sagst es, ich bin ein König. Ich bin dazu geboren und dazu in die Welt gekommen, dass ich für die Wahrheit Zeugnis ablege. Johannes 18, 37 Was ist der tiefere Sinn dieser Worte, die auch die Offenbarungen über die Liebesfamme einschließen? Denn die mystisch begnadete Elisabeth Kindelmann hat viele Botschaften auch von Jesus Christus empfangen. Und der Herr sagte zu ihr, die Liebesfamme, das bin ich. Die Wahrheit ist eine göttliche Wesenseigenschaft und geht aus dem Geiste Gottes hervor. In Gott hat sie ihre Wurzel. Sie ist das maßgebende Merkmal des göttlichen Willens und des Ziel göttlichen Handelns. Die als Gott hervorgehende Wahrheit erschließt sich dem Menschen durch die Offenbarung. Der Mensch ist als vernunftbegabtes Geschöpf fähig, die göttliche Wahrheit zu erkennen und ihren Sinn zu verstehen, indem er seinen Geist und seine Seele für diese Offenbarung öffnet. Wahrheit ist die Fähigkeit, die Wirklichkeit des Seins, den tatsächlichen Sachverhalt zu erkennen. Wort und Wirklichkeit müssen vollkommen übereinstimmen. Tun sie es nicht, ist es nicht die Wahrheit, sondern Irrtum oder Trug, eben die Unwahrheit. Für das Leben des Menschen ist entscheidend, dass er im göttlichen Willen die letztgültige, vollkommene Wahrheit erkennt und sich danach richtet. Der heilige Thomas von Aquin sagt, es gibt nur eine Wahrheit und die ist ewig. Zitat Ende. Es ist die höchste, die absolute Wahrheit, die in Gott ihren Ursprung hat und sonst nirgends. Es ist die Grundlage für das rechte Denken und Handeln des Menschen. Jeder Gedanke, jede Tat, die davon abweicht, missfällt Gott und führt den Menschen in die Irre. Und wer sich irrt, erkennt nicht die Wirklichkeit. Die Seele des Menschen verlangt nach der Wahrheit, denn das ist ihr von Gott tief eingeprägt. Es ist schon erstaunlich. Kein Lügner will selbst belogen werden. In allen Lebenssituationen fragt der Mensch nach der Wahrheit eines Ereignisses. Auch der Kriminelle, der alles tut, die Wahrheit seines Handelns zu verheimlichen. In den Geboten und Evangelien findet die göttliche Wahrheit ihren Ausdruck. Sie weist den Menschen den Weg zum Heil. Deshalb ist die christliche Heilsbotschaft in vollkommenem Einklang mit der göttlichen Wahrheit. Was aus dem Munde Gottes kommt, ist die Wahrheit. Gott kann nichts anderes sagen als die reine Wahrheit. Und deshalb ist das Evangelium, durch das den Gläubigen das Wort Gottes verkündet wird, absolut zuverlässig. Gott steht durch seine Beständigkeit und Unwanderbarkeit treu zu seinem Bund mit den Menschen. Er ist der wahrhaft Zuverlässige, auf dessen Wort man sich verlassen kann. Er erfüllt seine Verheißungen mit seiner Allmacht. Seine Worte sind wahr und haben ewigen Bestand. Gott will, dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit gelangen. Das hat offenbar auch die herrige Schwester Faustina so empfunden, denn sie sagt, meiner Seele größte Freude ist das Erkennen der Wahrheit. Als ich das zum ersten Mal gelesen habe, da war ich erstaunt, dass diese schlichte, demütige Seele der Wahrheit einen so hohen Rang beimisst. Ihre innere Verbundenheit mit Gott hat ihr diesen Geist der Erkenntnis eingegeben. Sie hatte erkannt, dass in der Wahrheit das Göttliche aufleuchtet. Es ist die Aufgabe des Menschen, sich in seinem Leben nach der göttlichen Wahrheit zu richten und dieses Ziel in allen Lebenssituationen nicht aus den Augen zu verlieren. Was immer auch geschehen mag, unser Leben ist in Gottes Hand, hier auf Erden und in alle Ewigkeit. Und darauf dürfen wir vertrauen. Eine endgültige Antwort auf die Frage nach seiner wahren Lebensbestimmung findet der Mensch nur im Glauben an Gott, den Spender allen Lebens. Durch den Glauben bekennt sich der Mensch zu seinem Schöpfer und erwidert seine Liebe. Im Licht dieser Wahrheit öffnet er sich für das Heilsangebot Gottes und ist bereit, ihm demütig zu dienen und treu zu ihm zu stehen. Gestärkt durch die heilbringenden Sakramente erhalten wir so Anteil am göttlichen Leben. Simeon prophezeit im Tempel von Jerusalem über das Jesuskind, über den Zeichen sein, dem widersprochen wird, habe ich schon erwähnt. Dieser Widerspruch, diese Missachtung der göttlichen Wahrheit ist ein Prozess, der sich mittlerweile 2000 Jahre durch die ganze Kirchengeschichte hindurchzieht, bis auf den heutigen Tag. Von Anfang an musste die Kirche den Glauben gegen die Irrlehrern verteidigen, um die Wahrheit unversehrt zu bewahren. Das gilt besonders auch für die heutige Zeit. Die Menschen zu versuchen, deren Geboten Gottes verankerten Wahrheit mehr und mehr auszuweichen, sie zu übergehen und sich ihre eigenen Lebensgesetze zu machen, so wie das heute überall in der Welt geschieht. Ich habe schon gestern dafür einige Beispiele genannt, bei denen ich auf die gesetzlichen Bestimmungen hingewiesen habe, die gegen den göttlichen Willen sich richten. Ich möchte das heute hier nicht wiederholen. Mit Stimmenmehrheit werden heute in den Parlamenten aller Länder, mit einer freiheitlichen Demokratie und in totalitären Regimen, wie zum Beispiel in China, die göttlichen Gebote übergangen und miss- in der Heiligen Schrift heißt es, es kommt eine Zeit, in der man die gesunde Lehre nicht mehr erträgt. Und das trifft heute in besonderer Weise zu. In einer Zeit, in der sich die Finsternis der Sünde und des Irrtums immer stärker ausbreiten. Die von Gott, dem Spender, allen Lebens festgelegten Lebensgesetze, darf der Mensch nicht eigenmächtig ändern. Wenn es um den göttlichen Willen, um eine göttliche Weisung für den Menschen geht, dann gibt es auch nicht das demokratische Allheilmittel des Kompromisses, sondern nur den Gehorsam des Menschen gegenüber seinem Schöpfer. Die göttliche Wahrheit ist kein Objekt des Verhandelns, des Manipulierens. Der Mensch kann zwar versuchen, die Wahrheit zu verdrängen, aber er kann sie nicht austilgen. Die göttliche Wahrheit wird sich immer wieder durchsetzen, denn Gott hat die Wahrheit dem Menschen in sein Herz und in seine Seele unauslöschlich eingeprägt. Der christliche Glaube wird heute durch die Massenmedien mehr und mehr ausgehöhlt. In einer Fernsehsendung sind die in der Heiligen Schrift verbürgten Wundertaten von Jesus als unwahre Legenden dargestellt worden. Vor dem Osterfest wurde in einer Sendung behauptet, die Auferstehung Christi sei eine Täuschung, denn Jesus war nicht tot und ist nach der Kreuzabnahme entkommen. In einer anderen Sendung wurde die angeblich jetzt entdeckte Grabstätte der Heiligen Familie gezeigt, mit den Sternen in den Sarkophagen, um dadurch den Auferstehungsglauben aus den Angeln zu heben. Die alten Irrlehrungen gegen den grüßlichen Glauben, die längst widerlegt worden sind, werden jetzt wieder aufgegriffen, um den Menschen zu verunsichern und um die Menschen vom Glauben und die Gottheit von Jesus Christus abzubringen. Und deshalb geht unverändert das Wort des Apostels Paulus, lasst euch durch niemand irreführen. Und Petrus sagt über Jesus, wir sind nicht irgendwelchen klug ausgedachten Geschichten gefolgt, sondern waren Augenzeugen seiner Macht und seiner Größe. 2 Petrus 1,1 Bei dem zunehmenden Glaubensabfall und der sich weltweit ausbreitenden Gottlosigkeit ist es nur eine Frage der Zeit, wie lange das Gott noch hinnehmen wird, ohne einzugreifen. Durch die Missachtung der von Gott geoffenbarten Wahrheit schlägt der Mensch einen unheilsamen Weg ein. Und was er nicht umkehrt und sich Gott wieder zuwendet. Wer von der Wahrheit abkommt, verfällt dem Irrtum und verweigert Gott seinem Schöpfer den Gehorsam. Im Gegensatz zur Wahrheit steht die Unwahrheit, die Lüge, die Täuschung, die Falschheit. Sie führt zur Sünde, zu allem, was Gott missfällt und er verabscheut. Es ist eine Auflehnung, eine Widerspenstigkeit gegenüber dem Allmächtigen, für die er den Sünder zur Rechenschaft zieht. Besonders gefährlich sind die für die meisten Menschen, die sogenannten Halbwahrheiten, weil sie die listige Vermischung von Wahrheit und Unwahrheit nicht zugleich erkennen und auf diese Weise in die Irre geführt werden. Der Widerstreit zwischen der göttlichen Wahrheit und der Unwahrheit, der Lüge und dem Irrtum durchzieht die ganze Menschheitsgeschichte. Der Mensch muss sich mit seinem freien Willen entscheiden, welchen Weg er einschlägt. Das geradezu kuriose ist, dass viele Menschen, die sich der Wahrheit der christlichen Botschaft verweigern, sich in blindem Vertrauen esoterischen Irrlehren zuwenden. Sie wenden sich dadurch von Gott ab, der ihnen das Leben schenkt und der allein die Macht hat, ihren Anteil an seinem ewigen Leben ihnen zu geben. Und diese Entwicklung, die ist heute beklagenswerterweise in vielen Ländern zu beobachten, in denen sogar getaufte Christen von Irrlehren zum Abfall vom wahren Glauben verführt werden. Ein altes Sprichwort sagt, wer aufhört, an Gott zu glauben, der glaubt alles. Karten legen, pendeln, hellsehen und ähnliche Praktiken haben heute Hochkonjunktur und werden überall angeboten. Und viele fallen darauf in blindem Vertrauen herein. Im Alten Testament steht bei dem Propheten Jesaja geschrieben, Ich bin der Herr, der Himmel und Erde geschaffen hat. Ich bin der Herr, der die Wahrheit spricht und der verkündet, was Recht ist. Außer mir gibt es keinen gerechten und rettenden Gott. Vor mir werden sich alle Knie beugen und jeder Mund wird bekennen, nur beim Herrn gibt es Rettung und Schutz. Jesajas 45, 1 Und da so viele Menschen heute die göttliche Wahrheit nicht annehmen und ihr widerstreben, hat die Gottesmutter vom ewigen Vater die Liebesflamme des unbefleckten Herzens erfleht. Sie will durch diese besondere Gnadenzuwendung erreichen, dass möglichst viele Seelen gerettet werden für das ewige Leben im Himmelreich. Der Gnadenstrom der Liebesflamme ist deshalb so mächtig und so wirkungsvoll, weil darin die Liebe der heiligsten Dreifaltigkeit vereint ist, mit der Liebe des unbefleckten Herzens Mariens, dem höchsten Geschöpf Gottes. Und diesen gewaltigen Gnadenstrom will die Mutter Gottes über alle Menschen ausströmen, damit sie ihren Schöpfer erkennen, sich Gott mit gläubiger Seele zuwenden und so und so das ewige Heil erlangen. Der Mensch muss aber sein Herz und seine Seele für diese Gnade öffnen, damit sie in seinem Leben Frucht bringen kann. Maria sagt, der Lichtstrahl, der Liebesflamme hilft uns, den göttlichen Willen zu erkennen und er gibt uns die Kraft, ihn auch zu erfüllen. Er gibt uns Einsicht und führt uns durch die Wirren dieser Zeit auf den Weg zu Gott, der Quelle unseres Lebens, das zugleich auch unsere ewige Heimat ist. Im Licht dieser Gnade festigt sich unser Glaube an die Wahrheit der göttlichen Offenbarungen. Nur in Gott ist die Wahrheit. Sie kommt von Gott und führt zu Gott. Das ist wie das Schicksal eines jeden Menschen von entscheidender Bedeutung, denn alle Menschen sind von Gott berufen, in der Wahrheit zu leben und ihr ganzes Denken und Tun danach auszurichten. Nur so können wir das Ziel unseres Lebens erreichen, die Anschauung der ewigen Herrlichkeit des Allmächtigen im Himmel. Durch den Lichtstrahl der Liebesflamme will die Mutter Gottes bewirken, dass unsere Seele der Wahrheit der göttlichen Offenbarungen zustimmt und wir so heranreifen zur Vollendung unseres Lebens. Maria hat vom himmlischen Vater den Gnadensturm der Liebesflamme erfleht, damit all jene, die von der Wahrheit abgeirrt sind, im Licht der Erkenntnis sich ihrem Schöpfer wieder zuwenden, und sich durch Reu und Buse mit ihm aussöhnen. und zudem stärkt das gnadenvolle wirkende Liebesflamme den Glauben, damit nicht ständig neue Zweifel an der Wahrheit der göttlichen Offenbarungen abliegen. Diese Standfestigkeit im Glauben ist sehr wichtig, denn der Glaube öffnet uns den Weg zur göttlichen Wahrheit. Wir müssen in unserem Streben nach der Wahrheit ausharren, trotz aller widerstrebenden Kräfte, die ständig versuchen, uns davon abzubringen. In der Heiligen Schrift heißt es, gleicht euch nicht dieser Welt an, damit ihr erkennen könnt, was der Wille Gottes ist, was ihnen gefällt, was gut und vollkommen ist. Römer 12,1 Die Botschaften über die Liebesflamme sind im Einklang mit der Heiligen Schrift und sie helfen uns am unverfälschten Glauben festzuhalten. Die Mutter Gottes will durch die Liebesflamme vor allem die großen Sünder vor der ewigen Verdammnis bewahren. In zahlreichen Botschaften bietet sie um unser Mitwirken bei der Seelenrettung durch unser Gebet, unsere Sühne und Opfer. Bei der Liebesflamme geht es aber nicht nur um die Rettung der Seelen, die sich von Gott getrennt haben. Auch für die frommen Seelen, die treu zu Gott stehen und in enger Verbindung mit ihm leben, bringt die Liebesflamme reiche Frucht. Denn im strahlenden Licht der Gnade strebt die Seele Gott immer mehr zu, um einen höheren Grad der Vollkommenheit und der Heiligkeit zu erreichen. Wer im Geiste der Liebesflamme lebt, kommt Gott von Tag zu Tag immer näher. Die Herrlichkeit des Himmels erleben wir die von allen Sünden gereinigten Seelen nicht in gleicher Weise, sondern nach dem Maß, mit dem sie auf Erden im Gehorsam gegenüber dem Willen Gottes gelebt und gute Werke der Nächstenliebe getan haben. Gott will das Gute des Menschen belohnen, so wie er andererseits in seiner Gerechtigkeit das Böse bestraft. Und jedem Sünder bietet Gott die Gnade an, seine Seele durch eine reuevolle Beichte zu reinigen, bevor er ihn aus dem irdischen Leben abruft. Und deshalb ruft die Mutter Gottes in ihren Botschaften immer wieder dazu auf, sich mit Gott auszusöhnen und bietet dazu die Gnade ihrer Liebesflamme an. Wir sollen aber hierbei nicht nur an unsere eigenen Sünden denken, sondern bereit sein, auch für unsere Mitmenschen stellvertretend Sühne zu leisten. Denken wir hierbei daran, dass unser Heiland stellvertretend für die ganze Menschheit sein Sühneopfer am Kreuz erbracht hat, obwohl er frei von jeder Sünde war. Mit der ersten Botschaft über die gnadenvolle Flamme der Liebe des unbefleckten Herzens Mariens hat sich für die ganze Menschheit der Himmel aufgetan und ein neuer, noch nie gewesener Lichtstrahl der Gnade hat sich auf die Erde gerichtet. Es ist wie wenn bei einer von Gewitterwolken verdunkelten Atmosphäre plötzlich die Sonne durchbricht und wie der Licht auf die Erde fällt das ist ein anschauliches aber sehr einbrichsames Bild das uns den Gnadenstrom die Liebesflamme zeichenhaft verdeutlicht wenn ich es gelegentlich immer wieder sehe bin ich immer wieder aufs Neue sehr sehr beeindruckt wenn so aus einer dunklen Wolkenstimmung heraus plötzlich die Lichtstrahlen auf die Erde fallen mit dieser glühenden Flamme der Liebe will die Mutter Gottes alle Herzen entzünden dieses Feuer der Liebe soll nach ihrem Wunsch von Herz zu Herz gehen und in allen Herzen die Liebe zu Gott und zu den Menschen entzünden Maria sagt dieser Lichtstrahl der in ihrem unbefleckten Herzen hervor bricht er ist so stark dass er den Satan verblendet der ja besonders in dieser Zeit so verderblich auf die Menschen ein wirkt in der Tiefe der Herzen der Menschen will Maria Wunder der Bekehrung wirken damit sich den Menschen wieder Gott zuwenden und für das ewige Leben gerettet werden diese Bekehrungswunder die sind größer und bedeutsamer als Naturwunder die wie Fatima zeigt bald wieder vergessen sind und angezweifelt werden das Gnadenwirken der Liebesflamme ist so groß dass es bis in die jenseitige Welt hineinwirkt und den armen Seelen in ihrem Läuterungsprozess Erleichterung bringt wenn wir im Geiste der Liebesflamme für sie beten und fasten und opfern Maria sagt ganz klar und deutlich Opfer und Gebet das sind eure Mittel von welch außerordentlicher Bedeutung die Liebesflamme für das Heil der Menschen ist geht das der Botschaft der Mutter Gottes vom 1. August 1962 hervor als Elisabeth Kindlmann offenbarte Ich habe es schon erwähnt ich möchte es bewusst wiederholen weil es eine sehr wichtige Offenbarung ist Ich sage dir meine Tochter sagte Maria zu Elisabeth eine solche gewaltige Gnadenflut wie die jetzt lodernde Flamme der Liebe meines Herzens die wurde euch noch niemals gegeben seit das Wort Mensch geworden ist An euch liegt es sie nicht abzuweisen Nicht nur die Mutter Gottes hat über die Liebes klammest teilreiche Botschaften gegeben sondern auch der Herr selbst der von sich sagt Ich bin der Weg die Wahrheit und das Leben Wer mir nachfolgt wandert nicht in der Finsternis sondern wird das Licht des Lebens haben Johannes 8 12 Als Jesus hier auf Erden seine Frohbotschaft verkündete hat er vorausgesagt dass der Geist der Wahrheit uns in die volle Wahrheit einführen wird genau das geschieht jetzt in einer Zeit der Verwirrung und des Glaubens Abfalls durch die Offenbarungen über die Liebesflamme Die Worte der Heiligen Schrift sind für uns dadurch noch sicherer geworden Die Botschaften über die Liebesflamme sind wahrhaftig ein Lichtstrahl der in die Finsternis des gegenwärtigen Zeitgeschehens hineinleuchtet und uns dazu anheilt im Lichte dieser Erkenntnis unser Herz und unsere Seele auf die göttliche Wahrheit einzustimmen Und so wollen wir in inniger Verbindung mit Gott und unserer himmlischen Mutter leben damit sich in uns die göttlichen Kräfte entfalten Die Wahrheit hat seit Beginn der Welt jeden Widerspruch überlebt Sie wird das Ende der Zeit überdauern weil sie ihren Ursprung in Gott hat Jeder Mensch versucht ständig die Wahrheit zu ergründen das trifft besonders auch für Elisabeth Kindelmann zu denn sie wusste dass die Offenbarungen über die Liebeslame nicht nur an sie gerichtet sind sondern an alle Menschen in ihrem leidvollen Leben hat sie ständig um die Wahrheit dieser mystischen Botschaften gerungen denn der Teufel gab ihr immer wieder Zweifel ein die sie bedrängten und die sie quälten in ihrem geistlichen Tagebuch hat sie das sehr einbrechsam geschildert als ich das zum ersten Mal gelesen habe ich war erschüttert und das wird wahrscheinlich allen anderen auch so gehen sie beschreibt das in allen Details was da alles geschehen ist als Elisabeth Kindelmann ihr Leben im Jahre 1985 als sich ihr Leben dem Ende zuneigte da hat diese große Sühneseele im Bewusstsein ihres bevorstehenden Todes bezüglich der von ihren empfangenen Botschaften über die Liebeslame folgendes erklärt ich zitiere wörtlich ich schwöre auf das heilige Evangelium und auf das Kreuz Christi dass ich die Mitteilungen und die inneren Einsprechungen die in meinem Tagebuch niedergeschrieben habe vom Herrn Jesus und seiner heiligen Mutter erhalten habe die Mutter Gottes wünscht dass die Welt sich bekehre durch das Ausströmen des Gnaden Wirkens ihrer Liebesflamme nach der Lehre des heiligen Evangeliums durch Gebet Opfer und Fasten und so haben wir Anteil am Erlösungswerk Christi Mein Tagebuch schreibt Elisabeth Kindelmann habe ich auf die strenge Anordnung des Herrn Jesus hingeschrieben Ich war immer bemüht eine treue Tochter der heiligen Kirche zu sein und deshalb unterwerfe ich mich und den Inhalt meines Tagebuches dem Urteil der heiligen Kirche Budapest 14. Januar 1985 Mit diesen ergreifenden Worten von Elisabeth Kindelmann möchte ich meine Ausführungen über das Thema Die Wahrheit über die Botschaften der Liebesflamme abschließen Mit Mit der Anerkennung der Liebesamen Bewegung und der Imprimatur für das Geistliche Tagebuch von Elisabeth Kindelmann hat der zuständige Erzbischof Kardinal Erde am 6. Juni 2009 sein Urteil gesprochen und damit den Weg bereitet für die Verbreitung der Botschaften über die Liebesklamme über die ganze Erde zum Segen und Heil aller Menschen Halten wir an der Wahrheit dieser himmlischen Offenbarungen fest und bleiben wir in den Wirren der heutigen Zeit standhaft dann werden wir in der Gnade und im Strahlen den Licht der Liebesflamme das ewige Leben gewinnen Amen Liebe Schwestern und Brüder da ich danach keine Gelegenheit mehr habe mich an sie zu wenden möchte ich schon jetzt ihnen herzlich danken für ihre Teilnahme an diesen Exerzitien über die Liebesklamme des unbefleckten Herzens Mariens auch im Namen der Schwestern Agnisch und Hildiga danke ich ihnen dass sie erfreulicherweise ein offenes Herz haben für diese wunderbaren himmlischen Offenbarungen vor der Heiligen Messe um 11 Uhr in der Sünnikirchen werden sich dann jetzt die beiden Schwestern noch einmal an sie wenden mit dem Mittagessen um 12 Uhr enden diese Exerzitien nach dem Wunsch der Mutter Gottes haben wir uns bemüht ihnen die Offenbarungen über die Liebesflamme ihnen einen etwas tieferen Einblick zu geben und wir wünschen ihnen von Herzen dass diese Botschaften des Herrn und der Mutter Gottes in ihrem persönlichen Glaubensleben reiche Frucht bringen danken danken möchten wir ihnen auch für ihr mitbeten bei den Rosen grenzen die Anbetung des Allerheiligsten und ihre Mitfeier bei der Heiligen Eucharistie während der Exerzitien Mitwirken Mitwirken im Geiste der Liebesflamme ist genau das worum uns die Mutter Gottes bittet damit sich der Gnadenswurm der Liebesflamme überall in der Welt ausbreiten kann Diese Exerzitien waren abseits vom Alltag mit all seinen Aufgaben und Sorgen für sie sicher Tage der Ruhe Tage der Besinnung Tage durch die ihr Glaube neue Impulse bekommen hat Tage die uns inniger mit Gott und unserer himmlischen Mutter verbunden haben Vergessen Sie bitte nicht das große Anliegen der Mutter Gottes dass wir die Flamme der Liebe ihres Herzens weitergeben sollen an unsere Mitmenschen damit möglichst viele Herzen entzündet werden und durch den heilbringenden Gnadenswurm die Liebesflamme sich ihr Leben vollendet und in diesem Sinne wünschen wir ihnen Gottes reichen Segen und den Schutz der Mutter Gottes für ihren weiteren Lebensweg Nach dem Mittagessen möchten wir uns dann doch persönlich von ihnen verabschieden und ihnen eine gute Heimreise wünschen Ich danke ihnen für das Zuhören Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn Herr erhöre mein Gebet der Herr sei mit euch lasst uns beten allmächtiger ewiger Gott hilf uns und erhöre das Volk das dich um deiner Barmen und um deinen Segen bittet strecke deine Hand aus schenke uns die Fülle deines Segens und führe uns zum ewigen Leben der du lebst und herrschest in alle Ewigkeit so segne euch der allmächtige und barmherzige Gott der Vater und der Sohn und der Heilige Geist Amen Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes Amen Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit Amen Gestern habe ich Ihnen über das Leben der Elisabeth Kindelmann ein bisschen erzählt und auch versucht habe ich die wichtigsten Botschaften von ihrem geistlichen Tagebuch dass er auf den Wunsch des Herrn niedergeschrieben hat zu bringen und jetzt möchte ich noch über dieses Tagebuch die Meinung und die Empfehlung eines eines Kardinals Kardinal Echeveria Ruiz von Ecuador Ihnen vorlesen Er war der erste Kardinal der die Botschaften der über Liebeslame anerkannt hat und die Bewegung in seiner Erzdiözese und danach auch sein Nachfolger hat es anerkannt und auch wie ich schon erwähnt habe ein brasilianischer Erzbischof und dann auch unser zuständiger Erzbischof Kardinal Erdo Damals als ein ungarischer Jesuiter Pater Gabriel Rona der 30 Jahre lang in Ecuador in Mission war das Liebeslame Tagebuch ins Spanisch übersetzt hat hat er um die Genehmigung für Druckerlaubnis gebeten von diesem Kardinal Echeveria und als er das Tagebuch gelesen hat war er so beeindruckt von dem Tagebuch dass er nicht nur genehmigt hat den Druck des Tagebuches sondern folgenden Brief dazu geschrieben mit großer Andacht und Ergriffenheit haben wir dieses Buch das Liebeslamentar Tagebuch gelesen das der Jesuitenpater Gabriel Rona in die spanische Sprache übersetzt und uns überreicht hat um die nötige kirchliche Genehmigung zum Druck zu bekommen wir müssen ehrlich zugestehen dass wir auf den Seiten dieses Buches die schönsten und tiefsten Lehren des geistlichen Lebens gefunden haben wir glauben deshalb dass wir uns damit nicht begnügen können nur die erbetene kirchliche Genehmigung zu geben sondern empfehlen dieses Buch sogar das berufen ist der Vertiefung der Forderungen des christlichen Lebens zu dienen die liebesflamme ist die unermessliche und ewige göttliche liebe die im herzen der jungfrau maria für alle menschen brennt für die christus sein leben aufgeopfert und und sein blut vergossen hat das ist eine flamme die leuchtet eine flamme die wärmt eine flamme die anzündet eine flamme die im herzen mariens brennt aber auch in den herzen ihrer kinder brennen möchte deshalb muss die liebesflamme brennen um alle Christen zu retten die familien alle väter und mütter sowie um den priestern bei ihrer heiligung zu helfen sie erfüllen ihren priesterlichen dienst gegenüber ihren brüdern und schwestern umso erfolgreicher je mehr sie christus ähnlicher werden diese liebesflamme soll jeden augenblick des lebens der christen erleuchten im leiden bei krankheit im todeskampf und im tode die liebesflamme soll sogar nach dem tode die hoffnung jener stärken die im fegefeuer sind mit der kirchlichen genehmigung der ausgabe dieses schönen buches der liebe wünschen wir zugleich sehr dass es in die Hände vieler kommt und zu jenem mittel wird wodurch wir alle gott näher kommen können stets erleuchtet durch diese ewige liebesflamme dem unbefleckten herzen mariens brennt also also ich glaube er hat sehr gut erkannt die bedeutung und wesen der liebesflamme so schon formuliert diese worte das wollte ich vorlesen und dieses tagebuch über das er gesprochen hat wenn vielleicht jemand noch nicht bekommen konnte haben wir noch einige geholt jetzt können sie auch nach dem vortrag noch bekommen dieses liebesflamme tagebuch wurde inzwischen schon in 23 sprachen übersetzt also auch wenn nicht das ganze in die kleineren sprachen die wesentliche botschaften also auszüge aus dem tagebuch aber immerhin in 23 sprachen sogar ins chinesische ein ungarischer steiler pate der 22 sprachen gesprochen hat hat auch ins chinesisch übersetzt er war am ende universitätsprofessor in taiwan an der universität taipei und er hat ins chinesisch übersetzt und er war erstaunt wie die chinesische christen nach diesen offenbarungen eine ungarische mystikerin gelebt haben und wie viele dann danach gelebt haben wie offen sie auch waren für diese botschaften und die mutter der herr hat der elisabeth kindermann gesagt du bist ein zündholz in meiner hand aber durch dieses zündholz werde ich die liebesflamme meiner heiligen mutter in millionen von herzen anzünden und das ist wahrhaftig geschehen wie ich gestern auch schon erwähnt habe das ist zu einer der größten marianischen geistigen Bewegungen geworden ist die liebesflamme Bewegung an allen fünf Kontinenten und 70 Ländern schon verbreitet und von überall bekommen wir Nachrichten über die gute Früchte Bewegung die Elisabeth Kindermann selbst hat auch eine Botschaft schon durch die Schwester Agnes gegeben das ich vielleicht lesen möchte vielleicht auch interessant für sie sie sagte 2008 am 11. April das ist ihr Todestag die selige Jungfrau Maria strömt die Liebesflamme ihres unbefleckten Herzens immer reichlicher aus sie hat euch eingeladen im Werk der Seelenrettung ihrer Mithelfer zu sein die Hauptaufgabe der Liebesflamme ist die Rettung der Seelen deshalb ist es wichtig dass ihr immer mit Liebe und aus Liebe betet Sünd und Opfer bringt die Liebesflamme ist ein göttlicher Lichtstrahl aus dem Herzen der Mutter Gottes eine Gnadenflut die das viele Schlechte die Sünden und die Bosheit zu besiegen vermag das unauslöschbare Feuer der Liebe wird das Flammenmeer der Bosheit und des Hasses auslöschen bei Gott ist kein Gebet umsonst die Heilige Jungfrau Maria braucht eure Gebete eure Sühne damit das göttliche Liebeswerk sich entfalten kann und die Liebesflamme nach dem Willen Gottes ihre Aufgabe in eurer Heimat und in der ganzen Welt erfüllen kann das waren die Worte der Elisabeth Kindelmann und die Schwester Agnes hat auch noch eine Botschaft bekommen von der Mutter Gottes wo man sie gefragt wo die Mutter Gottes eine Frage gestellt wurde über die tägliche Botschaften warum sie täglich Botschaften gibt über die Liebesflamme und daraufhin hat sie folgendes geantwortet meine lieben Kinder unsere Botschaften sollen nicht nur in diesem mir geweihten Land verkündet und verbreitet werden von hier aus Ungarn aus muss meine Liebesflamme zünden und sich auf der ganzen Welt verbreiten mein Sieg über Satan wird sich nur dann verwirklichen können wenn ihr tut worum ich euch bitte Gebet Buße Sühne mit eurer Hilfe will ich diesen Sieg die heiligste Dreifaltigkeit will dass immer mehr meine Kinder meine Bitten aufnehmen und in ihr Herz einprägen wollen Sie wünscht dass sie durch mein unbeflecktes Herz jenen Weg wandern mögen der sie zu Jesus führt dieser Weg ist nämlich vom Licht meiner Liebesflamme beleuchtet somit seid ihr im Kampf gegen Satan ihm überlegen denn durch meine Liebesflamme vermögt ihr ihn zu blenden so dass er euch nicht angreifen kann sie ist eure Waffe in diesem geistigen Kampf Bevor Satan in die Hölle hinab gestürzt wird von wo er nie mehr auf die Erde zurück kehren darf will er noch viele Seelen an sich reißen deshalb gebe ich euch meinen sühnenden kindern tag für tag meine Botschaften damit ihr dadurch gestärkt werdet seine fallen rechtzeitig zu erkennen und somit ihm ausweichen könnt wie gerne möchte ich dass ihr im Geiste meiner Liebesflamme immer mehr leben und sühnen wollt und auch euer Leben durch mich der heiligsten Dreifaltigkeit aufopfern würdet es ist auch kein Zufall dass heute gerade das Fest der heiligsten Dreifaltigkeit ist wir haben zwar nicht nicht wir haben so geplant aber die göttliche Vorsehung hat es so geordnet dass gerade heute die Exerzitien enden und das ist deshalb sehr schön weil wie wir schon oft jetzt erwähnt haben in der Liebesflamme ist die Liebe der heiligsten Dreifaltigkeit mit der Liebe der Mutter Gottes enthalten ist also befolgen wir die Worte der Mutter Gottes und weihen wir uns der heiligsten Dreifaltigkeit und versuchen wir wirklich nach dem Wunsch der Mutter Gottes im Geiste der Liebesflamme zu leben und dadurch viele Seelen retten und heiligen und zuletzt noch eine Botschaft der Mutter Gottes wollte ich Ihnen vorlesen die sie in Sivernich gegeben hat wo wir auch eingeladen haben waren damals über die Liebesflamme zu sprechen und die Mutter Gottes wünschte in dieser Botschaft werden wir hören dass es auch ihr Wunsch und bitte dass immer mehr Liebesflamme Gebetsgruppen gegründet werden weil sie dann durch diese Liebesflamme Gebetsgruppen dann umso mehr ihre Liebesflamme ausbreiten kann sie segnet sehr diese Liebesflamme Gebetsgruppen und auch in dieser Botschaft bittet sie darum also wer tun kann zu Hause wie wir gehört haben auch schon bei der Elisabeth Kindelmann hat die Mutter Gottes gesagt wenn ein oder zwei wenn zwei oder drei im Namen meines heiligen Sohnes zusammenkommen ist er mitten unter ihnen weil der Herr sagt selber also wenn ihr zuerst nur zu zweit oder drei seid ist auch kein Problem und wir haben die Erfahrung gemacht dann werden immer mehr Leute sich anschließen also es lohnt sich anzufangen Mutter Gottes bitten dabei zu helfen und dann wird sie schon mehrere Einladen in diese Gebetsgruppen also sie hat diese Botschaft am 8. März 2005 gegeben meine Kinder ich habe euch die Liebesflamme bekannt gemacht und führe euch immer mehr in dieses Geheimnis meines unbefleckten Herzens ein in die Mysterien meiner flammenden Liebe um durch meine überströmenden Gnaden noch mehr gestärkt zu werden betet auch wenn ihr in eurem Heimat zurückkehrt im Geiste der Liebesflamme ich habe große Freude daran wenn ihr im Namen Jesu zu zweit oder zu dritt zusammenkommt oder in Gebetsgruppen und so betet und sündt durch die Liebesflamme im Geiste der Liebesflamme auch trotz der aufkommenden Schwierigkeiten werdet ihr das in der Liebesflamme verborgene Gnaden ausströmen erfahren durch das Licht meiner Liebesflamme möchte ich euch euren Lebensweg erleuchten und die an der Kälte des Egoismus leidenden Herzen auf erwärmen meine Kinder ich möchte euch benützen die von mir bekommene Liebe die flammende Liebe meines Herzens weiterzugeben das braucht eure Heimat das war in Deutschland aber auch die ganze Menschheit so sehr meine lieben Kinder ich möchte ich möchte die ich möchte die Menschen die Völker und Nationen in meinem unbefleckten Herzen vereinen durch die Liebesflamme meines unbefleckten Herzens in der Kraft meiner flammenden Liebe durch die Gnaden meiner Liebesflamme möchte ich die Menschen zu Gott immer näher führen aber auch die Menschen auch die Menschen die Völker und Nationen immer näher zueinander führen deshalb habe ich schon seit langem gewünscht dass meine Liebesflamme auf der ganzen Welt verbreitet wird ich möchte für die Annahme der Gnaden meiner Liebesflamme eine in der ganzen Welt verbreitete Bewegung haben damit durch sie eure Heimat die Völker die Nationen und die ganze Welt immer mehr bereichert wird seit meine guten Mitarbeiter im Werk der Seelen Rettung im Heiligen Werk der Liebesflamme damit durch sie immer mehr Seelen gerettet werden für das ewige Leben ich segne euch euren Lieben und eure Heimat durch die Liebesflamme meines unbeflaggten Herzens im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes Amen ich glaube das können wir auch so aufnehmen wie die Worte der Mutter Gottes an uns sie würde wahrscheinlich dasselbe euch auch sagen und beherzigen wir ihre Worte und leben wir im Geiste der Liebesflamme und verbreiten wir sie nach ihrem Wunsch und ich wünsche auch vom Herzen dass diese Exerzitien in ihrem Leben reiche Frucht bringt und dass sie noch viele Herzen anzünden können mit der Liebesflamme der Mutter Gottes gelobt sei Jesus Christus jetzt noch die Schwester Agnes möchte auch zum Abschluss einiges Wichtiger Worte sagen vor allem über dieses wichtige Gebet des Herrn über die wir schon gesprochen haben unsere Schritte mögen gemeinsam Die Einigung mit dem Herrn, das ist das Herz der Liebesflamme. Gott hat den Menschen aus Liebe erschaffen und erwartet, und zur Liebe erschaffen, und er erwartet, dass der Mensch diese seine unendliche Liebe zu ihm erwidert. Jézus azt mondta az apostolainak, hogy szüntelenül kell imádkoznunk, de hogy tudunk szüntelenül imádkozni, mikor más feladataink is vannak. Jézus hat seinen Apostlen gesagt, wir sollen unentwegt beten, aber wie können wir unentwegt beten, wenn wir auch andere Aufgaben haben? Csak akkor, hogyha bensőséges kapcsolatunk van Jézussal és a szűzanyával. Das können wir nur dann verwirklichen, wenn wir eine ganz innige Beziehung haben mit dem Herrn und mit der Mutter Gottes. Hogyha Isten jelenlétében élünk. Wenn wir in der Gegenwart Gottes leben. Und dazu brauchen wir nicht besondere Fähigkeiten, sondern einfach auf Gott und auf die Mutter Gottes zu schauen und versuchen nach ihrem Willen zu leben. Ja. Und das ist sehr wichtig, dass wir Gott wirklich so wollen, wie Gott, wie Gott, wie Gott. Wir wollen Gott auf die erste Stelle in unserem Leben stellen, und nicht uns Gott so vorstellen, dass er nur im Himmel sehr weit weg von uns. sondern dass er uns ganz nahe, sogar in unserem Herzen ist. So, am Isten eigentlich zum Damen auch aufgespr preventing uns ausssysteml breaks? Eine der wichtigsten, das andere wichtige Zielie, zu machen dieικά Liebe zu sagen, ist dass wir diese innige Beziehung zu Gott in uns stärken, und dass wir immer mehr vereint leben mit Gott. A Keresztségben megkapjük, hogy Isten-Germekeivé legyünk. In der Taufe bekommen wir die Gnade Kinder Gottes zu werden. Az Oltári-Szent-Ség magunkhoz vételekor pedig teljesen Egyesülünk Jézussal. Und bei der Heiligen Kommunion können wir uns mit dem Herrn ganz vereinen. Ennek a kegyelmi magnak kell kicsiráznia, amit az Isten szeretete errejtett bennünk. Ennek kell kicsiráznia, növekednia és egyáltalában kibontakozni, kiteljesedni az életünkben. Aber diese Gnadensamen muss in uns aufkeimen, aufgehen und in unserem Leben sich entfalten. De ez csak akkor tud belénkültetett Isteni mag, csak akkor tud kibontakozni, hogyha ezt mi magunk is akarjuk, jó szándékkal törekszünk erre. De ezért nem elég, hogyha csak egy külsőséges vallásossággal megelégszünk, hogy szépen elimádkozunk mindent, amit elterveztünk, hanem egy benső kapcsolatot alakítsunk ki. Also, deshalb genügt es nicht, einfach nur gebete zu sprechen, sondern mit dem Mondlippen, sondern immer mit dem Herz beten und immer danach trachten, in ganz engen beziehung, inigen beziehung mit Gott zu leben. Először, Isten vágyik a mi szeretetünkre, ezért teremtet meg minket. Zuerst, also Gott hat uns erschaffen zur Liebe, und er sehnt sich nach unserer Liebe auch. Also zuerst sehnt er sich nach unserer Liebe, és azt várja tőlünk, hogy mi is vágyodjunk utána. Und er erwartet von uns, dass wir von unserer Freiheit heraus frei seine Liebe erwidern, und dass wir auch nach ihm sehnen. Mert a szeretet tud a legbensőségesebben egyesülni. Er hat diese Sehnsucht nach ihm in unser Herz gepflanzt, und wie schon gestebb erwähnt, er kann diese Sehnsucht in uns nach ihm nicht widerstehen. Und dann kommt er mit seiner Gnade uns zur Hilfe, und das hilft dann unserer Vereinigung mit dem Herrn in der Liebe. Ezért egy nagy, csodálatos eszköz a vágy, amit az Isten minden ember szívébe ültet. Deshalb hat der Herr auch gesagt, dass der Wunsch, die Sehnsucht ein wunderbarer Mittel ist, das den Himmel und die Erde verbindet, und dass der Herr das Gott in das Herz jedes Menschen einpflanzt nach ihm. Az Urral való Egyesülés imája, amit Erzsébet Asszonynak tanított az Ur, ez a szeretetlánk üzeneteknek a lényege is, és a szíve is. Deshalb ist dieses Gebet der Einheit mit dem Herrn, das er Elisabeth Kindermann gelehrt hat und gebeten hat, sie sehr oft zu beten, und auch über die einzelnen Bitten dieses Gebetes oft zu betrachten. Deshalb ist es das Herz der ganzen Liebesdlamenbotschaften. A szűz anya kiárasztja a szeplőtelen szívének szeretetlánkját, és ezzel szívünkben oltja az ő szeretetét. Die Mutter Gottes strömt ihre Liebeszlamen aus, und dadurch pflanzt sie ihre Liebe in unsere Herzen ein. És ezt azért teszi, hogy az ő szeretetével tudjuk szeretni Istent, embertársainkat, sőt, még önmagunkat is. Sie tut sich das, das deshalb, damit wir mit ihrer Liebe Gott unsere mitmenschen, sogar uns selbst lieben können. Hogyha a szűz anyától kapott szeretet él bennünk, akkor tudjuk Jézust a legjobban szeretni, és akkor tudjuk embertársainkat is úgy szeretni, ahogy azt Jézus elválja tőlünk. Hogyha a szűz anyától kapott szeretet él bennünk, akkor ébret föl bennünk a vágya lélekmentés iránt. Und dann, wenn Ihre Liebe in uns brennt, dann brennt auch der Wunsch der Seelenrettung in uns. Akkor tudunk a tisztítótűzben szenvedő lelkekért is tenni, és akarunk is tenni valamit. Dann brennt auch der Wunsch in uns, auch den Armen zählen zu helfen. Ha szűz anya szeplőtelen szívének szeretetlángját befogadjuk, és engedjük, hogy az ő anyai szeretete műgödjön bennünk, és általunk, akkor leszünk Isten jelenlétének valósága, Isten jelenléte valóság lesz bennünk. Und dann, wenn wir zulassen, dass Ihre Liebe in uns wirkt, dann wird die Gegenwart Gottes eine Wirklichkeit in uns. Also deshalb wollen wir jetzt zum Schluss dieses Gebet noch einmal gemeinsam beten. Und das ist nicht nur ein Gebet der Einheit mit Gott, sondern auch miteinander. Also in diesem Sinne beten wir zum Schluss dieses Gebet. Unsere Schritte mögen gemeinsam gehen, unsere Hände mögen gemeinsam sammeln, unsere Herzen mögen gemeinsam schlagen, unser innerstes Empfinden gemeinsam. Die Gedanken unseres Geistes seien eins. Unsere Ohren mögen gemeinsam auf die Stille hören. Unsere Augen mögen ineinander schauen und sich verschmelzen. Unsere Lippen mögen gemeinsam zum ewigen Vater um Erbarmen flehen. Amen. Also wir wünschen, dass Sie dieses Gebet mögen auch und auch beten und dadurch zu einer ganz innigen Einheit mit dem Herrn gelangen. Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Und jetzt außer aus.